Herzlich Willkommen zu Megaman Legends. Okay. Wir haben hier einen 3D Megaman und ich glaube, das soll ja eine richtige Stadt und alles. Da bin ich mal gespannt. R1, L1, R2 ist umschauen, L2 ist keine Ahnung. Sollte es normal laufen. Auf dem Joystick macht er gar nix. Vier Ecke ist schießen mit unbegrenzter Munition. Exo springen. Heiß ist nix. Und 3 Ecke ist drehen. Okay, Okay, okay. Stoppersprung haben wir nicht, okay. Ich weiß nicht, zurückgehen sollten wir nicht, genau. Wir hatten gerade eine kleine Intro-Sequenz, die wir aber für euch jetzt nicht so spannend gewesen. Okay, und das ist ein Böse. Leider keine Böse mehr so. Deswegen glaube ich haben... Okay, okay. Jetzt haben wir hier eine Einführung. Sehr cool. Soweit sind wir schon bei Playstatten spielen. Okay, okay. R2 um automatisch ein Target. Nein, danke. Okay, einmal reicht. Das ist eigentlich für ein jüngeres Publikum. Was mit euch hier. Ah, okay, okay. So, das heißt, wenn ich jetzt R2 drücke. Okay, cool. Okay, dann läuft er aber nicht weg. Jetzt haben wir irgendwas eingesommeret. Okay, ist er nach rechts. Das heißt, technisch wohl ein gut gemachtes Spiel. Ja. Ja. Danke. Okay. Okay, okay, okay. Weiß um. Man wollte das immer, dass ich das nochmal nehme. Gleich hätten wir. Warten wir. Warten wir. Seit wann machen wir sowas. Wir handeln es auf das Spiel. Na, du, es war gut hier, ey. Da wird es im Anzocken fast besser achten, lieber in die Regen. Will ich haben? Was ist das? Stimmt, wäre ich dadurch stärker. Warum habe ich das nicht mehr eingesommelt? Okay. Sie meinte, turn right. Das heißt, wir gehen hier nach links. Okay. Was sind das für Tempel und wie kann ich da eine Einwege geschafft? Ich weiß gar nicht, ob wie EPU und wie EPU oder irgendwas haben? Normal Items. Hat man hier Zenni. Wir haben wieder Zenni. Mal gucken, was die Übersetzung für Zenni ist. Okay, Normal Items. Stimmt, wir können auch unsere Waffen, ne? Unser Waffenarm verbessern. So, Blu. Genau, den hatten wir, glaube ich, gefunden. Wir hatten den Kristall gefunden von Buster Parts. Quip. Ja, leider alles auf Englisch. Dadurch, denke ich, haben es die wenigsten von euch gespielt. Äh, eher wahrscheinlich die Hardcore-Fans nachgeholt. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja, okay, nochmal eine Option. Was war das? Können wir nichts öffnen. Dann gehen wir mal wieder hier nach. So, die haben wir weggeholt. Wir gucken hier nochmal nach. Na ja, okay, wir entdecken nach. Ich bin nicht besorgt. Schade. Ist das jetzt ein Vertrauensding oder was? Beide ich das, okay? Guck mal. Was ist das? Beide ich, Mega Man. Es sieht, wie sie dich entdecken haben. Okay, ja, sieht tatsächlich so aus. Asakuga switcht in mir. Geil ist das. Asakuga switcht in mir. Geil ist das. Asakuga switcht in mir. Mega Man, sind Sie okay? Natürlich bin ich okay. Asakuga switcht in mir. Cool. Das ist das rechts, keine Ahnung. Vielleicht haben wir aber jetzt irgendwas verbessert, ne? Weil wir halt nicht dem Spiel gefolgt sind. Ja, jetzt können wir aber hier, ne? Also technisch ist das wirklich einwandfrei. Watch out, there is something right in front of you. Das muss ich noch nicht? Okay. Ähm, vor allem das mit dem R2 drücken und dann... Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, ehrlich. So, bist du Feind? Bist du Feind? Bist du Feind? Dann scheint doch ein Feind zu. Okay. Wahnsinn, dass der mit R2 einfach die Feind ist. Also automatisch, ne? Ist ein Besieg, der lockt die nächsten ein. Das ist sowas von genial. Das Einsammeln hätte ich mir noch ein bisschen geiler vorgestellt. Aber mir gefällt die Richtung sehr, sehr gut. Okay. Haben wir was eingesammelt? territory, get Haushalt,ebe Friedrich drill du Reing an? Trig an. Ah, x. Ja. Sehr schön und dann kletterte Zahl hoch. Aber die Bewegung ist auch gut. Warum kann ich ja auch auf ein Steuerkreuz nichts machen? Ah, rein drücken. eto đượcrücken Es sieht aus wie es dich nicht sieht. Es sieht aus wie eine Reaverbox. Wir waren glücklich. Was ist das hier? Was ist das, Megamon? Ich bekomme starken Energieleiter. Ist das eine Art Barriere? Ist es eine Veränderung für die Barriere, von irgendwoher nahe? Nehmen Sie sich nicht. Es muss irgendwo sein. Was schön ist, die sagt mir nicht nur, was ich zu machen habe, sondern sie wird die Wiese. Megamon, ich bekomme einen Reaverbox. Er ist über dich, schau mal! Ist er R2? Äh, siehst du? R2. Cool. Ne. Wo denn? Ach da. Cool. Ist das geil. Das ist technisch der absolute Hammer. Ja, das ist sehr schön. Ich kann alles einsammeln. Okay, das war ungünstig. Ich habe jetzt aber noch keinen Schalter direkt gefunden. R2, okay. Wir springen hin. Höhe weg, oder? Weiter. Das war richtig cool. Okay. das ist nicht schlecht ach so kreis das kreis 560 das ist ein japanischer erwägungseinheit ok das heißt wir können unser bustergarten verbessern ok das machen wir nochmal erster part genau powerraiser achso ah ok ja powerraiser cool aber so muss sein sieht man das irgendwie ich glaube nicht so war auf jeden fall stärker geil die steuerung ist so geil mit also ich würd sagen zu dem zeitpunkt dezember 98 das beste bei weitem ich würds vielleicht so sagen was hab ich das gesagt blip ist das ein blip klingt halt so das ist qualitativ und richtig geil niveau ehrlich wow okay ein bisschen abstand gewinnen kann glaube ich nur schaden das ist ob ich mich während dessen bewegen kann da ist man den das wäre halt noch ein ding ich würd nicht mal einfach den ja oh umfänger wohl umfänger ja das gefällt mir grad gar nicht das ist aber komm weg von dem ey jo oder sollst du hier vielleicht gar nicht gewinnen das ist aber ist so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne Grafik 98 richtig Ganz angemeldet, wie viel machen wir kommen Ist so wunderschön Schöne Grafik Also ich könnte bisher Mega Man noch nicht ganz so viel abgewinnen, aber das ist verdammt geil Das war der erste 3D Titel Die 2D Dinger, ja, ich bin halt nicht so der 2D-Finn Summit ist lag, das war schon geil Und die Effekte angeben Der Schatten unten rechts Phew, nice timing Roll Anytime Mega Man Ich bin sorry Mega Man Ich habe ein paar Problemen mit dem Motor Und Es ist okay Roll Aber ich bin froh, dass du aufbaut bist Wenn du so gut bist Alles ist gut, was Ende ist gut, richtig? Und wir konnten einen Refractor Wir sollten uns mit dem Wir sollten uns mit dem einen Zeitpunkt Wenn nur die Motherlode so leicht zu finden wie dieses Don't worry We'll find it someday And your parents too Thanks I know we will Roll The entrance is overheating The smoke's so thick I can barely see What? I guess the flutter's in a worse shape than I thought Roll The number 5 Peter's going crazy She can't take much more of this Gramps Can you open up the number 11 valve again? Got it We'd better find some place to sit down Mega Man Check the map There's an island called Cadlocks About a hundred miles south west Got it Check What do I do with that? That's pretty cool I can't see I can't see I can't see I can't do much more for myself down here Can somebody give me a hand? Sorry Gramps But my hands are a little full right now Oh! I see it! Land, ho! No! Come on Hold together Just a little bit more Hold on I'm taking her down Right! No! Hold on ich Bock Um A Feels like wo Und Das ist aber ein Action-Adventure, ne? Das ist kein Rollenspiel. Wahrscheinlich hast du einige Rollenspiel... äh, ähm, Ansätze. Ja, wie das mit der Rüstung. Das sieht ziemlich schlecht aus. Ich glaube nicht, es wird sicher, dass du hier ein paar Zeit in die Rüstung setzen würdest. Wir haben so hart geholfen. Wir haben nicht gut geholfen. Wir müssen nur die Rüstung her fixieren. Es sieht aus, dass die Rüstung nicht fertig werden wird. Wir werden hier für einen Moment, glaube ich. Ich liebe es, ey. Ich hoffe, es bleibt so schön. Okay. Man probiert jetzt halt Sachen. Okay, linker Fuß, rechter Fuß. Hier ist linker Fuß, dreieckes rechter Fuß. Okay, R1. Okay. Okay. Der Anwendung kann ich gerade niemanden. Okay, interessant. Rechter Stick macht nichts. Minken kann ich jetzt. Herbig steuern. Oh Mann. Irgendwie wurde es angegeben für Zehnjährige, aber von mir aus. Wie eine Banane. Das ist qualitativ einfach eine schöne Sache. Okay, ich kann, also ich weiß nicht, wie ich mit denen interagieren kann. Ah, guck mal. Äh, Apple Market. Okay. Okay, Microsoft da oben. Okay. Was heißt, wir gehen erstmal rein in die Stadt, ne? Dann haben wir hier eine richtige, richtige Stadt. Die Spiele werden immer größer, merke ich gerade. Und das gefällt mir. Und die Atmosphäre, das ist so dicht alles. Schön. Einfach schön. So, wir schauen uns um. Wir nennen die Stadt, das gehen wir erstmal hier nach. Geil, geil, geil. Okay. Mir gefällt der Grafikstil. Mir gefällt die Zwischensequenzen bisher. Ich versuch mal mit dem Stick. Oh, geht eigentlich schon. Oh, geht fast noch. Da ist jemand. Ein Eingeborener. Okay, wir gehen auf Steuerkreuz. Kreis. Da ist eine Ruina. Subgator ist die hier. Im Wald. Am anderen Ende des Tunnels. Die sagen, es ist sehr gefährlich, ne? Und niemand geht da jemals rein. Ich? Komm bloß hier, um ein paar Pilze zu sammeln. Hm. Wird für ein spannendes Wochenende. Vielleicht kann man da mitmachen. Ich weiß nicht, ob wir hier schon rein sollen. Ähm, okay. War gar nicht so schwer tatsächlich. Schön, dass du kannst dich hier hingehen. Das macht das Level so ein bisschen kleiner. Das sind aber 2D-Spikes, ne? Und da siehst halt, ne? Wenn du dich bewegst, dass dann das Ganze immer gerade bleibt. Also, nur ein Bild quasi, kein 3D-Objekt. Ist aber nichts Schlimmes. Ganz einfach so super schick gemacht. Und? Da sehen wir, ob wir uns verlaufen werden. Da war ja noch das Gute, dass die CD die Größe begrenzt hat. Nicht so wie heutzutage. Das heißt, irgendwo muss die Welt enden. Oh, was soll man hier? Ist ja richtig toll. Fährt hier noch zu Mega, mein Fan. Hab dich ja noch nicht gesehen. Bist du ein Dinger? Ist ein Ausgräber, ne? Tut mir leid. Du kannst hier aber nichts ausgraben. Ist ja auch ausgraben, ne? Äh. Ja, der Platz, also das hier ist sehr gefährlich, das Gebiet. Ähm. Zählt oft also nicht, 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 nicht benutzbar fürs Ausgraben oder was seit Ewigkeiten. Solange sich jeder daran erinnern kann. Also, danke. Nein, wie, wie flexibel der sich bewegt, das ist für, äh, die Zeit für ein frühes 3D-Spiel der absolutamer. Also, ich wusste gar nicht, dass das so gut geht. Und es ist nicht lange her, dass ein, äh, das fünfte Element, äh, Spiel rauskam. War auch 98, glaub ich. Das ist, das kann's gar nicht sein. Das ist hier modern, kannst du fast sagen. Wir hatten sowohl Probleme, bis in die gespielte PS2-Zeit. Mal sehen. Okay, also hier können wir noch nichts machen, das ist... Ach, hier unten noch, okay. Interessant, ja. Jetzt wieder zurück. Ich will ein bisschen kämpfen. Ich will auch die Stadt sehen. Ähm, achso, Kreis. Okay, okay, okay. Ob sie jetzt einen anderen Text hat? Oh, da hinten ist auch noch einer. Ne, ne? Ne, okay, kann ich das abbrechen? Ne, ne? Ah, okay, cool. Ne, das haben andere Spiele nicht. Jetzt saßen echt fehlige Leute drin. Das stört nicht bei Final Fantasy und so, dass du halt, ähm, wenn du aus Versehen jemanden ein zweites Mal ansprichst oder denkst, die hat einen anderen Text. Kannst das halt nicht überspringen. Hier kannst du einfach Text vorspulen, weiter drücken. So easy. Äh, bist du ein, ne, Kräber? Ähm, dann weißt du, dass, äh, dass wenn du hier auskampelst, brauchst du eine Lizenz. Äh, äh, von, von oben. Wenn du in eine Höhe willst, äh, sollst du in die, äh, in die Halle, in die Sparteine gehen und, äh, danach fahren. Sehr spät, sorry. Schade, dass es hier keine deutsche Version gab. Äh, äh. Ah, gefährlich. Wenn du keine, äh, Klasse B-Lizenz hast, dann darfst du ja nicht eindrehen. Äh, Catalogs. Ja, gezeichnet, okay. Das heißt, wir dürfen hier noch nicht eindrehen. Schön. Und so eine geile Steuerung. Schön, schön. So, Settings. Ähm, mal sehen, ob hier noch was ist. Nee. Also bis jetzt noch nicht so wirklich versteckte Sachen. Ich denke mal, hier in der Welt gibt's keine Kämpfe, weil wir können ja unsere Kanone nicht nehmen. Wir nur treten. Mit beiden Füßen separat. Was ich megacool finde. Ich stelle mir grad vor, wie sie da saßen. So, okay, was machen wir auf den Knopf? Ja, treten. Auf dem anderen. Ach, komm, dann mach mal separat. Wenn er beide Füße benutzt. So, jetzt guck ich nochmal, ob ich die mit Kreis andrehen kann. Dann muss irgendwo eine Stadt sein. Naja, ist eine große Insel. Ja, ob ich rumgucken kann. Das hat er eben schon gesagt. Was sagst du mir? Hi. Mein Name ist Delta. Ja, was wusstest du, ne? Ich mein, wir sind seit Jahren Freunde, richtig? Ah, ich kann mit ihm reden, wenn du, wenn du speichern willst. Ne? Ich würd safe sagen. Okay, und da kann ich auch mal gucken, wie der Prozess funktioniert. Das ist auch immer spannend. Ähm, da kann ich mich auch heilen. Ist ja richtig cool. Also bisher alles, was ich gesehen habe, gefällt mir. Ist durchdacht. Ist, äh, schön aufgebaut. Schön. Sind wir nicht schon so tief drin, ne? Ich hoffe, wir finden, ja, die Teile, um das, äh, hier zu reparieren. Okay. Eine in die Stadt. Okay. Und wo ist wohl die Stadt? Hm. Ist gar nicht so schlecht, dass es von der jüngeren Zielgruppe ist. Mega Man. Ich hab mit allen gerechnet. Achso, geht's wohl auch gern. Jetzt geht ihr ab. Okay. Spektra sagt, ihr habt ja ne schöne Show abgeliefert. Das sieht aber so aus, als wäre jeder, äh, okay, ne? Okay, okay. Na, ich bin froh zu sehen, dass es euch allen gut geht. Aber mir gefällt die Grafik-Engine. Ist sowieso liebevoll gemacht. Zählst du noch was? Okay, ne. Siehst du, dann drück ich Dreieck. Fertig. Äh, darf ich die mal ausleihen? Oh. Das, äh, kann ganz schön im Gefängnis. Ist in der Stadt. Ist in der Stadt. Was jetzt auch ganz cool wäre. Ist mein süßes Auto auch einfach. Das ist grafisch ein absolutes Highlight. Schönes Spiel. Okay. Wir lassen die da mal. Warte mal, warte mal. Und jetzt noch eine andere Texte. Vielleicht hätte ich viel hier alles entdecken. Die Polizei ist hier. Die sind hier, um zu gucken, ob das uns gut geht. Ah, Megaman! The police saw us crash land and came to check up on us. Well, you certainly put on quite a show. But it looks like everyone's all right. Let me welcome you to Cadillocks Island. Now, I'd like to ask one of you to come with me to the station. We need you to fill out some immigration forms. So you can get your registration and ID card. You can't enter the city without one. We're out of place. Angry Booger. It won't take very long. While you're waiting. You can spend your time in the shopping arcade next to the city. You don't need an ID card to get in. I'm there. Are you ready to go, Professor? Okay, okay, er geht mit. Allein dass das alles vertont ist, ist Hammer. Und guckt euch an, das ist so liebevoll. Sind im Jahr 1998. Schön. Ich würde sagen, wie es weiter geht, erfahrt im nächsten Part. Ich will auf jeden Fall weiter zucken. Ähm, geil. Sicher, ob was durchzucken werden, aber ich will auf jeden Fall sehen, wie es weiter geht. Schönen Abend euch noch. In drei Tagen kommt der nächste Part. Ähm, bis dann. Herzlich willkommen zu Mega Man Legends zurück. So ein geiles Spiel, zumindest der erste Part. Und äh, weil die Steuerung ist so sauber. Die Zwischensequenzen sind richtig gut gemacht und vertont. Und wir sind im Jahr 1998 und das ist einfach geil. Erzähl mal. Also nicht alles ist vertont aus, weißt du? Ja, na, na. Okay, na, ja, ja. Na, sie guckt sich was im Schiff. Flatter? Keine Ahnung, was das ist. Okay, na. Ich könnte helfen, indem ich nach... Achso, nach Teilen gucke. die wir zum Reparieren benutzen können. Ah, vielleicht in der Shopping Area. Die der Inspektor erwähnt hat. Okay. So, warten wir speichern mal hier. Code speichern. Und bei der Gäste es not much we can do for now. Achso, ja, warum geht's nicht? Okay, okay, okay. Wollte nur gucken, ob er mir dasselbe... Ah, Danny. What should I do? Okay, never mind. Cancel. Ich will jetzt nicht vielleicht canceln, aber... Gehen wir mal ein. Das Schild ist immer noch der absolute Hammer. Ja. Lass uns alles angucken. Aber immer noch nicht drauf klar, dass du eins in die Füße anwählen kannst, mit denen du trittst. Solltest du dir aber auch gehen. So, okay. Das ist auch lustig mit dem Umeer. Wow. Guckt euch das an. Wir sind im Jahr 1998. Zack ja bloß. Das ist schon... Das ist Open World, also. Ich hab letztens mal überlegt, was heißt eigentlich Open World? Weil endlos ist ja nix. Ist das... Ist das ein Open World? Ist das ein Open World Spiel? Ist das, dass du keine Ladezeit hast? Das ist nicht, ne? Das ist interessant. Ich möchte runter in die Ruine. Guck mal, um nach Teilen und anderen Sachen zu suchen. Aber ich habe Angst vor den Reaver Boots und was da auch immer sein könnte. Unten. Aber wenn ich nichts finde, was ich in meinem Shop verkaufen kann, kriege ich Probleme. Okay, wir müssen irgendwo runter. Ähm, okay. Da noch nicht. Wir brauchen die Lizenz. Was haben wir beim letzten Part gehört. Haben wir hier rein? Das sieht so abgeschnitten aus. Ist es auch. Wie schön die Grafik aussieht. Wunderwitz. Ich find's mega hübsch. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass es geht beim PS1 Spiel so hübsch. Er wird noch viel geileres kommen. Ich find das schon ein Premium. So, erzähl mal. Ist das dein Schiff? Es sollte nicht hier sein. Es ist in der Lichtparkzone. Ähm, kannst du jetzt hier einsteigen und das wegfahren oder was? Weg ist es. Es wirkt so klasse. Lego-Männchen. Wir warten für Mistron. Äh, auf Mistron. Äh, sie sagte, wir sollen hier warten. Und das ist das, was wir auch machen werden. Brave Kinder, ey. Das war eine tolle Insel. Und dann kommt man in Lego City, ne? Gibt's auch. Die PS1 hatte ich damals für Rechner. Äh, wenn wir nicht bald, äh, los machen. Dann kriegen wir ein Park. Okay. Also wirklich eine ganz normale Stadt. So hinten geht's noch nicht lang? Nee. Oh Gott. Ich bin die Grafik so schön. Da waren wir schon. Ja, da waren wir. Erzähl? Bitte. Geh rein. Was ist ne? Oh, ne? Ne Bürgerkarte. Wenn du, äh, durchs anderen Gerät willst. Ähm, da reicht erstmal das Erste. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Woah. Das ist so mega hübsch. Was wird uns da in Zukunft noch erwarten? Ist das hübsch. 1998. Äh, du suchst nach den Schätzen, ne? Wie das Mädchen, was hier von der Minute war. Ich weiß darüber nix. Was? Das heißt, wenn ich es wüsste, würde ich jetzt nicht ein Fremden wie dir erzählen. Ja? Macht ihr den grad fertig oder was? Dann hat er gesagt, äh, da kommen ne Menge Fremden da. In letzter Zeit. Das macht mich nervös. Ich war keine Fremden. Ja, ist super. Haben wir ja die Rassisten getroffen. Die ersten, die wir hier in der Stadt kennen, werden toll. Was schon sagt, ja. Äh, du siehst nicht aus, als kommst du von hier. Geh weg. Ja, okay. Nicht, dass der mob sich gleich hier. Er hat ja schon versammelt. Erstmal Müll aufheben oder was? Ja, eure schöne Stadt. Das ist ne Mülltonne. Ich liebe dieses Spiel. Das ist der Apple Market. Hier ist das Shopping Center in Catalogs. Wenn wir noch andere einen jetzt kennen. So das Apple Market heißt. Siehst du die Banner da? Wenn du want to look up or down. Und der möchte schon ein Button. Okay. Ja. Wenn ich da zwei drücke, kann ich den machen. Geil. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen. Okay. Naja. Lutscher. Die Physik, ey. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Komm. Gibt's so keinen Korb. Ist das cool. Und Schuss. Und. Ist zwar getroffen, oder? Schade. Ich dachte, das könnte reinfliegen. Dann gibt's irgendwie ein bisschen Kohle oder so. Ein paar Zenni. So, warte mal mit ihm. Haben wir gequatscht. New Single Shizuka. Hm. Da ist die Erwachsene in der Abteilung. Ich erinnere Schieners. Kann ich da rein? Wie genial. Ohne Witz ist das geil. Der sieht voll freundlich aus. Also so von Gesicht schon, ne? Der Typ da. Ne, der Kunde. Schaltet ganze Zeit nur einen Spiegel. Und kauft mir irgendwas. Kannst nicht mal sagen, dass ein Stammkunde aber ja nichts kauft. Guck mich an. Finde ich's cool, oder was? Ah, schwierig. Weißt du, ey. Ich liebe das Spiel. Oh Mann. Wir kommen nie aus dem Jahr 1998 raus. Aber sind wir schon im Dezember. Was aber auch alles spielen, ey. Das ist okay. Kannst du nie in einen verdammten Laden rennen. Aha. Barock CD on the play. Ja. Ja. Zeig mal. Ja. Das klingt schon barockig. Hm. Man müsste ja noch auf dem Beat Rob warnen. Ja, ja, war er. Okay. Wieso? Gibt's hier was anderes? Gibt's hier was anderes? Ja, war die Vorfreude zu groß, passiert mir öfter mal. Warum? Warum? Nö, das kann man ja schon. Schade. Ist das liebevoll alles. Oh, sorry. Wieder diese Vorfreude. Junge, der Song ist richtig gut. Ich kann auch so mit Animes, konnte ich ja nie was anfangen. Ich hab's noch nie wirklich probiert. Vielleicht ändert sich das. Ist ja so animemäßig, ne? Es sind Megamin, es gibt da ne Manga-Serie. Ich glaub, das heißt ja nicht Manga, ne? Ich glaube nicht. Weiß es nicht. Sechmeyer-Erkenntnis. Okay, ich kann hier zu diesem Jahr anhören. Was haben wir hier? Ich bin so, so erfreut. Oh, okay. Ja, das fühle ich. Es ist aber ein flotter Takt. Ja, okay. No on sale. Jetzt haben wir sich, äh, Zwillinge, ne? Jetzt ist CDU-Wut. Okay. Boah. Langsam gestartet und dann richtig aufgebaut. Was haben wir hier? Die Freude, er springt. Äh, auch klasse. Na ja, klar. Das ist ja so ein bisschen nachdenklich. Hm, 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 das ist das. Okay. Ein bisschen ne Creepy wie du. Mit dem Auge geht's nicht gut. Ich liebe das Spiel, ey. Äh, ich möchte eine CD, aber ich hab nicht genügend Kohle. Oder was? Achso, ja, dann, ja, oder hören die Champions an. Das ist vielleicht. Das ist ein Verträglicher. Äh, wer mated sie? Okay, okay. Jetzt bin ich schon gespannt. Viele Einflüsse von Mutter hat. Okay. Finde ich nicht mehr so schlecht. Das Biene steht am richtigen, egal. Was haben wir hier Schönes? Ne Blume. Erzähl mal. Okay, hä? Na? Hör dir erstmal die Sample-CDs an, äh, bevor du gehst. Finde ich eine coole Sache. Ist nicht so dieses Aufdringliche. Sondern so, ey, hör doch mal rein. Und dann, vielleicht kaufst du ja was. Vielleicht nicht. Fusion-CD, ey. Was denn das? Techno. Tatsächlich klingt das nicht mehr jetzt. Also, ne, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt so anhören würde. Aber es klingt jetzt auch nicht schlecht, ne? Ja. Das war erst. Wir sind erst im zweiten Shop. Ich liebe dieses Spiel. Ich drehte jetzt erstmal nochmal das Ding. Also, okay. Vielleicht bin ich aber auch rechts für es mal. Ja. Jetzt hat doch alles die Wahrscheinlichkeit. Ja, süß denn. Na, können wir schon besser mitziehen. Geil, 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 geil. Warte, der nächste ist. Ja, ja. 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 Ja, guck, beim Junxter. Okay. Das war nur ich. Der wollte uns verkackern. Ja. Zu groß, um es nach Hause zu bringen. Ja, ist halt die Zeit. Wart man noch ein paar Jahre ab. Ist das geil, ne? Vor allem ist dann auch sowas, ne? Ein bisschen... Also es ist noch retro-retro, was cool ist. Äh, da sind viele verschiedene Sachen, äh, auf den Regalen. Ja. Seht da auch nichts aus wie Parts, die Wein gebrauchen können. Ah, Leute. Achso, ne, ne. Ich wollte hier mit, äh, Kumpelblase reden. You could use. Achso, kann auch sein, dass ihr alles sagt. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Warte mal ne Minute. Bist du einer von diesen... Äh, wie werden sie genannt? Bist du ein Gräber? Speichere mal. Ja. Ich dachte es mir doch. Sieht aus, als würde jeder ein Gräber sein. Aber du bist ja irgendwas der Ausgräber, den ich hier gesehen hab. Was ist wirklich Ausgräber? Ja. Was wäre, wenn ich ein Nein gesagt hätte? Probieren wir es mal. Okay. Schön ist, dass du halt so vorspringen kannst. Ey, das ist so durchdacht. Also ich halt wirklich an anderen Spielen Vorbild genommen. So. So. Voraus ein bisschen zu. Weit. Ah. 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 Okay. Okay. Ja. Haben wir hier noch was Schönes? Nein. Und dann kann ich einfach vorspulen, ne? Und so sprichst du dann Sachen doch häufiger mal an. Weil du halt nicht die Angst hast, dass du in ewige Boxen verwickelt bist. So. Erzähl mal. Oh. Ist einer von den Leuten, die hier gecrashed landet sind. Gecrashed landet mal. Möchtest du Früchte? Wie sieht es aus mit ein bisschen frischem Gemüse? Ja. Cabbage. Was war Cabbage nochmal? Uh. Pilze und Karotten. Cabbage. Viel Gemüse hier aufgereiht. Okay. Ah, ich liebe das Spiel. Ey, wir werden uns alles angucken. Da sind Tomaten, Goten und andere. Anderes Gemüse. Aufgereiht. Ist auch schwierig, wenn dieses Cabbage gefahren bin. Ist keine gute Idee. Ist zu öffnen ohne Erlaubnis. Okay. Na dann machen wir nicht. Achso. Nicht reingehen ohne Erlaubnis. Ist okay. Soll ich ihn nochmal ansprechen? Oh. Naja, okay. Schade. Der Shop hat nicht offen. Aber der ja, ne. Akbar. Ist ja. Ich liebe das Spiel, ey. Schön. Das ist, äh. Das ist dieses neue Spiel, was Megaman Legends heißt. Sieht ziemlich interessant aus. Schön, schön. Sollte. Heute. Ist das hier drauf? Ne, ne. Schade. Was haben wir hier? Erstmal in die Kasse gehen. Schade. Bäckerei, ne. Sharkskin. Ja, Bäckerei. So, okay. Ah, hier. Guck mal. Ja, noch eine andere. Die ist anscheinend besser, die ist zumindest besetzt. Wenn du wohin gehörst, äh, die, äh, draußen von der, von dem Thorn, bei dem Twice. Du kannst reingehen. Auch wenn du keine Lizenz hast. Ich hab gehört, dass der, äh, Junkshop, äh, Besitzer, nächste Tür immer, äh, dort reingeht, um nach Paar zu gucken, ne. Dann wissen wir schon, wo wir hin müssen. Ey, wir werden das Spiel spielen, ey. Hast du Bock drauf? Und du? Das ist mein Hund. Paprika. Paprika? Deutsch geschrieben, ne? Oder haben wir eigentlich? Ne. Ist gut. Ist ja, ja. Das ist von der Albschlussnennung. Ah. Naja. Gut. Ja, albschauend. Will ich hier mal ansprechen. Ähm. Bis unter... Ah, da ist der Hund. Paprika, ja. Okay. Hi, Paprika. Guck mal, hier kann ich mein Kleidchen machen. Ist so geil gemacht, dieses Spiel. Ja, du bist irgendwie süß, dein Name ist Megaman, oder? Das ist meine Art von Mann, weiss ich, ob du dir Frauen Kleine angucken willst, aber komm zurück und kannst mich jederzeit, kannst du mein Bett im Sturm besteigen, hat sie quasi gesagt. Du auch? Ich mag wirklich dieses Kleid, der fängt in mir. Denkst du so gut an mir aussehen? Ja? Wirklich? Du wirst das für mich kaufen. Sag mal, wie sehe ich denn aus? Nein. Das war nur ein Spaß. Die Kassiererin ist mir sympathisch, ja. So, haben sie was in meiner Größe? Was wäre, wenn ich ja gesagt hätte? Hätte ich ausprobieren, das ging es einfach, macht man nicht. Was so wusseln. Sieht sich an, als wäre jemand drin, da. Die Frontstimme sagt, hm. Weißt du ja nicht. Wir fühlen ein bisschen zu hoch. Sieht aus, als wäre da jemand drin, da. Ja. Ah, okay, okay. War nur ein Spaß von mir. Also, ich kann es auch nicht kaufen. Ich speichere vorher, weil das, das macht nichts. Das war so böse, das lese ich nicht mal vor. Jetzt guckt eh keiner unter 25 das Video, also. Ähm. Ja. Okay, da ist der einen Junk-Shop, da muss man auf jeden Fall rein. Eine Box? Nee. Ist da was drinne? Reflector Shard. Hier ein Stück, ne? Shard ist ein Stück, ne? Shard hätte ich jetzt irgendwie ein spitzes Stück irgendwie im Kopf. Also, ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen, hundert sind. Okay, wahrscheinlich ja nicht. Außer wir haben eine spitze Behrung. Vielleicht bei denen vielleicht so hoch und... also spitz. Naja, gut. Okay. Immer rein. Hi. Kann das sein mit dem Kind? Ist das so ein Schwein? Ich frag's denn das besser nicht. Die Junk-Shop-Lady sagt. Hat's für nen Schiff? Ah, tut mir leid, aber mein Ehemann ist grad draußen. Ah, ja, ja. Er beutet, ne? Vielleicht Ausgaben. Naja, ja, ja. Beute gehört Sachen. Du weißt, was nen Dick ist. Ist da, wo du runter gehst. Also, ne? Nach alten Maschinen-Parts suchen. Ich frag mich, was da so lange dauert. Hey, kleiner Blauer. Junge. Wärst du gewillt, ihn für mich zu suchen? Naja, klar. Ja, ja. Gerne. Ich... Okay. Ja, das wär lieb. Du wirst ihn irgendwo in der Nähe vom Eingang finden. Was sagst du? Also... Ähm, du siehst... Er geht nicht weit rein. Okay. So viel zu entdecken. Ich liebe es, ja. Junge Schauble. Das ist da. Ah, okay. Ein ausgestopfter Riverboard. Okay. Ein Altersfamilienerbstiff. Wir nennen das Rover. Süß. Und... Das Ding dahinten... Ah, ist... Stimmt, ich kann da einfach springen. Ja, okay. Vielleicht kann ich später mal. Die Frau will ich jetzt nicht bespringen. Machen wir mal nicht. Lux und Folio. Sorry. So. Ja, Timmer. City proper. Proper ist vorbereiten, oder? Ne, ist das nicht. An der anderen Seite auf das Gate. Okay. Ist eine ID-Card. Was? Ne. Ach, schade. Wo ist deine, um da reinzukommen? Oh, da schiebt sie mich auch noch weg. Oh, ey. Okay. Achso, dann kannst du es von uns noch mal reinzukommen. Bist du sicher, da ist einer? Och. Jetzt bin ich wieder weggeschoben. Wir sind... Wir sind... ...schmutzig mal im Geziner. Aber... ...wann... 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 ...wann lustig mal reinzukommen. Aber... ...da sind so viele Leute oben... ...hier in der Nähe. Wenn es jemand sieht... ...dann kann er kurz mal gucken. ...viele Novels, okay. Nichts, was interessant aussieht. Okay, also... ...finde ich schon interessant, äh... ...wie sie einen Humor hier aufgebaut haben. Und wenn du überlegst, dass das für kleine Kinder ist, ja. Okay. Haben wir schon? So, da werden dann auch wieder Novels sein. Okay. Haben wir dann auch angesprochen, ne? Comics, okay. Ja, sind, äh... ...ne... ...verschweißt und in Vinyl, äh... ...ne... ...umziehen. So... ...leute können... ...die nicht lesen... ...ohne, dass sie die gekauft haben. Clever, clever. Was haben wir hier noch? Warte mal... ...Area Map. Ne, kann ich aber nicht ansprechen. So, okay. Versuch's mal. Garbage... ...okay. Ist da was drinne? Okay. 20-10. Okay. Leute, schmeiß... ...schmeiß einfach's Geld weg. Box. Okay, die ist mal wirklich leer. Ähm... Steht drauf... ...bitte... ...Bürgerkarte reingeben. Haben wir noch nicht? Brauchen wir erst noch. Ist das geil. Das Spiel ist hammer. So, jetzt suchen wir den Typ hier. Aber vorher gucken wir nochmal eine Mülltonne. Okay. Äh... ...Garbage schicken. 50-10. Siehst du, haben oder nicht haben? Tore. Er hat er verdient. So, okay. Hier ist mein Öffchen. Der wird nahm. So, okay, okay. Jetzt suchen wir ihn. Geil, dass unsere Quest... ...Wenn der Stimme sagt, Hilfe. Jemand, Hilfe. Ist euch hier gut so nahe vorgelesen, ne? Absolut. So, okay. Ich glaub hier werden wir uns öfter mal... Uh, 8H schießt man. Ja. Okay. So, okay. Kann ich springen und schießen? Ne, leider nicht. So, aber hier. Mal. Yikes. Sagt er. Yikes. Das ist eine Zeit, muss ich das sein. Was wir nochmal genauer angucken, was das ist, was herumfliegt. Okay. Mal fassen. Kann ich irgendwas gedrückt halten? Kann ich, oder? Ja. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Kann ich ein Bayern sein? Geil, ja, ja. Und jetzt komm... Boah, ist das ein schönes Spiel. Kann man das schlecht bewerten? Ist er nicht? Ich verstehe es auch nicht. Okay. Irgendwann ist das hier... ...hat geploppt. Hilf mir. Ja, ich komm ja schon. Ich bin auf dem Weg. Ja. Was gibt die P? Nein, das ist kein Rollenspiel. Doch, irgendwie schon. Das ist ein geiles Spiel. Ach, da oben ist er. Was ist denn? Was sind das überhaupt? Hilfe! Ja, ist ja okay. Ey, guck dir mal an, wie geil das ist. Ist das wirklich Jahr 98? Muss doch mal nachgucken. Schade, hab ich verpasst. Was ist denn? Vielen Dank. Hast du mein Leben gerettet? Oh. Vielen Dank. Mr. Blauer Junge. Komm mal bei meinem Junk Shop vorbei. Ich werde dir etwas gegeben als eine Entschuldigung. Oder ne, als Dank. Ich habe genügend von dem Platz hier. Also von dem, ne. Ich gehe nach Hause. Mach dir keine Sorgen um mich. Wenn nix ist, äh... Ich habe auf jeden Fall Bock weiter zu spielen. Ähm... Bis dahin. Herzlich willkommen zurück zu Mega Man Legends. So. Wir haben im letzten Part am Ende, wir sind hier in den Dungeon runter, haben den Typen gerettet. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ihn noch mal so ein bisschen, ja, erkunden. Wir sollen zu ihm in den Shop kommen. Und da können wir dann uns, ähm, als Dank ne Erholung quasi ab... Okay. 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 Aber wir müssen hier herankommen, sind keine Fernkämpfer. So. Ich muss aber aufpassen. Ich muss die Dinger ja einsammeln. Pass auf. Warte. Noch was. Ah, danke. Ja? Nicht weggehen. Was ist das? Kannst du ehrlich, was ist das? Ja. Walsch. Äh... Nochmal Items. Mhm. Ja, cool. Jetzt mal richtig. Cooles Spiel. Special Items. Den hat man gefunden im Intro. Pasta Parts. Haben aber nichts zum Anlegen, das einen hat man gefunden. Special Web Plans. Ja. Und Hand. Okay. Okay. Ja. Aber was ist denn dann das grüne Name? Vielleicht Zenny. Das muss ich mal gleich gucken. Irgendwas höre ich doch aber. Oh, das ist nicht gut. Oh, so ein 930 hatten wir irgend. Und... Das ist wahrscheinlich genau von... Oh, könnte das sein. Vielleicht kriegst du das aber auch so weiter umfällt. Wenn es einfach nur Kohle wäre, dann wäre es ja easy. Dann machten wir schon Schaden hier. So. 1980. Okay. 2030. Okay. Die Grünen sind einfach ganz viel Kohle. So weit weg. Oh. Der steht ja wieder auf. Gut. Nehmen wir richtig Kohle. Bitte? Ja. Doch, hab ich ja eingesammelt. Ähm. Was? Wie könnten wir was, ähm, zur Heilung kaufen? Okay. Das war einfacher als gedacht. Man mag gleich an sammeln. So. Uh. Sehr cool. Richtig Kohle-Card. Richtig Kohle-Card. 6 vorgestellt aber ein deutscher kommentare so sachen später ist er mir ja mein basta part okay ich habe jetzt noch was gefunden was da war und das weiß ich das stimmt ich kenne los werden doch schon ein normal items rpd plus 1 text und das andere war die geschwindigkeit dann lassen wir das mal in der tag mehr schauen das ist doch schon mal gut da ist aber dann auch von natürlich blockiert wenn schon dass du zeichnungen auf dem boden hast das ist genau mein spiel das ist genau mein spiel wir haben ja zumindest leben wieder drin also es war darauf ausgelegt dass sie ja grüß und ich habe nicht so einschätzen so können wir hier nur irgendwo weg weil bei ende dort das war jetzt sehr linear waren da hinten sieht es geht es wohl weiter laut der karte war bloß noch nicht geladen so schön alles erkunden ich glaube die bleibt auch freigeschaltet ist mir richtig gerne spiel warum ist eigentlich unser pfeil so kaputt er hat vorne und wie eine nase drin sieht aus als wäre er nicht zu ende designt gewesen also speichern ich finde ich finde ich wieder raus dann noch mal drin guck mal hier lang geht es jetzt raus war es aber vielleicht doch besser hier geht es raus ja okay dann gehen wir doch mal hier ne geil bisschen kämpfen niemand hier ne der ist ein mauerweg wenn wir irgendwas hätten um durchzubrechen naja hätte er sein können ist blau auf der karte fand ich so merkwürdig aus was ist das hier was ist das rechts ausreichend schön wenn wir ganz viel kohle sammeln da oben ist was ich habe immer noch nicht so schräg habe ich dafür gemacht dass dann von mir nicht von der anderen ecke gefällt das spiel mega ich kann es ja wirklich nicht jetzt wir schauen aber wir können das nicht einsammeln wasser fallen das was könnte sein dass er eine tür öffnet da ist auch nicht der fall wieder da ist wenn wir wieder kommen ich habe einen schuss jetzt ok na einer zumindest runter gut das hat einfach nichts gemacht schön 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 ok aber wenn wir noch nicht weiter können ist das schon mal ein gutes zeichen ja dann haben wir erstmal hier anders an die nicht was wir können ja dann geht es wieder hoch gut dann gehen wir mal zum shop ja mir gefällt das spielbiss ja mega was machst du hier hey guck dir das mal an megaman sieht aus wie ein spotterscar ich frag mich ob es laufen würde wenn wir es reparieren würden geil kann man mit dem auto rumfahren das wäre so cool oh sorry hast du denselben text ja ja ok cool cool speichern würde ich jetzt nicht ich mach mal hier zwischenspeicher und achso warte mal das probieren wir mal aus mit dem restore ich habe gehört du hast dem junkstore besitzer geholfen er möchte sich bei dir bedanken du sollst zu ihm hingehen finde ich sehr cool ähm ja mach das mal gut achso ok jetzt hat er mich einfach gereicht sehr schön ich glaube hier können wir erstmal nix machen gehen wir mal rein geil also spiel bisher bin ich richtig mega warum rennt er denn jetzt hier rum warte mal wo rennt er hin was schon sagt was willst du komischer typ ok wenn es er sagt ich kann nicht so schnell rennen ich los äh ich verliere äh ok keine ahnung keine ahnung aber dann dreht man doch erstmal das ding hier schau ne die physik ist der hammer ok was sagen gehen wir mal zu ihm hin so jetzt ist er allein hier nehmen wir mal fertig steht neben der Mülltonne ja interessant äh wenn wir attack fangen ja ich muss nicht rennen siehst du weil ich der kündig der Zügels bin ja kündig der Zügels ok ja ja da gehen wir rein jetzt Zwischensequenz Zwischensequenz bist du blöd zum trinken naja muss ja auch spannend bleiben und bist zurück gekommen das war es jetzt oder wie was sagt sie oh vielen dank ich weiß nicht äh was ich gemacht hätte wenn wenn du nicht hier nach ihm gesucht hättest ja ja der Besitzer sagt ha 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 vielen dank äh dass du mir da geholfen hast nimm das als äh Belohnung mein Parts Kit hast du das alte äh äh fertige Auto da draußen gesehen draußen außerhalb der Stadt ist das Auto äh das wir genutzt haben als unser Support-Kern äh wenn wir als wir jünger waren kannst äh kannst du das haben wenn du willst äh es läuft nicht mehr aber du solltest sollte dir möglich sein ah ok ok da Ersatzteile rauszuziehen wenn du äh nach Parts von deinem Schiff suchst ne tut mir leid äh ich hab nichts äh nichts wie das hier äh ich hab Waffen und Upgrades und andere andere Sachen die ich dir verkaufen kann komm wieder und äh ja schau's dir mal an was hast du gesagt was dein Name ist Hippo Hippopotamus ja Megaman Megaman das ist ein schöner Name ok Megaman wir sehen uns später die sind ja voll lieb warum sollte ich die jetzt irgendwie annehmen was macht das Baby dort ist schon ein bisschen creepy aber es blinzelt nicht es ist irgendwie ok wir gehen hier raus schnell ok ich jetzt da zim zu trinken warte das war doch vorzüglich so ok ok dann müssen wir jetzt erstmal wieder hier raus gehen wir erstmal zu ihr hin und ja genau stehen auch beim Auto sehr gut hier Megaman were you able to find anything oh if you can't find any parts in town i guess we'll have to try digging for them ourselves good to do that's what the man at the junk store said that might take a while which means huh Megaman what's that it looks like a weapons upgrade module oh oh this yeah the junk store man gave it to me you said we could use this car to hook it up you mean we can use this car well come on then let's get it attached right away ab geht's ich finde das Spiel hammer there it's ready this weapon lets you use landmines just drop them in front of an oncoming enemy and boom just remember there's a limited number of mines so make sure you use them sparingly do you want me to explain what this weapon does again i'll get to work on fixing this car up i'll be able to help you out and maybe spot for you if i can get it running again what you want to do pork ja ich freue mich dass es repariert wird äh special weapons special weapons äh mit er war unter ok ja dann schmau ok das ist halt stärker als mit der normalen Buster gun wann geht das adventure ah achso kannst du eins gleichzeitig tragen wenn ich das support card fertig habe kannst du es benutzen um Waffen zu wechseln ok wir bringen ein special weapon you can fire it achso mit dreieck ok wenn du keine special Waffe hast dann achso eine special Waffe kannst du nehmen aber normal schießen anscheinend immer nur naja ich gehe sichern dass du die richtige willst kannst du welche ausrüsten und ablegen ah im Menü ok zeig mir nochmal item development ok mit dem support card kannst du viele neue Sachen machen wenn du etwas interessant findest bring es her ich weiß nie äh was es dir daraus machen kann so dann erzähl mir etwas über das Auto äh er funktioniert gerade nicht aber ich kann es auf jeden Fall zum Laufen bringen äh warte dann nur ab und seh ok cool das ist ein geiles Spiel ah ah there you are I've been looking for you so I could give you this your citizens card now you'll be able to use the city gates of course there are some gates that can't be opened but why's that pirates we've received information that indicates there are some headed this way so as a precaution we're evacuating the civilians and locking the gates pirates um our grandfather is still inside the city will he be alright well I'm sure he's heard the announcements about the pirates if I see nothing make sure he gets to a safe place if you excuse me I'm worried about Gramps I hope you'll be okay I'll go look for him you wait here okay Megaman be careful oh süß ehm find ich auch schön so so die also ich brauch jetzt gar keine extremen hohen Schwierigkeiten grad das macht einfach Spaß ja sich in der Welt zu bewegen es kennenzulernen zu gucken was sie alles gemacht haben schön ok dann gehen wir hier mal rein soll ich jetzt das waffen upgrade anlegen würde sich lohnen gucken wir mal bei special weapons ah ja ok da ist die karte so jetzt haben wir gerade den arm infinity energie so aber dann habe ich den anderen nicht dabei ich nicht zeigt mir noch mal special items wenn wir es angucken kannst du nicht aktivieren mal sehen das ist was anders ich möchte und die freunde planen neuen streich wieso können die nicht erwachsen werden und sich nachher im alter aber nehmen naja muss ja auch nicht sein dann ruhig ja so ein bisschen soll ich hier noch mal reingehen warte mal in den rekordschirm vielleicht kann ich jetzt hier rein guten tag hast du jetzt äh stadttunner du kommst da von der von downtown dann das nördliche tour ist das geil und ist das schön aber sehr vorsichtig da sind immer so ein paar dummische kinder ok na ja aber ist unsere jugend nicht dass wir ein ökonomisches problem haben wenn du hast gut reden hier von dem gemüseshop das ist keine gute idee das was nicht mal interessieren würde warte sagt er nicht die schicht okay ganz viel zähne ich finde es mal interessant was es so pro spiel für sheets gibt erzähl du auch mal was diese kinder die hier immer nur rumhängen wissen wer die piraten sind und wo wir sie feinden können aber ist wieder nur eines von deren spezien punkts ok ok jetzt haben wir probleme ich rede erstmal mit der frau die war lieb der teil der stadt auf der anderen seite ist downtown ok dahinter ist die stadthalle aber die sind beide gerade leer jeder wurde evakuiert in die piraten in der piratenbedrohung so na dann erzähl mal hey wir haben hier ein geheimnis meeting geh weg ja man wenn ich vorsichtig bin sollte ich nah herankommen ohne dass es mitbekommen also ich kann schleichen es hat eigentlich immer wartet dass ich es lesen kann ok das war losbar das äh was das war ja warte mal warte mal ich habe irgendwo gespeichert das Mädchen sieht komisch aus sag ich dir verdächtig sie muss ein pirat sein sie sagt sie sucht nach schätzen niemand glaubt uns wir müssen sie selber bekommen äh sie selbst schlappen ey da belauscht uns jemand ist dieser blaue typ schon wieder los lass uns gehen ja dann geh ich erstmal zuge hin ne wir haben sie verloren wo sie gleich erst in die nacht downtown gegangen ok so hier ja sie war wirklich sehr merkwürdig ich meine sie ist unbekannte und sie hat nach dem schätzen gefahrt irgendwie war sie süß auch ja angeben so kopf gibt fünf punkte überbande aber ne nur fast den hund getroffen durch ihn durch ah schwester äh lass uns paprika mitnehmen wir müssen die piraten finden nein ist nein 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 du machst wieder einen da deiner tricks ok selber text aber cool wie war es ok ich würde sagen wir gehen so ich dachte erst dass er dass er links zu suchen unser ja und so wie heißt er denn wohl ich glaube nicht dass er wohl heißt ok got it once the decision made there's no turning back nothing less than 100 percent and remember it's more than just guns and ships it's whoever has the most information that wins right mhm right we understand you need to keep your costs and risks as low as possible and stay on schedule that's right you what are you looking at lego männchen sind so ne mitläufer wow wir haben fuck yeah keine ahnung das ist gta auf der ps1 hallo das können wir bestimmt noch Leute überfahren wow überfahre mich er hat mich überfahren überfahre mich wow er ich bin aus seinem auto best day of my life da ist die polizei an der polizei der war unmöglich er war unmöglich okay okay mir schlecht so warte mal bevor ich von autos angefahren wurde das ist mal mega gut das ist mal mega gut komisch minute kann ich äh äh naja das alles verlassen bevor ich das lieblings handtuch von philom gefunden habe bis er jetzt so spät und jetzt eigentlich übersetzen wahrscheinlich könnt ihr alle eigentlich das ist so dämlich aber andersrum denkst du dann auch wieder nö und dann schießt du Leute aus und das ist auch blöd alles ist schwierig ja wir wir stübern erst mal in Müll gucke mal sind Sunny Peace okay das wollen wir nicht jetzt weiter geht der Vater in drei Tagen wünsche euch einen wunderschönen Abend wenn es gefallen hat super gerne Daumen nach oben wow ich bin so leicht zu begeistern äh ich freue mich auf den nächsten Part bis dann herzlich willkommen zurück zu Megaman Legends so folgendes wir sind in der Stadt angekommen und wollen uns hier mal ein bisschen umschauen und am besten nicht wieder vom Auto überfahren werden obwohl so einmal wir auf dem Auto draus sein und okay kann ich nach vorne sprühen oh na gut cool fahr mich einwandern abstatt rum bitte ich will ganz oben drauf hmmm hier 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 oh Gott ich geh nicht hin geh nicht hin jetzt kommt schon die Polizei was ist das wenn die Polizei mich anfährt oh ja bis heute so und Fahrerflucht na klar so kennt man so Freund und Helfer okay ich spring drauf okay boah ich hab so okay ich glaube wir nehmen uns noch mal ein Getränk hier ich bin dann Sandy ey ich bin ja wohl kannst einfach entgegentreten so okay jetzt aber trotzdem mal eine Runde fahren mit Nodo da kommt eins jetzt 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 okay ich glaube ich bleib genau hier dann fahren wir mal durch die Stadt hey Polizei hast du auch wieder Polizei? schon Wahnsinn wie komplex das alles ist oh toll großer Bus ja ich glaube mit ihr habt ihr schon gesprochen ne? äh achso ja 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 hatten wir okay ja die hatten wir gesprochen also komm irgendwo von hier oder sie läuft erzähl mal was er sieht halt Angst und äh möchte weg aber sie sollten vorsichtig sein wenn sie fahren sie sollten vorsichtiger sein wenn sie fahren so dass auch aufpassen und äh wir sichern dass du nicht überfahren wirst naja hab ich auch vor allem mit aber danke danke ich kann da reingehen ins Gebäude also das können die Stadtteile sein erzähl mal das ist die... ah Bibliothek wir wollen nicht lügen gerade aber ich kann ja die Piraten äh Piraten bringen sich dazu hier zu schließen okay hast du... okay fährst du auch nur? das sieht gerade so aus ist das genial und wenn wir piraten die bibliothek korea dann können die idee kannst du dich noch mal bücher verlesen ja schwierig musik was sie hier draus gemacht haben schön gehört dass die piraten kommen so ich kam her und man wollte alles über piraten nachdem was ich gelesen habe sieht es so aus dass wir im piraten keine netten leute sind so das war halt mehr so nah oder production to digging den minister der waffensauspiel wirklich abkühlen ja die richtigen sachen für mich sie also für den job ok er kann sie einzelne attribute verbessern und auch den nachladen und ja die special dinge zu abkühlen hat sich ein guter hinweis haben okay history of catalyze 1-1-1-1-2-10 ok ein paar hundert jahre zuvor oder 100 jahre zuvor wurde es entdeckt als es entdeckt wurde war die oberfläche fast überall mit zerstörten gebäuden bedeckt Nachdem die Refractors entdeckt wurden, unter dem einen, Refractors, es war irgendwas zum Wiederherstellen, ne? Als sie vor 60ern entdeckt wurden, okay, erzähl. Okay, dass überall Ruinen sind, äh, im Untergrund. Okay, und viele, viele Unfälle sind passiert. Okay, und hier könnte ein Legedäer Fluch drauf liegen, da gibt's Gerüste drüber. Aber viele wurden dann einfach verschlossen, vor allem von der Öffentlichkeit. Deswegen, deswegen darf ich sie da einfach Ausgrabung machen. Okay, einmal im Jahrhundert kommt eine undefinierte Präsenz. Die hier irgendwie erwacht, was? Achso. Und zerstellt alles Leben, okay, cool. Ja, die Piraten jetzt vielleicht. Oh, hi. Okay, nachdem ich evakuiert wurde, hab ich viel Zeit, ne? Ja. Ähm. Ja, und dann hol ich mir was zu lesen. Clever, clever. Smartphones waren ja leider nicht so. Problem 2, weil wir was lesen, komm. Hm. Hm, 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 hm. Professor Amelia, 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 Amelia. So, äh. Okay, okay. Verschействende Zivilisationen wurden hier gefunden, überrascht. okay wurde öfter was öfter gebaut und wurde jedes mal zerstört ok ok deswegen denken so ok alle 100 jahren wird ja das platt gemacht weil vieles es wurde oft gebaut irgendwas verfolgt die insel daher kommen die mysterien naja ist aber jetzt kein wissenschaftlicher konsens und wie naja viele die in die legende glauben haben die das insel verlassen ok und es nimmt immer weiter ab die jetzt die leute die hier sind es ist echt spät ist das größte probleme auf der insel was aber gerade bekommen was denn geht es da der weite städte ok stadtmauern und alles sind auch aus den übrig gebliebenen ruinen gebaut funktioniert immer noch ok also gar zu detour anscheinend ok ok sind die stadt oder eben noch da ok ok x kannst du Okay, also X drücken, wenn wir auf jeden Fall geschmissen werden. Interessant. Holen Machinery. Let's see. Ja. Okay. Ja, ich auch nicht, ob ich das alles verstanden. Roll. Roll. Roll heißt es ja jetzt wirklich Roll. Roll. Ja. Oh, die verbotene Abteilung. Kann eigentlich dann vielleicht zu dir hintergehen? Ja. Ja. Na, dann, äh, mal raus. Schön, schön, schön. Okay, was gibt's denn noch Schönes zu sehen? Was da? Da waren wir auch schon, ne? Malbox. Ja. Kannst du an deinen zweiten Charakter Sachen schicken für's Auktionshaus? Ja. Da ist ruhig drinne. Wir wurden wahrscheinlich evakuiert. Ja, anscheinend drinnen was. Warte mal, R2. Also es gibt, ja, siehst du, dass nix drin ist, aber... Ja. Ja. Obwohl das ist ein instanzierter Bereich, ne? Wenn du drinne bist, wird geladen. Das ist mein ganzer... Wie ganz, äh... Äh... Männerstimme sagt, äh... Lass uns gehen. Auf Wiedersehen Haus. Ja. Bin mal gespannt, was hier passiert. Dann kick. Hass. Durchschweinen oder was? Äh... Vielleicht waren wir hier schon. Äh, wo ist es? Jetzt, weil ich alle meine Sachen habe, seit der Frau, muss ich in den Markt gehen und alles ein Brot und Gemüse kaufen, dass ich alles, was ich bekommen kann, ja schon gar keine Panik verbreiten. Hier ist er auf Papern oder so. Okay, wir sind unterwegs, bitte suche uns nicht. Okay, super. Was haben wir hier? Noch eine Tür? Schön an beiden Türen. Was ist denn hier? Alte Männerstimme, was? Von Piraten? Nee, ich bleib hier. Wenn der Frau sagt, ach, los, Opa. Was ist, wenn das Haus von irgendwas getroffen wird? Dann stirbst du. Wir müssen rausziehen. Okay. So die Solicitation? Warte. Verstehe ich nicht. Kann ich kicken? Nee. Aber ein Rückstoß. So, okay, okay. Und wo stand hier noch ein Officer? War ich hier schon? Hier ist keiner mehr da, aber ich glaube, hier kriegen wir eh nur Texte über den Türen. Ja. Wo ist Opi? Wo ist Opi? So, da ist das. Ah, nee. Da ist die Frau da, ist der Polizist. Den werden wir auf jeden Fall quatschen. Ah, zeig mal. Ah, nee. Schade. Was? Was? Okay. Das heißt, aber ich kann anscheinend hier durch. Gibt es hier sonst irgendwas? Nee, ich glaube, sonst waren wir überall. Okay. Vielleicht da drüben nochmal. Jetzt hält natürlich das Auto an. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Wo ist das? Okay. Wir können nicht alles mitnehmen. Kommen. Wir müssen abhauen. Alter Mann sagt nein. Ich lasse dich bei der Collection von... Langstina, Alter. Mal kurz. Ja, okay. Die will er auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist richtig. Sehr schön. Sehr schön. Achso. Ich bin zu Verwandten gegangen. In wegen Zettel. Ruhig drinne. Ja. Keiner mehr da. Hier. Okay, okay. Haben wir hier noch irgendwie... Leute? Nee. Dann ist noch ein Gebäude hier. Können wir nochmal reingucken. Ro and Rotas. Sag mal. Was ist denn das? Ro and Rotas Party. Maybe Ro... Maybe Ro... Ah, okay, okay, okay. Cool. Ein Glück, äh... Schauen wir so viel. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Ja, keinen Namen und dann... Auch wenn wir in Haus dann noch einziehen können. Ah, ist von deres Haus. Und dann ein Richter auch noch. Wie es auf Paper das sagt. Na, niemand hier anscheinend. Niemand hier. Was ist denn das hier? Bastard. Wir müssen... Bus in der Stadt sein. Bitte überfahrt mich jetzt nicht. Dankeschön. Das sind aber große Autos. Okay. Da hinten ist City Hall. Ähm... Ja. Hier war nur irgendwas. Genau hier. Ich glaub hier war ich noch gar nicht. Ist hier keine Tür? Nee. Das Haus hat halt echt keine Tür. Und du? Die Halter ist uns verbunden. Hier ist aber auch leer. Ja, dann... Na gut, ich würde auch nicht einziehen, wenn... Wenn es keine Tür gibt. Und im Fenster legen. Ja, okay. Beeil dich. Wir müssen evakuiert werden. Kannst du's hier lassen? Nee, ich kann's nicht. Meine... Meine Streetfighter-Pumpen. Jeder. Äh... Macht... Äh... Ne? Ein paar Kacke an mich. Wenn ich... Wenn ich die nicht hab. Wieso können wir nicht warten? Bis hier, äh... Show vorbei ist am Fernsehen. Warum Stimme sagt, äh... Was ist mit dir los? Ja, not going to be on TV. Ne, die sagen bloß, äh, äh... Ne, hier Sicherheitswarnung. Okay. Da läuft nur ein Loot-Sender. Haben wir hier mal schönes? Zip, ja. Okay. Ich glaub, jetzt haben wir wirklich langsam alles gesehen. Und das war der, wo wir... ...geguckt haben, ne? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ne Stadt-Hanne. Ähm... Bei... Hier dann... Jump on top of it. Okay. Kann wahrscheinlich... Komm, das ist ja jetzt ein Witz, ne? Es geht nicht. Wett mal, es geht nicht. Passt. Na, witt. So viele Gimmicks, das Spiel ist so schön, ne? So, wo ist der da? Ist ja okay. Dann wird das City Hall sein, ne? Ausholen. Das sieht richtig aus. Vor allem immer noch größer. Oh, Polizei hier. So, erzähl mal. Oh. Ja? Was willst du? Du, folgst mir die ganze Zeit? Ne? Ich hab keine Zeit mit dir zu spielen. Okay. Ja, bleibt mir bloß aus den Augen, okay? Okidoki. Ich weiß ja nicht, dass alle evakuiert sein sollten. Wie das Mädel da. Ja. Du machst nicht, was zur Erwachsenen dir sagen ist. Hast du auch ein Kind, oder was? Okay. Ach so, ich dachte, der hätte jetzt einen anderen Text. Hätte sein können. Ist aber nicht so. Ein bisschen erkunden, ist das alles schön gemacht. Hier ist nix mehr. Vielleicht da hinten noch irgendwas. Und viel von die Zeit, die hier rumfährt. Wir haben eigentlich die ganzen Autos auf den so bekommen. Was soll mit nem Schiff passiert sein? Warum geht hier nicht alle auf nem Schiff? Das naheliegt. Es erinnert mich irgendwie an Lego City, oder sowas. Ist das hier? Überfahrt mich nicht. Hi. Ich hab viele Sachen gemacht, seitdem ich hier in der Einheit bin. Ich musste noch nie gegen Piraten kämpfen. Ich hoffe, dass Grünwein hält für glaube ich nicht so viel. Nur autorisiertes Personal ist ja erlaubt. Ich dachte mir, ich versteck mich hier. Ich meine, ein Zeiten wie denen und vier Polizeistationen ist wahrscheinlich der sicherste Ort zu sein, oder? Ich hab schon mal über Seen der Liebe gespielt. Mit diesen Piraten, die hier rumlaufen, bin ich froh, dass wir sehr gut trainierte Polizei-Leute haben. Ich finde das Modell gut gemacht. Ich bin nicht hier, um zu spionieren. Ich bin nicht hier, ne, nicht ich. Ok. War aber ein bisschen harsch. Was erzählt sie? Ich hab mein Portionier verloren. Wenn ich schon mal... Kannst du mir helfen? Okay. Unser Job ist es... Äh... Leute zu beschützen. Ist richtig. Äh, okay, okay, äh... Dein Opa... Professor Beryl... Ist ein alter Freund... Ist ein alter Freund... Äh, das Major ist... Ich wusste gar nicht, dass er so ein... Berühmter Alteologer ist. Du wüsst, ne? Du wüsst, was das heißt. Egal wie... Wie mutig die Piraten sind... Äh... Werden nicht die Polizeistationen angehelfen, oder? Ja... Welche Hühle? Okay... Das war aber auch einfacher als gedacht... Kannst du das nicht einfach öffnen, okay... Kann ich hier irgendwas einfach öffnen? Du wüsst, ne? Ich erinnere mich das an Pink Panther von der Musik. Ja... Allein, dass das alles betretbar ist... Und ist sehr Wahnsinn... Versteht man nun nicht, warum Maniac... Dem so eine schlechte Bewertung gegeben hat... Und wie weit der Wald ist... Und... Ach, es ist... Wunderschön gemacht... Aber was ist denn jetzt die Stadt, oder? Und sie... Ah, da hinten vielleicht... Ach, da, okay... Ja, was gucken wir uns als erstes an... Hier, das... Wir sind reich... Achso, aber... Wir haben uns ein ganzes Geld mitgenommen... Als wir evakuiert wurden... So... Äh... Brech's nicht ein... Während wir weg sind... Okay, ja... Und das ist, ja... Na, dann... Wird ja... Auch nichts passieren, ne? Ich meine, in der Polizeistation zu wohnen... Da musst du schon... Cool, am bisschen offen... Wenn wir ein bisschen... Durch den Fenster einbrechen... Interessante ist... Hier kommt kein Text... Der rechte Fuß ist es, ne? Mhm... Ist hier irgendwas sinnvolles? Ne... Zeig mal... Ne... Fenster... Ja... Unlock... Wer ist da? Keiner zuhause... Okay... Schade... So ein geiles Spiel... So viel Potenzial da, ne? Mit so einer geilen Welt... Setzt für mich neue Standards... In dem Zeitpunkt... Bin mal selber gespannt, ob ich irgendeinen... In den nächsten Bereich rein durfte... Oh, kann man springen? Da muss man erst mal gucken... Okay... Da steht Nachhilfe der Polizei... Wir sollten uns eher etwas beruhlen... Beruhlen... Polizei Quill... Ist das genial gemacht... Sieht aus wie... Ich hatte mal so ein Playmobil-Set... Es sah ungefähr so aus... Nicht ganz so hoch... War aber cool... Was ist der Beryl? Ja... Er ist hier... Er ist im Meeting mit dem... Majoa... Bitte warte eine Minute... Ja... Jetzt passiert irgendwas... Piratenangriff... Vielen Dank, dass du ihn gewartet hast... Hier rein... Wir haben ihn gefunden... Hey Mega Man... Come to check up on me, eh? Hier... Lass mich dich an... Er... 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 Ich bin ein altes Freund... Professor Barrow... Ich habe als seine Handlung... Einmal... Als ich in der Schule... Hahahaha! Das ist ein kleiner Welt... nicht? Um zu dir die Wahrheit... Wir haben reporten... Dass es einige Piraten... nachher der da... Ich fragte... Professor... ob er ein Problem hat... Sie wissen, was sie nachher sind. Ich versuche, dass sie nachher der legendäre Trezember, in der Wahrheit auf dieser Isle. Es gibt viele historien über den Trezember, aber niemand weiß genau, was es ist. Ich dachte, vielleicht kannst du etwas wissen, Professor. Ich bin in der Beobachtung ein lange Zeit. Aber ich habe nicht in der Beobachtung von dieser Trezember, außer Legen und Myths. Schau, Mega-Man. Ich werde hier für einen Moment sprechen, mit Amelia. Also, warum nicht du zurück und schau dir einen Augenblick auf Roll? Nein! Sag' ihr nicht, dass mich über mich beschäftigt, okay? Schönen Abend und bis dahin. Herzlich willkommen zurück zu Mega-Man-Legends, kurz überlegt. Okay. So, wir haben den Professor wiedergefunden. Äh, sprechen wir nochmal an. Ich bleibe hier und wir werden mit Amelia. Pass auf Roll-Off, äh, falls die Piraten kommen. Oh, sorry. Tut mir leid. Äh, die einzige Information, die wir haben über... Ja, hier soll nämlich ein Schatz auf der Insel versteckt sein und da sind die Piraten wahrscheinlich auf der Suche. Äh, ja, wenn, ne, sind Ruinen überall unter der Stadt. Und wenn die Siegel, die ihr haben, ne, sind versiegelt, wenn das gebrochen ist, dann wird Schreckliches passieren. Auch wenn es so eine Legende ist. Als Major. Äh, kann ich das nicht ignorieren? Äh, ne, das ist nur Bedrohung hier. Also, ne, auch schon. Ich bin nicht Major. Ist das Detail, was geil gemacht alles. Ah, ich hätte gerne noch mal ins Bücherregal geguckt, jetzt nicht. So. Ach so, jetzt sind Ruinen, oder? Ich kann nicht still sitzen. Ich bin, ich... Ja, ich hab Angst wegen den Piraten gekommen, Papa. Pilatus Piraten. Was? Du bist von außerhalb, ne? Bist du ein Schatzgeber? Ja, fürchte dich nicht. Oder mach dir keine Sorgen. Jeder ist hier sehr freundlich. Du weißt auch nicht, wie du hier klarkommst, aber... Du wirst gut mit uns klarkommen. Äh, halt dich bloß an die Regeln. Und du hast keine Probleme. Na ja, kommt auf die Regeln drauf an. Und du? Ja, ich muss mich um meine Evacuation sorgen. Also, bevor es zu spät ist. Schon, dass ja alle so beruhigt sind. Ja, er stellt die Dinge aus. Sieht aus wie ein Arzt. So, wir kommen von unten. Oder? Nee, wir kommen da nicht von... Kann ich von da oben, dann kann ich da nochmal aufs Bücherregal angucken. Sehr gut. Hört mich nicht so. Wir machen bestimmt hier ein dummer Alten. Okay, Population und Deports. Okay, okay, okay. Okay, okay. Viele Informationen, viele Bücher über die Population. Steht hier. Achso, ich dachte, das stimmt. Ähm, ja. Und über die Ruinen. Ich brauche was noch irgendwann mal. Ich gucke hier nochmal. Ein schicker Stein. Ob der später nochmal Bedeutung hat? Okay. Okay, wir kommen raus aus dem Haus. Und ich zeige, wir gehen einfach mal direkt zurück. Obwohl es echt Spaß macht, hier Sachen zu entdecken. Ich glaube, in der Stadt werden wir noch oft genug. Es ist ein Hund! Was ist hier denn hingerannt? Was ist hier denn hingerannt? Deine Autos mehr hier, ne? Da ist sie hin, oder? Ja, ich bin nicht sicher, dass hier war anders hingerannt. Da ist ein Auto. Ihr wart mal willkommen. Ist bestimmt da hingerannt. Bestimmt, bestimmt. Soll ich überfahren? Ja. Aber ist doch was auf der anderen Seite ist. Yes, Plains. Was? Ja, viele, die evakuiert werden. Ist sehr beliebt dort. Okay, zeig mal. Okay, da können wir nicht hin. Ist eigentlich ganz gut. Ich meine, was soll, wir können da irgendwie zurück. Das heißt, die mit dem Hund ist, äh, auch in die Richtung. Oh, cool. Gibt's eigentlich falsch haben? Bestimmt, oder? Ah, guck mal hier. Das ist schon cool gemacht. Das, äh, Mädchen ist ein Pirat. Richtig. Haben, äh, eure Mutter euch nicht erzählt, dass ihr nicht lügen sollt? Bist du befreundet mit den Kindern? Ich hab euch nicht gesagt, dass ihr evakuiert werden sollt. Da sieht doch gar nichts aus. So ein T-Shirt hatte ich auch mal. Ja. Du glaubst uns nicht, ne? Was ist wahr, Officer? Meine Paprika. Mhm. Ein komisch aussehendes Mädchen gefunden. Muss ein Pirat sein. Ja. Vielleicht ist, äh, auch ein Alien. Also, Aliens würde ich jetzt auch noch nicht vernamen. Also, wer weiß. Ich nicht. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, wir schauen uns aber erst mal um. Ja. Ich bin alle evakuiert und gespielen hier rum. Ist das alles toll gemacht? Wie komplex, ne? 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 Wie komplex! Das war's! Der explodiert gleich. Oh, der hauert mal. Hast du gerade an der Stange quasi? Also, okay. Du, du machst nur dein eigenes Geschäft. Ja, das dachte ich ja auch gerade. Da haben wir gerade keine Worte gebrucht. Sie ist in die Richtung gerannt. Ich finde das Spiel Hammer. Ich muss mal nachgucken, wie viele Stunden das geht. Aber schön. Ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache, macht Spaß. Erzähl. Okay. Eröffne das Tor, bitte. Lass mich rein. Öffne. Ja. In der Gegend treten gemeinsam. Wir sind nicht voll, voll vom Leben, aber fast schon. Passt alles. Okay. So, ich kann hier jetzt erstmal nicht. Also, ich habe ja Select, ne? Okay. Ich kann hier umher wechseln. Okay. 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 Jetzt sind wir wieder hier. Ja, ja, ja. Erzähl mir. Hey, Megaman. Was geht ab? Wir sind immer da für Business, egal was es ist. Wenn wir etwas für dich tun können, frag einfach. Okay. Okay. Also, jetzt anscheinend erstmal nicht. Oh, wir können mal reingehen. Wer weiß. Kohle haben wir ja. Ah, guck mal. Ne, geil. Okay. Item. Levels to life. Okay, cool. Ah, was ist der life? Ist der Restore life gone? Ja, ja, ja. Pass damage life sheets. That's one point. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Wir zeigen mehr oder was? 2. Pass. Power Racer. Star Pass plus 2. 1 plus 2. Das ist das teuerste, was ich habe, das hier. Attack plus 2. Sorry. Manchmal kann ich mich nicht so... Es tut mir leid. Ne, Buster Parts, ne? Buster Parts. Oh, okay, okay. Power Racer. Attack plus 2. Ja. Oh, guck mal. Da haben wir ganz viel Attacke. Was andere würde machen. APD plus 1. Drop it. Ist vielleicht okay so, ne? Gucken wir mal, dass wir hier einen 2 haben. Sorry. Ähm, Buster Parts, plus 2, plus 2. Gut, dann nehmen wir die beiden. Ja, machen wir erstmal das hier und gehen jetzt auf die Buster Parts. Richtig cool. Equip. Ähm, ja, plus 2. Okay. Perfekt. Und die anderen beiden Verkauf haben wir die plus 1 sind. Dann haben wir auch wieder coole Parts. Achso, die angelegten Zeichen war auch an. Ja, super. So, und jetzt Buy. Gehen wir nochmal auf Items. Das ist 1.2. Ja, okay, okay. Es wird jetzt wesentlich teurer. Jetzt will ich es zwar noch. Okay, dann kann ich hier einmal kaufen, aber wahrscheinlich sind vor. Dann wird Live-Shield. Komm, ist sehr gut. 2.000. Dann würden wir 10 fehlen, ne? Ist egal. Dann nicht, muss man unten wieder rein. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie, sorry, Geld ausgeben müssen. Schade, hätten wir jetzt mal 10 Zentimeter. Hätte ich das andere gleich habe gekauft. Oh, guck mal, wie viel Leben wir jetzt haben. Okay, das wird ja richtig gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ja, ist okay. Passt hier. Habe so gut. Und wo wir jetzt auch hin könnten? Ne, ne? Leute, ausräumen machen wir nicht. Nicht mehr. Hey, hey, Mistrun, up, up, up and away. Omega-Man! Die ganzen Sprachsequenzen, Zwischensequenzen, finde ich geil. Wo ist Gramps? Was? 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 Was ist mit dem Mayor at City Hall? Ich hoffe, er wird okay. Hey. By the way, did you see those weird-looking ships that just flew past here? I've never seen ones like that before. I wonder who's they are. I wonder who's they are. There! There goes one! Ja, auch andere Leute. Mega-Man, I'm going to go and make sure he's all right. Ja, ne. Wow! Das Spiel ist schon der absolute Hammer. Und ich habe jetzt ganz viele Lebenspunkte. Überlege. Es ist ein Versuch. Wenn jetzt hier wieder Feinde sind, kann ich ein bisschen Zendee sammeln. und kann mir da das Upgrade kaufen. Das wäre ganz gut. Ja, geil. Der ist wieder da. Na klar. Ja, weg. Aber wie viel besser ich jetzt bin. Okay, einsammeln. Sehr gut. Aber wie viel besser wir jetzt sind. Schön zu sehen. Wir müssen uns gleich auf den Kopf wappnen. Wappnen. Und wappnen. Schön. So, einsammeln. Wieviel haben wir jetzt? Mal 890. Ein Koffer und zwar dieses Live-Dings da. Ach so, und das heißt, das ist ein Schild oder was? Ich glaube, du lasst aber keinen Nebfakt. So, kannst du hier das mal trainieren anscheinend. Und dann kann ich so schön stackeln. Das macht richtig Laune. Geiles, geiles Spiel. Ja, geht. Finde, das ist ein Nebfakt. Ja, wenn wir in... Ops. das ist geschafft zu explodieren und wenn wir so viel kohle geben richtig wir haben jetzt 840 und dann kommt noch einen ja das ist nicht wenn wir uns einsammeln großen schade Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wie viel wir uns einfach schießen können. Was ist das hier? Ein Sammen. Was heißt, was ist das hier? Vielleicht gibt es Leben. Okay, das haben wir schon geöffnet. Das bleibt bestehen, aber die Feinde werden wieder hingestellt, was top ist. Ob er jetzt schon die Wand angreifen können, in dem einen Raum, ob das geht, wäre mal interessant. Cool gemacht mit den Dungeons. Ich finde das Spiel bisher wirklich auf jede Art überzeugend. Vor allem zumindest auf der PlayStation absolute Vorreiterposition. Wir hatten halt sowas wie... Ah, okay, falsche Richtung. Was, aber wir hatten sowas wie Batman mit dieser relativ großen Open World, aber mit einer Steuerung, die gar nicht ging. Das ist das hier schon absoluter Luxus. Mal sehen, ob sie hier herumrennt. Ah ja, hier. Aber langsam. Ich muss ja erstmal hier rennen. Das war... Er heilt mich auch. Und sprechen können wir dann auch gleich. Das hat ja einen anderen Text. Das ist nee, ne. Wir bringen dann was ab. Okay. So cool. Jetzt haben wir größer geworden. Bye. Was? Ist was anderes, ne? Wie hat er die, die ich verkauft hab? Ich will mal sowas leben. Gut, kein Team. Und ein Point ist gleich schon live. Okay, okay. Kannst auch upgrade. Schon mal upgrade. Gut. So, warte mal, warte mal, warte mal. Wie viel Kantinen? Die wird aber voll sein, ne? Plus wie? Warte mal, speichern. Wie kann ich die benutzen? Wie kann ich die benutzen? No. Ach so, vielleicht geht er dann einfach drauf. Wenn meins runter ist. Warte mal. Wer war denn das in der Ecke? ich untersuche die ruinen auf dem auf der insel hier sind viele von denen oder zwar nicht das baby springen darf ich leider war nicht wenn man den käfig hinten gehen sind keine spiele so schön komplex was könntest du mir erzählen megamen pasta war abspray touching them to the megamen pasta also zwei immer okay okay ja ja verschieden das können ich kann es bloß nicht in der stadt nehmen wir sind gegen piraten vielleicht können wir hier einmal machen bei mir gefällt das spiel so bei wie viel sind wir überhaupt zwei stunden ein zwanzig schnell das geht schon schnell das ist ganz am anfang das heißt eigentlich nur ein spiel you can't go in there this area is closed off please officer let us through our grandfather is in there and Hm? You can't go in either. It's dangerous. What's happening? Those pirates have attacked the island. Just like they said they would. They're after the treasure that's supposed to be buried here. Enough talk. You have to leave here. Now! Pirates? They've occupied the gate over there. They're too heavily armed. We can't even get close to them. Maybe I can do something. Mega Man, I'm going with you. No roll is too dangerous. Let me handle this. But... All right. You look out for Gramps, okay? Wait, are you crazy? Wait, where do you think you're going? What can a single boy possibly do? Who are the bonds? We're pirates! You better watch your boat! Where do you think you're going? I can't even go. No. I can't even go. No. I can't even go. No, I can't even go. I can't even go. I can't even go. What can a single boy possibly do? Ich muss rausfinden welches ok wir haben verschiedene eigenschaften in das ok der rote ist für den kampf gemacht der blaue ist für speed und der gelbe ist der ausdauer wie es weiter geht der vater in der nächsten folge ich wünsche euch ein wunderschönen abend ich habe richtig bock drauf in drei tagen der nächste part bist du herzlich willkommen zurück zu megaman legends läuft alles ja läuft alles perfekt ok ja direkt rein ich muss mit der steuerung mal wieder nachgucken ist jetzt die erste aufnahme nach dem urlaub jetzt müssen wir erstmal noch keinen schaden bekommen ja wir haben hier die drei roboter und die haben wohl einen schlüssel für die tür die müssen wir besiegen sind diese kleinen männchen die aussahen wie lego figuren die kleinen gelben direkt getroffen hier dafür schon mal ach was das müsste was waren das ok ok könnte ich hier dinger werfen oder was ich glaube ich bin fast tot aber dann fand das einfach nie ja bis hierhin war schön ich habe so bock auf das spiel ich muss das jetzt nicht über dramatisieren ok so folgendes 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 was wir am besten machen hier oben kann ich auch schießen oder was so jetzt bin ich gerade noch zu weit hinten ok das war dünnlich ok ich versuche mich anzunähern aber wie konnte ich so könnte ich ausweichen ok ok das ist es das ist es doch behaupte ich mal ok ok jetzt treffe ich so ein einer von den hat den key da ist es also man wusste nicht werden hat hier oder rechts sehe ich das leben sollte er hat bereits sowieso am meisten den ich glaub so war das es war ok aufdessen immer schrick traz ziemlich und wirfbomben so das ist top und der ist fertig nur einsammeln ganz wichtig einsammeln die dinger verschwinden so schnell hier ist der schlüssel hier ist der schlüssel sammeln ein ist doch so kurz das war alles oder wie gigantzins prämium ja um das war 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 ich denke mal solange du in bewegung bist alles easy mal sehen vielleicht täusche ich mich aber auch Ich möchte auch selber beiden konzentrieren, nö, scheint egal zu sein. Ah ok, ah jetzt haben wir hier, jetzt fährt sie, jetzt wird sie jetzt zurück, oookay. Ich bin zu weit weg oder was? Oookay, ist voll knapp. Ah ok, jetzt fährt sie wahrscheinlich wieder. Uh, knappes Ding. Uh ok. Schon die Distanz warm. Ach, glaubst du bist dann doch herrisch. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Na hör mal. Das ist ja, ne? Ja. Das ist ein geiles Spiel. Was ist denn das, wenn er für sie? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Und das ist ja. Das ist ja. Was für das? Miss Trump! Are you all right? Get in, quick! Right! It's not over yet! Don't think you've won! Next time! I won't be so easy on you! I'll make sure you pay for this! Let's go! Verdammt geiles Spiel. Okay. So, was was wir jetzt machen? Wir könnten gucken, dass wir uns irgendwie heilen können. Wie waren das nochmal? Musste ich da? Okay. Ja, den kann ich Dings hier geben, ne? Die Namen habe ich gerade nicht mehr drauf, aber werden wir gleich wieder haben. So, guck mal da kannst du... Und die kannst du auch füllen. Dann würde ich sagen... Wir benutzen einen. 2 von 5, okay. Fully recharged. Okay, er füllt dann immer auf bis zum Building. So, den haben wir. Was ist das hier? Citizen Card. Damit wir reinkamen in die Stadt. Family Key. Hatten wir den... Hatten wir auch noch nicht benutzt, ne? Special Items. Äh... Das war das. Wie ist dasselbe? Ja. So... Hier hatten wir die Sachen. Den, den ich verkauft habe, war ja blöd, ne? Weil das andere war irgendwie wesentlich teurer. Ja. Okay. Achso. Hm. Aber wir haben auch nichts anderes zur Auswahl. Okay. Da sind wir da wieder. Special Weapons. So, und die beiden haben wir, ne? Infinite Energy. Vielleicht kann ich da auch umher wechseln. Hm. Okay. Reicht mir erstmal. Zeh mal. Megaman. Wieso speicherst du? Ah, okay. Ja, aber Speicher. Ach, okay. Und wir können auch das machen. Okay? Okay, okay. 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 Speichern wir hier einmal ab. Aber es... Also... Ich würde sagen, das Spiel ist sowas von der Zeit voraus. So. Ja. Gehen wir hier auf. Mhm. So. Tell me... Wieso kann ich nicht gewinnen? Ah, okay. Ich, äh, äh, brauche Sachen, die auf lange Distanz feuern. Habe ich gerade nichts? Ist das nicht gut? Megaman. Super, danke. Baue mich auf. Äh, okay, äh. Ah, okay, okay. Er hat... Was? Okay. Ich habe einfach gefragt und er schenkt mir was. Ich bin ein guter Junge, oder? Ja. Okay. Viel Glück dann. Okay. Ich habe einfach was geschenkt. Äh. Ähm. So. Ich, ich gucke mir das mal an. Okay. Wenn ich Probleme habe. Ah, sollte ich bei... Besseres Equipment... Äh, äh, äh. Naja. Mir besorgen. Ähm. Okay. Left arm. Okay. Ich kann zwei verschiedene Parts benutzen. Und verschiedene Kombinationen. Aber kann ich halt nicht innerhalb der Stadt benutzen. Okay. So, jetzt freue ich hier nochmal. Mhm. Was ist, wenn ich da ja sage? Schön, dass er mir das einfach geschenkt hat. Okay. Viel Glück dann. Okay. Alles klar. So. Ach, dann gehen wir mal drauf. Gehen wir auf Buster Parts. Equip. Range Booster. So. Attack and energy. Horror razor. Range. Ja. Würde ich sagen, nehmen wir das einfach, ne? Schauen wir einfach mal weiter. Ja, das ist glaube ich okay. Da an. Entweder zurück. Ich kann hier nochmal durchgucken. Speichern. Speichern. Ja, ich finde das Spiel einfach richtig schön. Ne, ich denke mal, wir müssen da, ne? Was ist ja zu unserem Schiff zurück, theoretisch, ne? Und, wie spielt der Nebel hier aus? Komm, das ist wirklich alles echt genial. Ja, ich geh mal hier, ne? Ne richtig gute Weitsicht. So, hier war der Key hier nötig, ne? Mhm. Indications are that the mysterious group of pirates will continue its offensive for the foreseeable future. Recapping our top story of the day. At 2 o'clock this afternoon, the city center was attacked by a group of unknown pirates who demanded they be given the keys to the caves and tunnels underneath our island. The mayor has refused to give in to their demands and is currently under siege alone in City Hall. Local police are helpless in front of the power of the pirates' weapons. It may be only a matter of time before City Hall is destroyed. Hopes are rapidly fading as... I've just been handed this update, viewers. It appears that the robots and machines being used to lay siege to the city have been destroyed by a single young boy. And now, that same boy has come through the gate and is heading towards City Hall. Wait! There he is! I can see him! He really is alone! Can this lone hero save the mayor? The graphic, ey. Okay, okay. Verteidiger. Okay, the robots will attack the city hall. Okay, the yellow robots will attack the building, Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Im Endeffekt alles verteidigen. Okay. Mission start! Okay. So, I've tried to... Warte, man... Man could do something to lock it, or not? Oh... Pass it. Yeah, I'm sorry. ich muss das einsammeln. Wichtig. Warte... Versuchen mal mit dem einen Locken grad... Ich mach das nochmal. das ist ein sammeln ist schwer schade das war jetzt selekt okay spart war ja das gehe hier noch mal drauf optionen ok ok logon auto logon ok ok mit der 2 das muss das sein gucke das war jetzt glaube ich das so gut ist er erstmal auf dem grünen oder was nein jetzt ist das alles weg wo ist der grüne und wen geht es jetzt hätte ich ja zwei lockt doch oder nicht ok ja zielte automatisch an die gegner es war ja das weiß ich noch was ich so für mich persönlich gelobt habe das halt wirklich die gegner super anvisiert keine probleme mit der steuerung hast du passen als visierter hat gar keine an schon cool das ist wieder zwei drücken oder was ja wusste ich doch das geht schief ja eigentlich soll ich auf den als erstes gehen dachte ich muss ich dafür auf irgendwas oder wie soll ich das machen hier da oben ist er und jetzt war ja und wie gerade an die sind tut er nicht auch glück gehabt ja mal sehen vielleicht muss ich auch die erstmal wegkommen und dann geht es weiter ja das ist ganz clever ja ein glück rollen wir müssen jo ist ja ok unglaublich vielleicht hätte ich auch den einen partner nicht verkaufen sollen er macht mir jetzt das leben schwerer als es sein müsste das ist glaube ich kein gutes zeichen ist er langsam oder was müssen wir uns erstmal um ihn hier kümmern er bewegt sich halt weg er bewegt sich halt weg das kommentieren vom reporter finde ich richtig cool ja ok lass mich ich will ja so weg hier er ist auch weg immer schön hier so und da ist der nächste er muss so schnell wie möglich werden er muss so schnell wie möglich werden ach ich wollte mich da wegbewegen und jetzt weg sehr gut eine menge große als teile fallen lassen ich kann ja auch nicht schießen wenn ich mich irgendwie umdrehe was blutet sehr gut schneller als gedacht und doch weg das mache ich auf jeden fall falsch ist gerade ganz gut er kriegt zumindest schaden komm komm ja sehr gut ich will die punkte fallen lassen ok send ach das blower ist wichtig die dinger sind wichtig ja sagen ich ob denen so wirklich irgendwas passieren kann schon in die näher gehen oh Gott er siehst du wieder einfach zu dem nicht angestellt so warten wir dann werden wir uns wirklich mal um den großen hier kümmern haben wir den halten wir ja zwei geloopt ach war es nämlich dass ich das wieder nicht geschickt habe wusste ich mal hunk was falsch weil das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt gut hier zum grinden gerade er ist ja der große ist auch schon wieder hin oh sommer ist ein krampf du kannst gar nicht alle einsammeln so warte mal wo ist der große hin da ist er ok vielleicht krieg ich den jetzt ins visier ich glaube irgendwie nicht ne dann muss ich doch oder ah jetzt jetzt treffe ich den das wäre richtig cool ja jetzt ist er weg da ist er ja ich treffe ihn ja ja perfekt ist weit weg ne ah scheint so ich erst mal einen anderen nehmen da ist er über mir das heißt gleich muss er eine Heißfalter sein bitte 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 warum treffe ich jetzt gleich mal ich nehme mich erst mal den hier weg kann aber sein dass dann die nächsten kommen ich werde jetzt nicht mal den Bastard zerstören so dann versuche ich hier wieder drauf zu gehen kommt in meine Richtung das muss ich was spezielles treffen das muss ich was spezielles treffen mach grad gar keinen schaden vielleicht hier unten irgendwie so oder ich muss ein antrieb treffen da ist halt echt irgendwie die position oder doch erstmal mit boden drucken das kann alles nicht sein das kann alles nicht sein ja hat hier irgendwie noch einer rum Polizei station haben sie ja auch gesagt greifen sie an ich wette ich habe Lust einfach nicht richtig ich wette ich habe gar kein problem auf ihn zu gehen aber dann muss was passieren das ist mega cool erstmal den hier schön weg nein jetzt mach mich die Laterne kaputt irgendwo ist Schluss Stadtteile okay aber Laterne ne da bin ich raus den kannst du eigentlich an ich glaub du bist wichtig so muss dann gut shoppen gehen so Stadtteile ne ah ok also ich war jetzt so langsam ich war zu langsam ich war zu langsam oh ne ne ok zum Amtswerk würde ich eh alles klar ich hab hier gespeichert ich hab hier gespeichert ey ich hab hier gespeichert ey wie soll ich den denn ausweichen ich hab hier gespeichert hier aber ich hab hier gespeichert bei den die dass ich es irgendwie anpassen nämlich das sondern Buster Parts, genau so hier, ne? Reicht back, das ist vielleicht erst mal nicht so wichtig ok, ok, eh, wie ist das? Ist ja ok, ist ja gut Ah, das wird ein klappes Team Das ist nicht so viel blocken Können wir anlassen Das ist ja nicht so Trifft doch Unglaublich Ah, ok, ok Schlänge Linien laufen So unfair, das ist So, jetzt wird es richtig knapp Jetzt wird es richtig knapp Das war jetzt mega knapp Ich weiß nicht, was ich bin Jungen Nö ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, aber was über Drawn? Mission complete? Mega Man! Mega Man! Mega Man, bist du okay? I'm fine. Come on, let's go find Gramps. Right. Mega Man, roll! Sorry to give you a scare like that. Don't you worry though. I'm as healthy as I ever was. Ha 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 ha! That's a relief. We were worried about you, Gramps. With your help, we were able to keep those pirates from getting the key to the ruins. Thank you. Amelia says she'll give us a digger's license as thanks for helping her. Now we'll be able to look for parts to fix the flutter. I know it's not much, but it's the least I can do for you. It's very cool. Excuse me. Your Honor, we got a new problem. Those pirates have started digging up the northern forest. What? They weren't able to get the key. So they must be going after the treasure directly. I'm amazed they'd go to that much trouble. Even if they are criminals, you've got to admire their persistence. Who knows what will happen if they get their hands on the treasure? Inspector, I want you to arrest them immediately. Yes, ma'am. Well, we got a B-Lizenz. We can't do that. We can't do that. So we can repair our room. We can't do that. We have a class B-Lizenz. Diggers-Lizenz. You can go to the ruins in the garden garden. And... Oh, the ruins are in the north. The pirates have been in the city and search for the treasure. Where they probably also had a B-Lizenz needed. Which they didn't get here because they had the city. Oh, exactly. Where the pirates are. So, tell you. Oh, okay. Cute. We have to be sure that we are in the ruins before the pirates are. I'm sure... They will not have a lot left when they are ready. Yeah. There is a Misty, right? Here she is. Oh, the Pokemon. Yeah. Yeah. There must be something going on. There must be something going on. You have to be right. I don't know if we could find something about the waste. If we could call something here. Yeah. It was a nice picture, but it's ruined. I'm going with you. Okay. Look, Mega Man. I fixed the car, the junk shop owner gave us. I may not have been able to get it fixed in time to help you before. But next time, you can count on me. There goes the inspector and his men off to get the pirates. I wonder if he'll be all right. Hmm. Hmm. If they're using weapons like they did before, the inspector might have some trouble. Not to mention... Not to mention that the pirates are likely to steal everything if they get there first. Well, I think I better go help them. Hmm. Be careful, Mega Man. I'll wait for you in the car. If you find some parts that you think might be useful, bring them back to me. I'll get them fixed up and attach them for you. Right. See you later. And then he says, oh, it's the police. But you've taken as first. Okay. Okay. The inspector is going on, to take the pirates. He wanted to go too. But it's important to anyone here. And... ...the... 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 ...so can I drive the car? No. But it's shame. ...but we're just used to be here now, what's a great deal. So, look, once there's somebody. We're gonna be able to get up. We're gonna get up with this. So quickly as possible. And... Hey, here we go. Yeah, it's all too good. So, that we can take back and back home. What do we do we want? Keine Ahnung, so Römer bekräumen? Vielleicht? So, Polizei? Verzähl mal. Herr Ärger? Oh, der Inspektor... Ganghobat, was? Okay. Also der, ja, arbeitet sehr gut, der Inspektor. Das ist ja nicht so. Alles so liebevoll gemacht. Das war echt äh... angsteinflößend. Der, das Ding hier geht hoch. Ah, Polizeistation. Nur autorisierte Personen können ja rein. Okay. Das dürfte ich mir jetzt wohl schon verdient haben. Mit allen, was passiert ist. Wir haben... ne. Noch mehr Schreibkammer als Feuer. Ich muss ja meinen Urlaub, äh... äh... na, abbrechen. Oder, ne. Absah. Der Inspektor ist nicht hier. Naja, er ist auf dem Weg nach Norden. Ja, wir können helfen. Beruhige dich. Und, äh, fang von Anfang an an. Spricht mit ihm hier wahrscheinlich. Äh, während ich weg war, kam ein Räuber. Der ist in mein Haus eingebrochen. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Hm. Bild sei es nicht so gut, wie ich dachte. Ich hoffe, alles wird wieder gut. Wird alles wieder gut. Ich weiß das halt auch nicht. Wir hoffen. Wir hoffen das Beste. Ja. Wird schon. Wird alles. Oh, Heilung. Ach, da ist mein Auto. Geil. Wer bist du hier? Ich, äh, mag es hier zu sitzen und, äh, auf den Springbau... Springbrunnen zu schauen. Ja, dabei kann ich mich entspannen und kann über Sachen nachdenken. Deswegen war ich einer der ersten Person, die, äh, den Ort verlassen hat. Ach so, von dem Versteck und hierhin zurückgekehrt bin. Ja. Sehr gut. Hier nochmal rein. Auch schnelle Ladezeiten, ne? Okay. Okay. Ah, selber Text. Okay. Auch da selber Text. Dann... Soll ich mal einsteigen? Kann ich einsteigen? Hä? Ich muss jetzt mal... Okay, okay. Talk to... Data. Ja, sehr gut. Special... Ah, Lifesheet. Okay, sehr gut. Nothing. Talk to Roll. Okay. Jetzt, nachdem ich das, äh, ne? Auto repariert hab. Äh, erzähl ich dir, was ich hier für dich machen kann. Als erstes, ähm, kannst du deine Special Weapon hier ändern. Kannst bloß jeweils immer eine Special Weapon benutzen. Sag Bescheid, wenn du wechseln willst, okay? Ach so, kostet auch Geld, natürlich. Ach so, aber kann auch verbessert werden. Via die Special Buffer. Okay, Items, Development, äh, okay. Ach so, aus, äh, alten Sachen kannst du was Neues machen. Also das, ne? Wenn wir Gegner erledigen, lassen die doch so Kristalle fallen. Das müsste das sein. So, das heißt, wenn ich was in den Ruinen finde, dann kann ich das hier bringen. Okay. Und... Ah, okay. Damit, mit dem Auto kann man sich auch bewegen, innerhalb der Insel. Oder auf der Insel. Und ein Walkie Talkie hat sie für mich gemacht. Kannst du jederzeit anrufen. Ach so, und dann holst du mich auch abholen. Sehr gut. Ach so, ein paar... So ein paar Plätzen kann das Auto natürlich nicht. Da kann sie mich nicht abholen. Auch wenn ich so anrufe, tut mir leid. Okay, dann. Ja, gehen wir mal aus Item Development. I take a look. Okay. Zeig mal. Okay, ich hab nix sehr schön. Cool. So. Special Weapon. Aber haben wir, glaub ich, nix anderes, ne? Change Weapon. Special Weapon. Ja, die fand ich dann nicht so geil. Normale Arm. Das sind die Beine, die ich habe, ne? Oh, wie viele Dinger gibt's denn? Ja, okay, wenn sie auftreten... Den normalen Arm hab ich dann nicht, oder was? Doch, hab ich auch. Rechts und links, ne? Normale Arm. Ja, ist okay. Einfach zurück. So, was ist... Ah, vielleicht kann ich hier verbessern. Ich würd gern den normalen... Vielleicht den Upgrade? Warte, ne? Warte, ne? Ah, okay. Was machen wir an der Attacke? Range? Oder... Cannot be, cannot be, cannot, cannot. Okay, cool. Ja. Dann geh ich doch auf das Mean-Ding. Cool, wenn wir das jetzt verbessern können. So, 3.000 für 800. Okay. Ich versuch, dass ich so viel wie möglich nehmen kann. Ja. Okay. Maxed out. 3.000. Uh, okay. Maxed out, maxed out. Okay. So, und beim anderen kann ich nix machen, richtig? Okay, schade. So, dann haben wir schon mal alles geupgradet. Cool. 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 Liebe das Spiel. Support Car. Okay, wir werden bringen mich mal hin. Da, wo die Pirates sind. Sehr geil. Wir sind Team Megaman. Ist das geil. Das ist auch gleich ein Schnellreisesystem und alles. Schön. Einfach schön. So, warte mal, warte mal. Okay, okay. Und dann wird das leer. Mhm. So, warte mal. Aber, kann ich den jetzt einfach wechseln? Buster Parts. So, das eine war ja Range. Ja, ich muss dann wirklich nochmal Attacke 2. Energy 2, ja. Muss dann wirklich nochmal nach Stadt gucken. Lass ich da eventuell ein bisschen Upgrade aber erstmal klar. Bisschen Kohle machen. Wer bist du denn? Das gehört dir. Wow. Okay. Ja. Cool, ne? Das ist ein geiles Spiel. Okay. So, kann ich dich grillen? In meinem Fall. Ich glaube nicht. Kann ich mit dir sprechen? Okay. Sau geil. Okay. Ich dachte, das ist hier. Äh, wir sollen doch in den Norden. Oder ist das umgedreht quasi? Das Süden Norden ist? In der Meinung, sie meint ihr hier. Ja gut, dann laufe ich mal hier nach. Ja, alles überschaubar, wenn nicht in die andere Richtung. Das war eigentlich der Wald, den sie meinte. Ah, okay. Da ist doch schon mal jemand. Sonst irgendwas? Hey. Äh, bist du ein Gräber? Ich habe gehört, dass hier Ruinen sind. Ich bin sehr schlecht mit der Orientierung. Und ich finde es einfach nicht. Tja, da, willkommen im Club. Mit der Orientierung bin ich auch sehr schlecht. So, es müsste, ich weiß, hier warten wir auch schon mal. Müsste hier sein. Geil, und jetzt ein bisschen kämpfen oder anders? Da habe ich Bock. Ich habe keinen Bock auf diesen Bienenarm. Wieder was anderes. Vielleicht hätte ich erst den Arm aus... Naja, er war der normale Arm. Okay, der Sound sagt mir, ich bin richtig. Scheint... Oh, okay. Yo. Das geht mir so auf den Zünder hier mit dem Einsam. Ah. Also, ich sollte den Stick mal wieder benutzen. Bewegen, bewegen, bewegen. Rehen. Und hau auf da. Das hier, glaube ich, als erstes einsam machen. Achso, Slim, glaube ich. Bitte... Nein, ey. Gut. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Das war ein Anfang. Von wo komme ich? Wo muss ich hin? Ich glaube, hier muss ich hin. Sonst hier noch irgendwas? Ich glaube, das war erstmal das. Ja, und das müssen die Ruinen sein. Okay. Dann muss ich hier von der anderen Richtung hin oder noch irgendwie ein, zwei Geschütztürmer erledigen. Und es gibt hier einen anderen Weg dahin. Aber ne. Da anscheinend nicht. Na, die haben wir doch erstmal alle. Das kann doch nicht alles sein hier. Warte mal, wir haben ja auch einen Schlüssel, ne? Special Items. Ah. Okay, okay. Vielleicht ist es genau das. Gibt es auch Rennen irgendwie? Hm. Zeit ist ja Moonwalk. Preisdrücken an sich funktioniert nicht. Äh. Special Items. Äh. Achso, okay. Wird automatisch benutzt, wenn gebraucht. Sehr cool. Achso, ja. Hier. Hier kann sie mich nicht abholen. Needed to enter. Okay, wird auch automatisch benutzt. Vielleicht dann den. Was? Achso, du kannst das nicht kaputt machen. Mit der kleinen Waffe. Okay. So, oder was? Irgendwie glaube ich auch nicht. Aber sind das nicht die Ruinen? Ich meine, sie haben halt vom... Ja, aber das ist das, wo sie meinten. Okay. Okay. Versuche nochmal irgendwie ein bisschen... Aha. Du kommst hier nicht durch. Okay. Okay. Ich meine, die Waffe wird das nicht zerstören. Das hier gibt's ja auch nicht. So, was machen wir dann. Dann schau ich mich hier nochmal um. Hm. Hier gibt's eigentlich nur das. Aber hier Apple Market. Dann gehen wir da mal hin. Das hier, oder was? Ja. Auf ne Rasen kann ich nicht. Und hier nach. Ist das ein anderer Eingang, oder was? Eine Apple Market ist da hinten. Ja. Zeig mir doch irgendwas an. Kann aber auch sein, dass ich jetzt raus muss und dann passiert wieder irgendwas. Dann werden gesagt, wir sollen nach Norden. Jetzt bin ich hier. Ich geh mal nach rechts. Ach, da. Genau. Jetzt muss ich einfach nochmal in die Ruinen. Hm. Na gut. Das könnte mir halt wirklich sein. Das Steuerkreuz ist genauer als Stick. Sehr gut. Liebes. So, was haben wir hier? Ach so ein Design. Geil. Und jetzt ein bisschen kämpfen. Sammeln ist wichtig. Wo, 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 wo? Hier ist erstmal keiner da. Näher ran. Nein, 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 nein. Das war einsammeln. Viel wichtiger als alles andere. So, da oben greife ich noch keinen an, weil ich da nichts einsammeln kann. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, aber hier waren wir noch nicht drin in denen. Hier ist auch nichts. Grafik ist geil. Gehen wir hier, ne? So, da ist jemand. Super. Ne, muss schon noch raus. Was? Nix fallen lassen. Zu weit weg. Also sollte ich da mal auf die Venchdinger setzen. Ah, explodiert gleich. Das heißt, sie explodieren automatisch. Okay. Ah, okay. Ich stehe. Bitte, 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 bitte. Ah, knapp. Ist er was fallen lassen? Ne, leider nicht. Geil. Er schreit da wieder nach dem Buskampf. Okay. Ja, die sind aber oben, ne? Passiert hier was? Erstmal nicht. Okay. Achso, okay. Da muss ich mal ausweichen. Seinst du? Okay. Machen wir das doch. Adrenalin gelernt wäre ich hier durchgekommen. Wahrscheinlich gleich ein Angriff von oben oder so. Was ist das denn? Was ist das denn? Alter. Ist das Leben, glaube ich? Ist ja mal überkrass. So, wie viel haben wir? 7.140. Wir müssen dann auf jeden Fall eine Stadt und Parts kaufen. Okay. Oh, okay. Lüfte ab. Das kann grad nicht laufen. Okay. Ist hingrad. Ist ja ungünstig. Ah, Mist. Volltreffer. Oh, ich dachte ich kann in der Mitte einfach still bleiben. Vielleicht ist das hinten jetzt ausgespielt, aber war wohl nix. Okay. Kommt der noch wieder her? War ich ja ja mal. Okay. 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 Wer ist denn das varitisch ... Chaten hält denn der raus? Ok. Hat sich äh grad erklärt. So, das hat glaube ich wieder Leben aufgefüllt Zumindest ein bisschen Nein, ist das blöde Okay, aber ein bisschen Leben haben wir Achso, jetzt ist die Frage Jetzt haben wir wahrscheinlich bei Nee Special Items Immer noch 0,5 Die hat man irgendwie beim Brunnen Oder so aufgefüllt, ne Kann das sein? Okay War aber ein cooler Bus Darf ich jetzt nicht mehr so viel Schaden bekommen? Das hat ja alles nicht Immer wenn das Geräusch kommt Das heißt, dass da jemand hat mich eingeloggt Oder nicht Sehr gut Das ist genauso meine Schwierigkeit Okay Ich dachte, der wirft sich selber So rumgezogen Dauerte mal welchen, bis der explodiert hat Okay Okay, jetzt dreht er sich Da Direkt Ja Aber leider nichts hinterlassen Zunächst kommt nicht glaube ich Übers Menü irgendwie zurückschicken Nach Hause Schon einsammeln immer Cool gemacht Die Gänge Aber wie es weiter geht Da fahrt am nächsten Part Wenn es gefallen hat Super, super gerne Daumen nach oben Kommentar wäre ganz, ganz lieb Und in drei Tagen Kommt der nächste Part Bis dahin Herzlich Willkommen zurück Zum Megaman Legends Ja So sieht es aus Wir sind schon fast wieder hin Wart mal Ich wollte nochmal gucken Wie kann ich mich eigentlich zurückschicken lassen Dann gab es ja auch irgendwie Keine Ahnung Wir werden einfach hier Als Sieger Hervorgeht Ruhig Ruhig Die haben ja auch einen Speed drauf Glaubst du nicht Gibt es halt einen besseren Weg Als so Jetzt von allem sein Gefällt mir gar nicht Gefällt mir gar nicht Okay, sehr gut Jetzt nicht erwischen lassen Na, ist das blöd Okay Da wollten wir zu viel Habt ihr das gesehen? Ja Soweit haben wir gerade geschossen Ach, Mensch Warum spiel ich denn nicht auch safe, ey? Okay Den blauen Baumer Sehr gut Das ist Leben Sehr gut Sehr gut Ist ja noch einer Okay Ja, okay Ich glaub Super verbünd Okay Bitte, 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 bitte Das ist das ärgerlich Warum sind die so schnell weg? Warum greifen die mich nicht an? Ich glaub der ist am wertvollsten Wird er echt zu weit entfernt? So, das brauchen wir Ganz wichtig Ja, okay So können wir natürlich auch unser Leben auffüllen So, dann zeig mal was du schon das hast 2280 So, jetzt haben wir 13.020 Sehr gut Was war hier hinten? Da Kommen wir noch nicht hoch Wann erstmal hier lang? Speichern? Ne, ich spiel eigentlich nicht auf Ich sollte nicht mehr in so einen Momenten speichern Okay So Leben sieht erstmal okay aus Muss ich mir unbedingt nochmal angucken Wie die Äh Portille aufgefüllt wird So, okay Damit ich das Leben auch in einem Dungeon auffüllen kann Irgendwie Wasserautomat oder irgendwas So Kann ich Kann ich Springe Äh Schießt du dieselbe Höhe, ne? Interessant Was ist das hier? Veko, ne? Ja Oh Nimm mal, nimm mal, nimm mal Er ist eigentlich kein Spiel Und können wir noch nicht hin Wirst du zumindest nicht wie Vielleicht ergibt sich das auch gleich Okay Nehmen wir Sind die schlechtesten Aber im Endeffekt Brauchen wir andere Okay Das war jetzt nicht Geplant Ach, na klar Ah Bitte Ist das ärgerlich Welche Funktionen haben wir denn? Was ist der Unit? Was ist das? Äh Equip Okay So, warte mal N Attacke Energy ist eigentlich wichtig Damit wir häufig schießen Super Allraiser Attacke Und Range Plus 2 Und Energy Energy Kann man zu viel Energy haben? Ne, ne? Okay Nicht cool Lass mal das mal so Jetzt kann ich so ziemlich ohne Pause schießen Was ganz geil ist Okay Geil, geil So, fast wieder voll vom Leben Und was hat dir beim Aussammeln doch geholfen, oder? Bei den, bei den Teilen So, warte mal bevor ich hier lang gehe Ne, da ist der Gut, aber hier runterspringen wäre ich jetzt nicht Ich werde weitergehen Irgendwann hier in den Raum werden wir runterkommen Können es halt jetzt schon platt machen, aber Okay, ich schieße jetzt doch wesentlich öfter Ich könnte jetzt hier runterspringen Will ich das? Irgendwann warum nicht, ne? Immer schön einsammeln Immer collecten Sehr gut Jetzt hätten das wir mal alles bekommen Andere Richtung Ja, andere Richtung war hochgegangen anscheinend Was ist das hier? Achso, da lädt er mal neu Aber auch fix, ne? Kannst du jetzt sagen? Ich speichere ich mal Ich habe Angst, dass es hier schon wieder rausgeht Was ist das hier? Ich höre jemand Wäre das der Ausgang? Ah, okay, okay Schau mal, wenn es der Ausgang ist, dann Werd ich hier Ja, okay Oh, das wollen wir noch nicht Geht es erstmal hin Ach, warte mal Warten wir hier nicht schon? Wir waren schon drin, ne? Kam aber, glaube ich, nicht weiter So, okay Hier war noch irgendwas Genau There's a wall in the way There's something to break through with Weiß was? Habe ich irgendwas, um den kaputt zu machen? Okay, kann aber nicht benutzt werden Ich kann es mal probieren, aber ich denke nicht Kann ich den eigentlich somit gezielt zerstören? Ne, ne? Naja Okay, schade Aber Kommt hier irgendwie Schaden an? Kann ich jetzt hier Hier muss man nochmal lang gucken Kann ich nicht hier auch irgendwo lang? Ich hätte wahrscheinlich nicht runterspringen sollen Soll ich nochmal in die andere Richtung gucken? Das hier ärgert mich halt So gern gewusst, was da ist Ah, okay Ich dachte, hier geht es lang Wenn es da hoch geht, gucke ich hier wirklich nochmal lang Halt Oh 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 was ist das denn was das stimmt ja auch schon mal besiegt ist da in der ersten dungeon sein egal die punkte kohle wohl aber auch mal was und falls sie was fallen lassen ich glaube das geräusch kommt immer wenn mich irgendwie angelesen gab es ja was man kann man auf den anderen typen gerettet oder nicht so geil ja ich weiß so ein bisschen aber ist gut aus von mir ganz ungewöhnlich alter doppel schauen geht ich glaube den einen habe ich zumindest getroffen nicht zu geld gehe ich sein das ist viel schon genial ja dachte ich bin aus der anderen kein bock mehr oder was schön wenn er so schnell schießt ja komm 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 sehr gut nein nein das war wesentlich mehr kohle egal das heißt wenn das nichts bringen kann man ja gut gefahren so mal gucken ja okay siehst du da waren wir nämlich schon ne ne gut er zeigt doch mit dem Pfeil wieder hier ne ah ok heißt das man kann hier irgendwie landen ich guck dann doch nochmal hier in die Ecken ne andere Seite wird dann auch nix sein ne hm er zeigt mir dann das hier ok dann geht's einfach wieder raus und in den Shop als nächstes also ich weiß halt nicht ob vielleicht hätte ich den anderen Weg nehmen sollen da naja wird dann einfach nochmal im Support Car fragen wo lang oder kann ich hier hoch uuuu ok das ist mir neu vielleicht hätte ich mich irgendwo festhangen können ich war hier halt auch irgendwie Feinde Wann hier? nix ok naja da oben sind wir da welche ok oder nicht mehr oben hier einfach umklingen die Ruhe aufpassen und komm halt runter nein halt nicht wenn du nicht runter kommst dann gibt's nix ist halt die Frage ob das jetzt äh äh ausreicht ich denke mal nicht das hätte wahrscheinlich wirklich hier die andere Richtung sein müssen so kann ich jetzt das Support Car rufen so kann ich jetzt das Support Car rufen ich frage ihn mal wie es weiter geht hey me habo log on das äh das mit nem mit nem zielen ne hm ich hab gehören da geht was ab bei den Jasplanes ok danke Jasplanes sehr cool dass du da immer einen Hinweis hast hin get there through the gate ah ok 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 so log on so log on warme R2 ne ok ja warte mal Shield ja warte mal AC da nochmal ok ok äh ist ja äh ist ja äh ist weniger ne Damage klar ah ok ok nach ner Zeit äh lädt sich das wieder auf das Schild ok ok aber wenn du nen dollen Shark abbekommst dann bleibs rot ok ja ich hab nen Scheid ich muss den öfter mal fahren dankeschön was äh danke können wir hier mal kurz so komm mach mal mal reden wir mit ihr wo wohl heißt du ne Data und Roll Jo ja geh mal rauf sehr gut mhm 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 dann mal sehen ob du jetzt was machen kannst ne haben wir noch nix schade ok mach ich mach ich special weapons ah ok warte mal ja ok bei das max level schade das ist blöd ne was ja normales geht ja nix wir haben nur die beiden 17.500 ok ist ja krass was du denn noch alles finden kannst hier Shane schwecken dann der normale Arm ok lassen wir das äh support car soja ok ich würde sagen das reicht dann bei jetzt eigentlich die stadthalle und ich kann dann gleich auch nochmal reingehen soja wir stehen jetzt beim Raumschiff ne na dann gehe ich hier auf City hall ne wir können auch so mal durchlaufen ist jetzt eigentlich direkt hier gewesen ja wenn dann wärs halt gleich wahrscheinlich bei mir aber erst stück laufen können wir auch mal ja ok das finde ich aber geil gemacht mit den Dungeons Mr. Megaman ok hier sind wir richtig äh ja du siehst der Officer der die Piraten äh äh festnehmen sollte äh die haben boah die die wehren sich ganz schön und naja ähm schwer zu sagen aber die ähm ja sie wurden zurückgeschlagen und äh sie wurden besiegt sehr stark äh was ich versuche zu sagen ist ähm bitte hilf uns ok ok äh ok als Blitzist äh hasse ich das zugeben zu müssen aber äh wenn wir die besiegen wollen dann braucht man deine Hilfe ist doch ok kloserwutz ok äh 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 nördichter City hall so so was kann man sagen ah ok ok da rechts mhm so aber erstmal upgraden wir so und hier ist der andere Ruineneingang aber sind dann ja im Endeffekt die selben Ruin ich hab zum ersten Mal in Amerika äh 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 wie spricht man das eigentlich aus? Root Beer? Root Beer ne? keine Ahnung äh probieren ist das widerlich? schmeckt er wirklich einfach nach Zahnpasta nach Herbert Herbert Zahnpasta irgendwie war ganz widerlich warte mal wo ist sie? sie ist hier hinten glaube ich erzähl du mal was? ich hatte mal ein Liquid gekauft in Thailand äh auf dem Markt und dann dachte ich ok besser nicht dampfen weil war ja nicht er oder ist nicht erlaubt in Thailand ähm ne für die E-Zinger hatte Flüssigkeit auch äh Root Beer es hat eine Zahnpasta gebrochen äh meine Frau sollte bald nach Hause kommen kannst nicht abwarten sie wieder zu sehen schau mich nicht so an das ist peinlich ok verstehe ja mein Shop ist zwar kleiner als der gegenüber aber mein Brot ist größer und lecker ja na guck's dir an ja glaub ich dir das heißt das Boot vom Toy Store ja ja mhm oh sagt ich wundere mich wo Jim und Bensley sind ja vielleicht werden wir denen noch begegnen war es die Kinder oder was? ja ich frag mich wenn nach die Piraten suchen hast du ne versteckter Schatz ja das ist nicht schlecht wenn die nicht hinter meinem Boot her sind ok 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 ja da in den Laden gehen wir erstmal nicht rein hier gehen wir hin und zu ihr natürlich mumble mumble das war wichtig war für die Story relevant jeder versteckt sich jeder versteckt sich die haben Angst vor den Piraten niemand ist da um was zu kaufen auch nö die Junkster ok ja ich fand mal hier den hatten wir gerettet aus dem Dungeon hey ich hab dich im Fernsehen gesehen weißt du? das äh ich sag auch meine Form hallo achso hier war der Eingang ok ok aber soll mal sehen ob ich meinen Part noch zurück kaufen kann den ich verkauft hab war vielleicht nicht so clever ah guck mal hier 500 ok warte mal dann gucken wir erstmal hier können wir die Narven so Item ah ok ok ach das war das Ding ach ich liebe es ey so warte 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 Part Last Unit Kacke plus 1 NG plus 2 NG plus 2 NG plus 2 NG wir gehen erstmal auf Items äh ja hier Schaden umfütteln ok danke Item ok um die Hälfte dann ist 100% der nächste Schritt oder was ok zur ist glaube ich allgemein das Lebensding ne ja ok ok so geil ey wir müssen wieder in den Dungeon rein geil ok jetzt hab ich nicht das Lebensding aufgefüllt aber ist mir egal ist sowas von egal so verkaufen was haben wir ein schönes achso nö behalten wir alles mal Parts was 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 lasse immer noch drin ne stören jetzt erstmal nicht geil richtig schön alles verbessert und du ich mach die Maschinen ok ok also er macht Maschinen dadurch dass er verschiedene Parts da kombiniert ach ein Böser Lego Dings da ja ich brauche ein paar Parts um einen Roboter zu reparieren also sich selbst irgendwie alles merkwürdig ok so und hier dann nach rechts oder was raus müsste da müsste ja raus sein Old City war ne glaube ich ja gar nicht ne aufpassen dass wir nicht überfahren werden ok wir müssen wieder in den Dungeon ich will alle Verbesserungen ich will alles haben ok na nur ein paar autorisierte Personen wir haben da Schlüsse und sonst was nicht dafür oder was Bahn ja an ah hinter der City Hall ok dann gehen wir an der anderen damit kann ich leben schön mit dem Verkehr und alles mit den Leuten jetzt quatschen nö nö fühlt sich das alles lebendig an ah jetzt ok dann würde ich sagen hinten raus ne und dann einfach nach rechts vielleicht können wir noch einen Dungeon mitnehmen können wir noch mehr Verbesserungen kaufen geil ich würde mit Opi mal reden aber ja du der Inspektor ok er ist weg um die Piraten festzunehmen achso er ok ok genau er sollte aufpassen so und hier können wir eigentlich mal einfach raus hier müsste der richtige Weg sein das heißt wir waren glaube ich einfach nur so grinden grad hey hier kommt jemand anderes er sieht nicht wie ein Polizistiker hier es ist der blaue Typ wieder wir zeigen ihm wie wir den Officer den Officer haben sie anscheinend fertig gemacht ich werde nicht diese Zeit verlieren ok es war ein bisschen einfacher als gedacht wenn ich ehrlich bin ich brauche alles hier so dann haben wir es gezeigt ich glaube wir waren hier schon richtig oder wer weiß vielleicht aber wir irgendwie mit dem Auto hin sind oder ich weiß noch ein paar Treffen hat ziemlich gut ein paar Treffen hat ziemlich gut herzlich willkommen zurück zum Megamen so genau hier den Officer sollen wir suchen aber ich gehe noch nicht in das Gebäude sondern widme mich erstmal dem hier das ist nun klar das ist nun klar yes ah ich hänge aber Glück gehabt richtig schnell ok schon einsam ok jetzt merke ich erst dass der oben schießt hier ist ja ok einfach Spaß an der Freude den hier umbieten natürlich überhaupt gar keine Funktion nicht ich bin dahin ich bin ich bin ich bin Oder? Gucken wir erst mal rein hier. Wie sagt er nix? Gehen wir mal hier rein. Uh, aber erst mal den Ausblick genießen. Schick. Sehr schön. Na, kriegen wir es hin? Jetzt. Aber auch ein Kampf. Alles gut bei euch? So was ist noch nie passiert. In der Geschichte dieses Insel-Dings. Okay, Polizei hat keine Waffen. Achso, die gegen diese Piraten. Ja, die funktionieren gegen die Piraten. Du? Wir haben niemals erwartet, dass die so stark sind. Ja, das sind mehr als einfache Schoten. Und du? Ich dachte, ich wäre sicher, ja. Aber das... Wir können irgendwo hin... Wir sind überall. Das ist das legendäre Desaster. Das passieren soll zu der Insel. Ja, wir erinnern uns irgendwie... Wir haben einen Mythos, dass da irgendwie... Irgendwas noch mal mit der Insel passiert. Oh, du bist es. Die Piraten... Diese Piraten... Die Waffen der Piraten sind... ...viel zu stark. Wir kommen nicht nah ran. Bloß der Freien der Zeit, bevor sie den Schatz finden. Wir müssen irgendwas machen. Aber was können wir machen? Ey, das weiß ich jetzt auch nicht. Ey, das ist so ein geiles Spiel. Hammer. Zack. Das heißt... Wir müssen uns hierhin begehen. Ey, warum ist denn der wieder da? Na komm. Dann gibt's halt nochmal Kohle. Gut. Ja, mega blöd, dass ich da jetzt nicht rankomme. So, okay. Ich würde eigentlich gucken, dass ich hier hochkomme. Ich will ja schon einsammeln. Das war das, ich denke. So, das war das. Geht's hier hoch? Na. Na ja. Nein. Schade. Aaaaaaah. Sieht sehr aus. Nö. Ist echt blöd. Wieder hoch. Okay, ich höre den erstmal weg. War angenehm. Oh, wir können bald wieder upgrade. So, nehm dich. Okay. Ja, stimmt. Wo sind wir zwei? Was? Sie haben mich... Sie können mich ja überfahren. Oh, einsame. Ganz wichtig. Ich glaube, das kam ein bisschen verrückt. Wie viel Kohle haben wir? Teutsche Taste? 3.000... Ah, da geht mehr. Oh, wir brauchen 30.000. Jetzt hört es aus. Die Frage ist es mal hier, oder was? Schadung wie oben. Na ja, guck mal. Spring war für die Motivation. Okay. 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 Ja. Dann geht es mal. Begabt. Muss ja irgendwie besser im Weg gehen, aber ich weiß nicht wie. Kann ich da eigentlich runterfallen? Witzig ausprobieren. Ah, lebe, sei gut. Ah, jetzt krieg ich den anderen glaube ich nicht mehr. Ach, Mist. Ist das blöd gemacht. Ja. Ah, guck mal, hier kann ich nachfolgen. Ist ja gut. Legaman. Sieht so aus als graben die Piraten, großes Loch oder irgendwas. Auf der anderen Seite der Passage. Sei vorsichtig. Auf jeden Fall erstmal recharge. Ist das cool. So, Tammy. Abort my shield. Achso, ja, kann ich ja nachladen. Was ist das, wenn ich wieder... Am nur. Krieg ich dann wieder ein neues Dings da? Okay. So, was ich jetzt mal gucken will. Ah, hier bei Special... Ne, warte mal. Special Items. Oh, sieben von sieben. Ja, stimmt. Haben wir... Haben wir... Was ist das hier? Blackjacket. Achso. Ja, dann... Schauen. Gut. Warum liegt der Gegenstand da, wo er liegt? Ich sollte nicht so viele Fragen stellen. Normal Items. Normal Items. Ah, hier. Okay. Achso. Ist nicht... Okay. Ja, warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. 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 Schön alles mit mir, was Kunde bringt. Warte, warte, warte. Das war alles? Ja, Wah force. Warte aber, bockzig zu werden. Der weis,... dass ich gewinnen werde und deswegen... So, nach der Passage. Ich würd sagen, dann gehen wir die Oswald an. Obwohl es könnte... Ja, er steht vor der Höhe, das müsste... muss der Darlene sein. Und dürfte. Okay. Ja, beruhige dich. Okay, das wär jetzt nur Schild, glaub ich. Nein, ist das blöd. Sehr gut. Lässt sich ja nicht voll gut zählen damit. Ach, Mist. Komm mal. Ich hab's eingesammert. Man hat nur das Geräusch gehört. Ich hab's eingesammert. Ich hab's eingesammert und noch nicht mehr von der Bühne. Vielleicht werden wir diese Schlage brauchen, nachdem wir... Macher Diesel, wir wurden verletzt. Das Blu-Boi ist hierher gekommen. Er kommt. Alles klar, alle Leute! Wir haben jetzt eine Priorität, um unsere kleine Blu-Boi-Friend zu entfernen. Alles klar? Okay. Er hat bereits verletzt Bonn und Tron. Los geht's! Roger! Das ist qualitativ richtig geil. Feichern. Schauen wir auf T-Bone. T-Bone? Bonne? Okay. Mahlwulf heißt er. Den müssen wir zerstellen, Mahlwulf. Ja, Außenseite ist sehr stark gehustet. Hetsch, Hetsch, Hetsch. Ist die Klappe, ne? Ist, äh, so gut wie ungeschützt. Schwetzt, das ist, äh, den Jump on the Robot von The Rocks. Okay, okay. Also ich soll ihn langsamer machen und dann auf die Helsen um... Mission start! Ja, na klar! So etwas unendem... ...so slow, ne? So etwas unendem... Dein kleiner P-Bone... ...der wird sogar meinen P-Bone zerbauen! ich habe aber auch einen affenzahn hier kann ich nicht hin hier kann ich hin wie kann ich einfach wegrennen oder was ich glaube das ist der richtige Weg so ok ich habe mir zwar langsam aber da kann ich noch ok ok ja wahrscheinlich das ist jetzt verlangsamt oder was na komm komm es ist so demotivierend wenn er da nicht ich denke ich kann da ein bisschen ausweichen aber erstmal slimste richtig ach man ne ah die Tür da oben denke ich ich sehe die da ich sehe die da an ausgenügte Stunt achso und dafür muss ich wieder das Range Ding falsch bei Buster Parts da muss ich jetzt auf Range gehen Equip so Range plus 2 ok dann gehen wir hier auf Range ja jetzt habe ich volle Range ich weiß nicht ob es noch besser geht ich glaube ich will nicht bum 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 wer wird naja hol die erstmal weg oh die doch weg unglaublich alter so jetzt ja um mühen umschießen was soll ich sein weg so schieße ich jetzt wirklich immer nur in die Mitte dann hause halt weg dann funktioniert eigentlich mein Bescheid nicht mehr ich muss vielleicht einfach noch oh erstmal lieber sehr gut wie höre ich denn hier hoch Doppelsprung gab es glaube ich nicht ich müsste irgendwie dort hinkommen so jetzt ist doch die Tür hier oder nicht oder ich muss mich von vorne mischen immer kurz bevor er äh seine Dinger hier schießt jetzt mach ich grad gar keinen Schaden jetzt 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 ne er hat den keinen Schaden gemacht wie komm ich denn hier hoch was ist das hier von der Ausbuchtung dann war das was ich versuche woanders hoch zu kommen so der erwischt mich halt auch nicht ah gucke mal ach der trug der Wutte ich dachte ja naja trifft er nicht hier hoch äh na gut so kackt er die anderen an Alter mit Ziel suchen oder was oder was ach guck mal kam gern welche raus falsch kann ich jetzt kann ich jetzt Sheet Repair benutzen yes ok jetzt sind es aber auch ne Wutte oder was muss ich da ein treffen oder wie ok ok alter lefthapel Tee oben ok das ist jetzt ah grad zieht es im Mixer ok sei mit ok ich glaube er muss mehr an der Rande sein ok 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 ja ok ich finde ja kein Schaden oder doch vorne ist doch vorne das macht jetzt ich wundere mich dann habe ich ihm schaden gemacht jetzt macht ihr mal das ist kein schaden das kann nicht raus springen schade das muss ich auch wechseln immer wieder so soll es irgendwie was von slowdown so jetzt ist er gestunnt jetzt musste ich aber schnell hochkommen das war scheiß immer erst was dann irgendwie er hat mich gar nicht getroffen sehr gut 50 ach man ja okay das könnte sein ja okay das ist okay verstehe aus der ewigkeiten selbst muss ich wieder runter aber erst mal distanz bewahren hey du bezahlen du wirst nicht durch dieses Roboter okay dann werden die Brustkämpfe immer länger dauern so jetzt wird er wieder seinen strahl machen bitte mich okay jo wie unfair dann schickt er nämlich den hier wieder okay das ist wieder runter das war aber mehr schwein als gedacht das war so kann Das war glaube ich die falsche Seite. Okay, machen wir doch nichts Schlimmes. Hm, okay. Nee, das scheiß zu langsam. Ist sehr gut. Ich hätte keinen grünen Stahl mehr. Das wäre super. Weiß halt nicht, da kann ich ja nicht ausweichen. Ich kann bloß hoffen, dass das irgendwo... ...gegenführt. So, warte mal, kann ich jetzt nochmal... Nee, das Schild kann ich nicht mehr reparieren. Oh nein, ey. Okay. Schickt jetzt nochmal den Typen. Alles klar. Okay. Ich hab das bei. So, ich muss hier runter. So, kann das sein, dass ich gar nicht hohen müsste? Ja, irgendwann wirft er ja in die Bomben, ne? Na gut, deswegen soll ich es ja hoch im Normalfall. Oh, komm, 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 komm. Jo, ist ja klar. Ja, und von mir kann ich wieder nichts machen. Doch, 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 doch. Kann ich. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich hab mich getroffen. Super. Das dauert ja eine halbe Stunde, Minimum. So, reicht das schon, oder was? Ich hab's versucht, von oben den zu töten. Ah, Mann. Das ist jetzt... Nee. Wieder nicht. Was ist denn, ob ich den von... ... wieder treffen kann? Oh, hm. Wieso? Oh, ich hab's Zeit gemacht. Das geht, das geht schon mal. Oh, hm. Oh, hm. Ich hab'schen. Oh, hm. Oh, hm. Oder? Kann ich den noch? Jetzt steht er wieder. Vielleicht muss ich auch nicht immer ganz hoch. Ja, ok, ok, verstehe. Heißt das verlieren? Alter. Ok, ich bleib einfach hier. Jetzt mach was. Ach, komm. So, da. Ist der, ja. Oh, Mann. Aber vielleicht ist das schon wichtig. Ja, wusste ich. War mir jetzt sowas von egal. Wahnsinn. Wahnsinn. So, du kriegst den jetzt mal getroffen hier. Wahrscheinlich jetzt doch, weil ich nur oben stehe. Wie soll ich denn das machen in der Zeit? Das ist ehrlich. So, jetzt springe ich wieder hier hoch. Da waren Stunden. Jetzt, ah Gott. Das war's. Aber ich krieg's nicht hin. Ja, da kommt er. Ja, da kommt er. Wieder die Viecher, ey. Das ist doch zum Kotzen. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, du kriegst das doch gar nicht hin in der Zeit. Jetzt ehrlich. Was mache ich falsch? Da steht, ich soll auf die Dinger schießen und dann hoch. Was? 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 Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, ich kann. Es ist nicht so schön. sobald ich doch auf die dinge schieße alter dieses dass er dann auch selbst auf vorne stunden da 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 aber zu langsam okay aber wie es weitergeht erfahrt den nächsten park wünsche euch einen wunderschönen abend so jetzt 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 ok ich habe mich haben treffe ihn nicht bis dann herzlich willkommen zurück zu mega mannen der mensch sind im bosskampf gegen mal wohl fest das ding lohnt so fall ist weiß was ich machen muss er stand nämlich da ich hab's einfach missachtet dem ist gering ich kann auch von hier aber bitte 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 jetzt mache ich nicht klappt ich habe auch im final kann dinge aber ich weiß nicht mehr wie das ist jetzt passiert jetzt bitte nicht dass du dass du diese attacke machst nein 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 so jetzt 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 ich habe nicht mehr viel neben das ist das ein geiles spiel das wird eine richtig knappes geben das wird eine richtig knappes geben das wird eine richtig knappes geben jetzt kommt der rein ja jetzt geht es um Ich denke, es kostet das in der ersten Zeit. Ich werde ihn bekommen. Wenn es das letzte, was ich immer mache, werde ich ihn bekommen. Master Teasel, bist du okay? Master Teasel? Ich traue mich nicht zu speichern. Einen Schlag und ich bin weg. Eieieieie. Just you wait! Oh, you're mine, blue boy! I'll get you! Minimal asynchron. So, jetzt was. Ich glaube, es ist wieder okay. Das wäre halt die Frage, steht der andere noch da? Das Ding ist, ich brauche noch einen Schadenspunkt und ein bisschen Matsch. Ah, speichere ich jetzt. Schön, der nächste Boss besiegt. Mir ging es doch nur vorhin, sag mal. Ah, der andere Panzer ist weg anscheinend. Schade. Der hätte mir eventuell Leben geben können. Naja, gut, wir speichern mal. Gärtest du was von bei euch? Dann habe ich hier drin, also, jetzt. Eintreffer, ne? Eintreffer. Wie komme ich denn da in die Mitte eigentlich hin? Mega Man? Kannst du mich hören? Aha. Der Mayor sagt, es ist etwas wirklich wichtiges, das sie mit dir sprechen muss. Kannst du hier zurückkommen? Ja. Roger. Ich gehe zurück in die Stadt Halle. Ah, super. Perfekt. Ah, super. Perfekt. Wir werden nicht verletzt. Wir werden nicht verletzt. Wir werden den Abbrüchen. Wir werden den Abbrüchen. Wir werden unsere Feuerwehr auf ihm. Wir werden nicht ihn nicht verletzt, nur weil wir ihn ausfabschiessen haben. Das Kind ist zu verletzt. Das Kind ist zu verletzt. Nur warten, bis du gesehen hast, Teasel. Ich habe einen neuen Roboter, ich will, das erzeugen, das erzeugen wird. Das wird ihnen教en. Das wird erzeugen. We get rid of Blueboy for sure! And get that treasure! Mega Man! Good going! You showed those Pirates who's boss! How can I thank you? You've done so much for us. I hope this will convince those Pirates to give up. I'm afraid to think what might happen if they get their hands on the treasure. The legends say a horrible disaster will occur if it's ever unearthed. Even if that's just a myth, lately we've been detecting increased activity underground. The Reaverbots are apparently activating of their own accord. It has me concerned. Maybe there's some truth to those stories about a horrible disaster? I wonder... Mega Man, would you be willing to explore the caves and dungeons on the island? And see if you can find anything. You will? Oh, thank you so much. Here, you'll need this. The best diggers are able to get a class A license. The best of the best. With that license, you'll be able to get into the sealed off sites. The ones those Pirates have been trying to break into. I give you my permission to dig in the island sub gates. Just let me know if you find anything that can tell us about the treasure, or that disaster that's supposed to happen if the treasure is disturbed. And... I hate to mention this, but... If while you're digging, you find anything of value... It would mean a lot to us, if you could donate it to help with the restoration of the city. Aha. Thank you again. Be careful. Was springt für mich bei raus? Wenn wir nicht mal Politur für meine Metallrüstung leisten. Und du? Naja. Das weißt du doch. So liebevoll gemachtes Spiel. Ja. So, er hat nicht mit Opi geredet, er hat mit dem Schrank geredet. Na gut. Ja? Soll der überhaupt denn draufstehen? Gut. Vielleicht kann ich mich einfach gar nicht ansprechen. Geil. Das heißt, wir können jetzt die Mauer niederreißen. Soher werden wir aber schauen. Gut. Dann werden wir schauen, dass wir... Upgrade... Äh... Sorry. Wie viel haben wir denn hier? 6600 ist ja nix. Das ist äh... Klasse A. Ausgrabungslizenz. Kannst du in die abgeschriebenen Ruinen? Im südlichen Wald. Achso, okay. In beiden. Ja. Die... Oder? Die scheint mir wohl sehr zu vertrauen. Wenn sie mir den Schlüssel gibt. Zu den Schätzen der Inseln. Na, die Piraten hätten den auch sehr, sehr gerne. Okay. Das hast einfach liebevoll gemacht, das ganze Spiel. Shit. Gut. So. Wir müssen jetzt hier lang, ne? Glaube ich. Um zurück zu kommen. Oder wir gehen Richtung Norden. Wir haben jetzt nicht so viel Kohle, ne? Ich glaube unser Leben ist... Ne. Wir müssen unser Leben aufhören. Hier. Was ist denn, wenn ich hier rausgehe? Hm. Vielleicht steht da unser Roboter. Wenn jetzt mit 6000 brauche ich eigentlich nicht zum Händler laufen. Äh... Dann gucke ich mal, dass ich hier reinkomme, ne? In die Ruinen. Oder? Oder halt mit einem Taxi einfach weg. Das gehört euch schon, Alter, als jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Gut schon. Sehr schön. Aufpassen. Warte. In welche Richtung laufe ich jetzt gerade? Ah, okay. Nee, falsche. Ja, gut. Dann... Okay. Wenn ein Auto einmal über mich rüberfährt, ist es mit mir geschehen. Vielleicht finde ich aber hier auch einen Roboter irgendwo. So. Hast du die Tür? Ja. Okay. Okay. Aufpassen. Achso. Ich kann hier auch irgendwie Getränke nehmen, ne? Jetzt. Hätte auch mir einen Automaten suchen können. Machen wir jetzt aber nicht. So. Genau. Hier. Da könnte ich jetzt mal schauen. Vielleicht kriege ich hier ein Geschenk. 6000. Ja, da können wir auch schon was mitmachen. Äh... Vielleicht können wir... Nebel. Ui. Ach, Shit. Ist mir egal. Ich will die Sachen, die... Dauer... Dauerhaft was äh... reparieren. Mhm. Tausend. Zwei mal mit den tausend. Wir können auch nochmal gucken. Hm. Wir warten mal. Ich will hier nochmal. Wie viel? Ist already full. Okay. Ja. Wann wurde das dann aufgefüllt? So was... Stehst du jetzt drinnen hier? Ah, warum guckst du nicht mal rum? Okay. Ist ja was kostenlos oder wie? Dankeschön. Das ist ein... Ausgestoppte. Ja, das war mir ja am Stück. Wir nennen ihn Rover. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Aua. Hm... Hier dann, ja. Könnte auch sein, dass die Story hier weitergeht. Also ne, ne. Ich muss jetzt eigentlich in Dungeon, aber... Da sein können, dass er auf mich wartet. So, jetzt kann ich sie anrufen, glaube ich. Ah. War doch hier, oder? Ob so, ne. Kann ich sie hier nicht rufen? Ah, okay. Das kann ich, dass ich umher wechseln kann. Dosa, Geld, Portolaire, okay. Ah, Speicherjama. Stört mich jetzt an, dass sie nicht hier ist mit dem Taxi. Ach, sie müsste aber da hinten stehen, ne? Naja. Ein Freelance-Ding. Ah, okay. Ist ein Freelancer, ne? Der... Okay. Er wollte hier ein bisschen Kram, aber... Er hat nichts gefunden. Okay. Interessant. Ich brauche ein Leben. Ich meine, ja, ich kann auch das in meinem Rucksack nehmen. Wenn ich es dann nicht gleich finde, dann mache ich das. Er zeigt, der Roboter steht dann an... Ah, okay. An dem Ausgang. Wer seid ihr? Ich dachte, ich komme mal her, um mir das andere Gate anzugucken. Aber ich komme nicht nachher mit den Piraten, die hier rumrennen. Okay. Okay. So. Jetzt muss wir uns auf jeden Fall refilmen. Und... Vielleicht kriegen wir wieder was geschenkt. Das ist geil. So. Erzähl mir. Oh, wir mal sehen. Das ist halt irgendwo da. Sub-Gate in der... Okay. Okay. Das heißt, wir sollten anscheinend zu dem Faschhaus im Tor? Das ist im südlichen Park. Okay. Sehr schön. Aber... Danke dir. So. Ich werde jetzt trotzdem erstmal ein Dungeon. Weil das hat sie eigentlich gesagt. Haben wir da irgendwas? Oh Mann, auf den Lot in der Unkel. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Okay. Ähm. Kannst du hiermit irgendwas machen? Ein Change-Wappen. Ein Splash-Mine. Ein normaler Arm. Ist das jeweils die andere Hand? Ich probier's jetzt einfach mal. Okay. Here you go. Jetzt hab ich den. Und jetzt? Vielleicht kann ich den jetzt abgrönen. Ne, kenn ich nicht. Schade. Das wär eigentlich lieber als die Mine, oder? Ja. Ich hätte sehr öfter mal, hm. Um. Wann schlur? Ah, ist eine Nahkampfattacke. Ah doch dann biete ich doch wieder das. Muss mal gucken, dass ich da auch einsetze. aber meint jetzt gehe ich erstmal wieder in die mine rein jetzt können wir ja durch die mauer durch waren die da sind es hat jetzt von anderen seite sollte aber nicht stören dann sollte man eigentlich sogar noch schneller da sein ja ich will kohle ganz viel kohle so weit da ist gleich die mauer da ist der mauerweg so ok ok ich brauche aber trotzdem noch irgendwas um das kaputze ok dann hier komme ich ja nicht so weit schau denn dass du keine ep bekommst dann machen wir es bald naaa bis hier noch mal ja ok ich kann es halt einfach nur um mich rum ja nochmal ich bin einfach noch range muss ich wieder auswechseln so energy und attacke plus zwei ja range brauchen wir jetzt keine das ist das problem so ein schuss weg bitte sehr gut ja und man kann es auch nicht machen ich kann ihn jetzt ja wegnehmen so einer sollte herunter fallen sonst springen bringt wie gesagt nix aber suchst du schon automatisch das hier ist gut ok ich glaube in die andere richtung kann ich da auch nicht hoch oder gut wenn nicht machen wir erstmal weiter in der story geht gut ich gehe ich gehe tier 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 ja macht es spaß schauen die haben teilweise auch was freien lassen ja nicht ja sehr schön das mit dem maximalen schaden schon lecker an der anderen seite hätten wir herunterspringen können interessieren wir haben wir 2620 war mitarbeiten auch nix schade aber wir werden effizienter sehr gut haben wir der ist jetzt aufkommt da ist noch ein anderer bitte bitte sehr gut sehr sehr gut das lohnt sich doch sind jetzt schon bei 3800 haben oder nicht haben so und das war es eigentlich schon ja ok können wir wieder raus und haben hier schnell 4000 gemacht damit kann man doch leben muss halt mit dem refill dann aufpassen das quatsch ist jetzt eigentlich aufgefüllt wenn ich jetzt bei normal items nehme ich hier bei special items 9 von 9 schon ganz geil ich würde jetzt mir sagen naja erstmal rausziehen ich werde mal probieren ich fülle damit erstmal mein leben auf gehe dann zum roboter lass mich reparieren und dann schauen wir mal ob die kanne auch mit aufgefallen ist ich denke schon sehr gut sehr langwierig ne wenn du grinden willst also ich guck mal dass es da nicht zu sehr einfach nur dann abdriftet aber immer mal wieder rein denke ich sollte mal machen machen ja ok so jetzt nehme ich nämlich den hier genau und 8 von 9 bei das andere war voll ok sehr gut jetzt bin ich mal gespannt juckt den einfach nur ist gut also ich kann ja allgemein mit dem auto gleich mich Richtung Norden bewegen ja siehst du einmal 2 fliegen mit einer klappe im händler muss ich jetzt noch nicht sehr gut sehr gut talk to data talk to data energy so tell me to the sub gate äh kardon mhm kardon zu dieser part da sind wir eigentlich gerade ne ah ja ok sind wir hier ja ne ah ja ist ja gut Frage wir haben wir dann nochmal gezielt hinfahren können aber das ist ja auch quatsch äh laufen wir einfach hin ist ja direkt hier er war irgendwie vor zwei parts oder so dass wir von dem tor standen das zu war ich etwas verwirrt war wie immer weil ich dachte da müssten wir lang ist die falsche richtung die kanne füllt dann nicht auf nur das leben an sich ok wieder was gelernt davon bloß nicht vergessen ich damit schneller nein ich glaube nicht vielleicht schon so ok da muss ja da hinten gewesen sein erzähl mal ich hab nach kürzen gesucht äh auf der anderen seite der passage wenn ein panzer ankam und da kam einfach im paus nix kam einfach im paus nix ich eh mach her ab pfff verstehe das heißt wir sind wohl hier richtig Wir müssen Miss Tron kaufen, die Zeit, die die Roboter zu Ende haben. Okay, alle, auf eure Töne. Lass uns Miss Tron zeigen, was wir tun können. Was willst du machen? Okay. Ich komme, dich zurück, Mega-Man. Okay, sehr cool. Aber wenn du in Probleme gehst, geh in das Auto, okay? Ich werde dich zurück zur Sicherheit. Nur ein bisschen mehr, Mega-Man. Wir sind fast da. Okay. Kann ich mich hinterm Auto verstecken? Wenn du in Probleme gehst, benutze das Auto als Schild. Wenn du in Probleme gehst. So, müssen wir jetzt gucken. 4.000, was? 4.470, was hat mich denn jetzt gekostet hier? 4.500, was ist das الله? ja gar nicht das hat mich von hinten geschossen na gut, ich glaube irgendwie das ist wichtig na ist das nervig sorry megaman ich habe die meisten schadenkrise einfach weil ich das geld einsammeln will oh ist aber warm so wo ist er nein 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 ok schon da dran sein zum einsammeln wieder voll ah geil 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 und wie es weitergeht erfahrt am nächsten part wenn es gefallen dann super super gerne daumen nach oben wünsche euch einen wunderschönen abend und in drei tagen geht es weiter bis dahin herzlich willkommen zurück zu megaman legends so von das hier haben wir aufgehört genau da müssen wir hin äh so bestellung hätte ich mir grad nochmal angucken können wow das war zur seite rennen genau das war hier ranzoomen das war ich nochmal geschossen das war ich nochmal geschossen viereck das ging eben umkündig so die explodiert hier musst du aufpassen äh dass der mich nicht überrollt und Tsunami mögt dich dran sein wenn dann finisht weil du sonst die dinger nicht eingesammelt bekommst die hier ja ich glaub das wird nix oh alle bekommen mehr oh nein sehr gut sehr gut ok 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 wie viel anlauf willst du nehmen ok 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 bumm cool sehr cool ah ok jetzt sind wir wieder hier ne und du reingehen oder was sag mir was gib mir was hmm krass drück im die 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 Feuchern und... Nein, da noch nicht... Mhm. Okay. Okay. Können wir schon umschauen. Jupp. Okaychen. Das, das, das. Mhm. Okay, machen wir doch mal. Remember, there might be more than one starter key too. Okay. Also mehrere Schlüsse brauchen wir, um das hier zu starten. Okay. Dann schauen wir doch mal. Dachten wir schon, dass die Tür hier nicht umsonst da sein wird. Kleine Ladesequenz. Schauen wir mal. Alter, ist das ein schönes Spiel. So. Ich höre... Sachen, die sich bewegen. Und wo? So, eigentlich lockt er doch. Wir waren das Locken nochmal. Ah, warte so hier, ne? Ne, so. Wir waren das Locken. So. 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 Wie konnte ich nochmal einen locken? Hier, ne? Das. Okay. Kann der bald mal umfallen? Wir haben dich schon endlich leben. Wir haben dich schon endlich leben. Okay, der ist umgefallen. Sehr gut. Und genau, das Leben verpasste, ey. Das ist so typisch. So, L2 war es. R2 meine ich. Das andere L2, okay. 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 Dann schieß doch mal auf das hier. Schieß doch mal auf die Viecher. Äh, sag mal. Wie war's denn? Ey, das ist ja unglaublich. Unglaublich. Sehr gut. Oh, die lasst ja so mir was fallen. Das ist viel wichtiger als Leben. Und du leben auch gestützt. So, du hörst vor allem, wenn dich irgendwas anvisiert. Wie hat dich jetzt sowas von erleben? Komm, komm, komm. Wir brauchen gar nicht viel Schüsse. Jetzt gucken wir auf die... Ah, okay. Hier ist ein Kristall. Sehr gut. Kommst du denn her? Achso, siehst du, siehst du? Bald. Äh, wir müssen... Ne? Special Items. Da könnten wir nachfüllen. Äh... So, warte mal. Ne, ne, ne. Von den Family Key. Äh, Buster Parts. Hier muss man hin. Mhm. Weil wir haben jetzt, glaube ich, gerade den Range Buster drin, oder? Buster Parts Equip. Guck mal hier. N... Attacke. So. Andi, okay, okay. Wir haben die Richtigen ausgerüstet. Sehr gut. Und... Schießt er erstmal auf ihn hier. Er muss sich von oben bestimmt abschießen. Okay. Wir bewegen uns hoch. Habe ich mal ganz entschlossen. Da ist ganz wichtig jemand. Er sagt nicht, das wird jetzt so hart. Ach, komm 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 komm. Renn hoch, renn hoch. So, dann musste ich jetzt... Booten. Das kann irgendwo einfach anders nicht sein. Und... Ich will aber auch nicht neunahnen jetzt. Okay. Ähm... Hier normal Items, ne? Ne. Special Items. Den. Ja. So, jetzt könnte ich halt runter gehen. Ne, sehr gut, sehr gut. Ach, komm bitte. Ja, keine Ahnung, wo der Rest drin ist. Das ist ja ganz gut. Kommen wir unendlich, oder was? Ja. Mal sehen, ob der unendlich kommt. Seht halt wirklich aus. Gut, hier kannst du anscheinend gut fahren. Und mir fliegt die ganze Zeit irgendwas ins Gesicht. So, und von wem werden die anscheinend kommen? Das ist doch ein Witzkart, oder? Ja. Hör auf. Ach, das mit dem Bewegen ist doch ein Albtraum. Ja. Geh wieder hoch, mach die platt, weil hier dürften keine mehr nachkommen. Ich hoffe, ich hab's einfach mal. Die brauchen halt nicht viel Schüsse, ne? Du musst aber halt irgendwie treffen können. War den eingesammelt? Der hat auch nur Leben fallen lassen. Okay, dann haben wir einen schon mal besiegt. Eieiei. Haben wir hier irgendwie was anderes noch zum Anvisieren? Ne. Hier unten kommt dann der nächste Heini, oder was? Ah, okay. Sehr gut. Und dann nur Leben. Okay, okay. So, warte mal. Kommt hier jetzt noch so ein Roboter? Okay, ja, erst mal ja. Ja, dann trifft er irgendeinen würde. Und dann stehen die Reinschule. Ja, okay. Ich hab das Gefühl, ich treffe gleich mal einen. Der Speed müsste da sein, ne? Hast du was, was ich mich hier rein stelle? Ne, die fliegen halt genau über mir, was bescheuert ist. Okay. Aber so ein Bodentype kommt hier nicht mehr raus. Ich höre nur ein. Sehr gut. Komm, komm. Wieder neben. Schreibt den wieder neben. Genau. Ja. Jetzt gehen wir halt nur auf die Maschine. Wenn wir gar nicht rüber, oder was? Was ist mit den Burken drin? Bitte. Okay, okay. Da fliegen Sachen. Ich brauche echt die Kohle. Oder haben wir eigentlich? Ja, ja. Da, 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 da. Hier nehmen wir auch mit. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, äh, 10.370 Zenny. Okay. Das ist ein guter Anfang. Weil wir brauchen den ganzen Upgrades. Da hab ich nicht so Bock drauf auf die Upgrades. Aber hier, weiß was. Ich glaub mit 10.000 können wir schon richtig viel kaufen. Das wird schon das Beste haben. Ein bisschen Farm ist das grad echt Premium. Könnten wir nicht auch so irgendwie leveln? Glaub schon, ne? Oder? Ne, kein Level. Schade. So, okay. Dann reicht das bei euch mit denen erstmal. Guck erstmal hier unten lang. Hier war ich noch nicht. Ja. Okay. Dann müssen wir erstmal oben die Dinger zerstören. Ich frag mich, ob die Brücke runterkommt, wenn ich drauf schieße. Okay. Ah, guck mal. Oder? Dann hat der nicht mal was hinterlassen. Er glaub's ja nicht. Schön. Weiß ich auch wie das geht. So und von hier komm ich überall rüber, ne? Ja. Bitte lass mich einsammeln hier. Bitte, 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 bitte. Gerade den großen. Dankeschön. Okay. So machen wir erstmal. Okay. So. So. Jetzt haben wir gleich mal 12.870. Ist da ein Unterschied. So. Müssen wir wieder hoch. Damit wir da ran kommen. Ich könnte einfach die ganze Zeit weiter fahren. Aber später wird es wahrscheinlich ja noch mehr EP und alles geben. So. Muss wir noch speichern könnten wir wieder. Was haben wir hier. Hast du nichts gefunden? Ich bekomme ein Fahzes Signal. Das müsste sein Startfil-Key. Schau mal, es gibt wohl einige mehr, die irgendwo liegen. Okay, ein paar mehr. Schauen wir mal. Wie gesagt, habt ihr noch einen liebsten Raum? Was befindet sich da oben? Eine Kiste, da will ich hin. Sobald ich drüben bin, kommen die Viecher, ne? Ja, ja, ja. Uh. Bitte. Lass mich in Ruhe. Soll ich stelle mich hier in die Ecke? Mhm. Wird die Frage, ob raus oder nicht. Und das war ein anderer oder wie? Okay. So. Es gibt ja verschiedene Türen. Ganz anderer Raum. Ja, okay. Oder? Ne, ne. Bleib ich hier erstmal und räum hier weiter auf. So, warte mal. Von hier kommen wir. Unten sind wir noch nicht lang. Okay. Soll ich erstmal runter gucken oder erstmal oben? Und da hinten kommen wir, glaube ich, ne? Ja, okay. Warte mal, ich gucke hier mal schnell rein. Haben wir nicht auch eine Karte irgendwie? Ja, haben wir. Weiß ich nicht, ob es hier weiter geht oder ob hier halt nur so ein kleiner Nebenraum irgendwie ist mit ein bisschen Blut. Schwer zu sagen. Das ist hier keiner was fein, finde ich, oder wie? So sieht's aus. Oh, something. Okay. Switch. Pull it. So sieht's aus, als müssen wir mehrere Sachen aktivieren. Ja. Dann wieder zurück in das nächste. Ladezeit ist angenehm, da kannst du eigentlich wenig sagen. So, okay. Also doch wieder rüber. Könnten wir mal ausprobieren, denke ich nicht, aber... Vielleicht komm ich... Ne. Oder? Oh, krass, okay. Oh. Na, na, na. Das ist dann vielleicht auch jetzt ein Schlüssel oder irgendwas. Okay. Nein. Nein. Jetzt, okay. So, umdrehen. Okay. Sehr gut. So, das hatten wir aktiviert. Okay. Und damit könnten wir den Nebenraum anscheinend. So, ich speichere mal. Mich würde interessieren... Ah, okay. Hier geht es da hin. Schließt ja wieder. Ne, bleibt offen anscheinend, okay. Ist ja cool. Jetzt muss man den nächsten öffnen und da kommen wir dann von oben hin hin. Also hier werden wir jetzt nach oben kommen, im besten Fall. Oh, cool. Oh, cool. Und da hier? Brennett. Hit. Oh, cool. Okay. We-hmmm, okay, maybe Rourke, ah, okay. Das heißt, muss man Rourke geben? Mit dem gebrochenen, zerbrochenen Motor vielleicht? Erinnerst du das erste Mal, dass du einen Digg, Mega-Man? Ja. Ich war nicht an den Spotter zu sein, und du hast durch drei Tage verloren getroffen. Erinnerst du? Wir waren glücklich, dass Gramps uns helfen konnte. Ich weiß nicht, was ich hätte getan, wenn er da nicht gewesen wäre. Okay, das sieht spannend aus. Waren wir hier. Okay, cool. So, warte mal. Wir müssen da drüben ran. Vielleicht von da, aber wir müssen ja dann da rüber. Alter, wie Geräusch. Das macht schon Angst. So, okay. Rusted Shot. Die Frage wäre jetzt... Ja, das war bestimmt nicht der Plan. Okay. Ah, okay. Vielleicht wären wir doch später nochmal hingekommen, aber ich weiß schon, was die Idee ist. Ah, ist das mega gemacht. Mega-Man. Die wird jetzt da gegenfahren. Und sich öffnen, ne? Ist ja auch egal, ob es da verrostet ist oder nicht. Obwohl, dass das Item nicht gleich irgendwie verschwindet. Ja, mega. Ah, da, 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 da. So cool. So cool. Sehr schön. Wer weiß denn, dass das drei sind? Und man hat einfach nur nebenbei gefragt. So, jetzt muss man warten. Ja, toll. Kommen wir jetzt da hoch. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Und günstig? Na gut, vielleicht von oben. Ist hier noch ein Weg nach oben? Was warten wir hier? Was denn, was denn das? Switch, okay. Pullen. Okay. Pullen. Interessant. Hier kommt nix. Aber ich glaube, ich muss dann wieder hier hoch zumindest. Guck mal. Das habe ich ja auch nicht gesehen. Macht das irgendwas anderes? Sieht gelb aus. Warm hast du nie in Raum 1 hinter was. Hm. Cool mit der Karte. Finde ich cool. So, jetzt wäre halt die Frage, wenn wir so nicht rüberkommen, wäre das halt richtig traurig. Na, Papa schon. Ja, okay. Da sind sie jetzt ziemlich fair. So, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Na, dann doch so. Mann, ich wollte mal sehen, wie es runterfällt. Okay. Na, dann rein da. Das sieht ein bisschen nach Bosskampf aus. Ach, hier sind wir. Okay. Eine brauchen wir noch. Spring Set. Okay. Kann ich bestimmt auch Ruhe geben, ne? Armleck Power 1. Okay, auch Ruhe geben. Hier muss man es warm halten. Es sieht nicht aus, wie es keine großen Reaverbots gibt. Still. Du musst besser auf deinen Beinen bleiben. Okay. Jetzt kommt ein Feind. Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist ein... Ah, das ist ein Loch, okay. Ist irgendwas drinne? Na, ein Knochen gefunden, okay. So, können wir einem Hund geben, ne? Okay, kannst du ihn nicht benutzen. Interessant. Cool. Okay, ich höre was. Hm, schaltern, schalter. Hier sehe ich erstmal keinen. Aber... Hier ist vielleicht ein Unterschied. Was sind da für Symbole da? Mal gelb. Ist das jetzt rot, rot? Rot. Was ist das denn für ein Quatsch? Okay. Was passiert jetzt? Ist rot. Sieht so auch roter aus. Okay. Ist das sehr rot? Gelb und grün. Gelb und grün. Jetzt sind alle an. Okay, du musst irgendwie grün. Nur grün. Nur grün. Wir erscheinen dann da irgendwie zusätzlich, ne? Versuchen wir gerade irgendwie den Sinn zu erschließen, aber... Ich würde sagen, es war weniger. Oder ich muss halt wirklich alle bloß mal aktivieren. Ich weiß doch nicht. Ich muss irgendwie... Grün. Aber sie redet ja... Aber sie redet ja... ...von dem Schalter. So. Aktiviert sein Er will ich bescheuern, wenn er was nicht beantworten Vielleicht bei gelb einfach durchlaufen können, so wird man eigentlich nur grün Achso und den ausmachen Ich probiere nochmal andere zu aktivieren und durchzunurfen Dass ich zusätzlich irgendeinen Schalter finde, das war nicht Jetzt bin ich super verwirrt Dann war es hier, okay So, dann schauen wir mal Ähm, mhm Da wird gesagt, dass einfach Okay Also anscheinend sollst du wirklich bloß hier alle Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, alle aktivieren Und im Zickzack einfach durchführen Wahrscheinlich andersrum aber Warte mal, wenn ich hier anfange Das heißt, ich fange so an Und renne hier im Zickzack so durch Ja, okay Ja 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 Das ist es Weil wenn du halt irgendwie am Anfang eines Parts irgendwie rumhängst Ist das ziemlich blöd Direkt erstmal Beine gebrochen Ah, kann das sein Dass wir da hoch müssen Mal sehen, vielleicht kommen wir aber auch von hier einfach rüber Ja Ja Das geht doch Sehr gut Ah ja, perfekt Und wie es weiter geht erfahrt ihr in der nächsten Folge Wenn es gefallen hat, super super gerne Daumen nach oben Euch einen wunderschönen Abend Schön, dass wir das komplizierte Rätsel gelöst haben Bis dahin Herzlich Willkommen zurück zu Megamen So, Freundes Okay, ne Wir haben alle Schlüsse im Dungeon gesucht Und jetzt aktivieren wir die Konsole Damit wir das Ding dastehen können Oh Lorde Shields Ich hatte die selbe Reaktion Ich hatte die selbe Reaktion Nichts passiert Was passiert? Am warten Alter, ist das hell hier So, was steht hier noch? Ne, anscheinend nichts mehr Jetzt kommt hier auf jeden Fall ein Boss Spätestens, weil ich hochgehe Nicht mal das Leben ist voll Nicht mal das Leben ist voll Wir können aber wieder auffüllen Wir haben jetzt schön viel zerlegt Ach Gott, war das schön So Was gibt's da oben eigentlich? Ja Achso, schade, dass du nicht irgendwie rüberspringen kannst Du willst grad versuchen Kannst dich aber nicht bewegen Auf der... auf den Lift So, wir haben jetzt viele Parts und alles Da musste ich mir auch mal aufrufen So, aber jetzt ruhig die Story erstmal Ähm Erstmal Talk to Data Wer darf mich erstmal... genau Vielen Dank Hm Gut, wir können auch einmal hier backsaven Hattest du eigentlich nur einen Steckplatz? Ja, ne? Also einen Po Naja Okay, okay Können wir hier mal hin? Ja Ist ja gut So Dann, Tell me Ähm Marschiert Das schenkt mir ja total viel Sachen auch Okay Verwassungs uns den gelben da eh durchstehen Ja Lass uns über den Weg nachdenken Wie wir ihn benutzen können Ja Dankeschön So, dann gehen wir mit Rune Wow Ist ein gelber Refractor Ein großer auch Also auch ein großer Also auch ziemlich groß Figament Äh Ich kann den benutzen Okay, ne Kann alles Feuern, bepowern Für unser Raumschiff vielleicht Ist ein bisschen zu klein Ist ein bisschen zu klein Um unser Schiff zu reparieren Aber Vielleicht können wir es für Und was anderes benutzen Wir sollten uns Überlegen Wofür wir was benutzen können So Gucken wir uns erstmal Das hier ein Item Development Check a look Alright, okay Nochmal look a look Tadaa Grenade Kids Daraus hat sie Granatenarm gemacht Okay Sehr gut Okay Granaten schießt das Wenn die Bomben Äh, Wand treffen Äh, dann Äh Kommt das zurück Ne Bounce das zurück Ah, Jumpstreaks, okay Geil Ich kann damit höher springen Ist so geil Okay, jetzt kann ich Überein gehen Wo ich vorhin nicht hin kann Cool Natürlich zieh ich dir an So Ich mein, wird jetzt nicht mehr sein Aber ich geh nochmal rauf Super cool Ich hab immer noch den Zerbrochenen Motor Aber Vielleicht äh Finden wir dazu was So Special Weapon Change Weapon Können wir mal gucken Spashmine Naja, fand ich eher Sinnlos Hab ich nie benutzt Der normale Arm Hier haben wir den Granatenarm Können wir den mal nehmen? Ja, ne Here you go So, mal sehen ob wir den auch Verbessern können Okay Okay Attacke kann ich verbessern Kostet 6500 Ah, okay Cool Ich glaub die Range Äh, als erstes 1400 Ja Geil Sehr schön Weiter geht's 1000 2000 Ah, Rapid ist halt super wichtig Was haben wir hier noch? Energie Machen wir Energie, okay 1000 Wir nehmen das günstigste einfach immer So 2000 Da auf jeden Fall rein 3000 3000 Up Maxed out Sehr schön Da bringen wir ja auf Energie Ja, alles anders zu teuer Ja Noch irgendwas verbessern? Ne, ne Ne, alles gemaxed Und hier auch Okay Und zurück Aber mind Ich würde dann tatsächlich nochmal runter gehen So, aber erzähl mal was Wegen einem Buster? Was ist das denn? Äh Achso, ich kann Äh, okay Ich kann noch die Buster-Dinge anlegen Um Ihn noch zusätzlich zu verbessern Verbessern Ja, okay Range Ah, okay Was haben wir noch? Rapids Ja, äh Was, was ist mit der Energie? So eigentlich, ich hab das über Aussprung Nevermind So Nevermind Sie hätten mir jetzt nicht direkt eine Aufgabe gegeben Aber vielleicht passiert irgendwas, wenn du in der Richtung statt gehst Ah, okay Da ist meine Energie Ist jetzt mein anderer Arm, ne? Ach, was ist das? Warten wir, ich speichern mal hier Ah ja, okay Sinkt hier Das ist aber wesentlich geiler Okay Interessant Interessant So, jetzt müssen wir das mit dem Springen auch gleich mal ausprobieren Ähm, Normal Items Ne Hatten wir nicht einen Hund dabei? So, der ist leer Achso, okay Ne Achso, dann Ah, ne, so beide Okay, cool Beide angelegt Okay So Was war uns das? Ach, guck mal Lustig Mega Man Okay Sehr cool Ähm, wir gehen hier nochmal rein, weil dann kann ich da mal hoch springen Mal sehen, was es da so schönes gibt Ja, gerade habe ich mal überlegt, wie kommt man denn da hoch? Hat sich jetzt, äh, geklärt Sehr cool Okay Ich brauche ihn da rum zum Farmen Ich brauche ihn da rum zum Farmen Dann kann ich erst mal meine Arme mixen Sehr geil Ja, ich habe gesehen, da oben ist jemand Und Rollerboot 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 So So Müssen wir uns mal anschauen Okay 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 Muss auch wieder Ruhe gehen Heißt ja auch Rollerboot Boah Habe ich denn für Probleme dabei? Äh Weiß ich nicht Okay Okay Da geht es lang irgendwie Und hier komme ich Ja, okay Okay Vielleicht ging es nur um das Rollerboot Aber wir komme ich dann da hoch Okay Sehr schön So, ich muss mal jetzt gucken Wir haben jetzt 4520 Zerni 500 Jetzt haben wir nie das mal wieder auftauchen Vielleicht kann ich halt so schnell leveln mit Also Meine, meine Waffen leveln Sehr geil Habe ich vorher nie darauf geachtet Was hast du noch? Na, was drinne? Refractor Shard Die waren irgendwie gut 800 Sag mal Du wirst ja nur belohnt hier Okay 9.240 Zerni in Asatma Ist ja zu offensichtlich hier das ganze gewesen Ein Kurschenhaken Vielleicht werde ich einfach ausgeraut von Team Rocket Okay Okay Na, wen ist das erst das hier? Vielleicht erst bei denen Kumpel? Denk ich nicht, dass die Teile überall hinspringen, aber gut Ich bin halt 1.880 Zerni in Aroma Irgendwas ist da hier faul Ich darf mich nicht mehr die Teile Hier So, das haben wir Sehr gut. Okay, dann würde ich mich jetzt fallen lassen, ne? Nicht, dass sie alle miteinander verbunden sind, die Dungeons. Oh, wir werden es rausfinden. Äh, okay, 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 anscheinend doch. Keine Ahnung, gehen wir runter hier. Leider nix gedroppt. Bin super zufrieden mit dem, wie das Spiel verläuft. Ah, okay, können wir hoch. Vielleicht schnappst du erstmal den. Den her. Der einfach immer erstmal wegzoomt. Und auf den Nösser. Erstmal glaube ich erstmal hier alles. Wasser. Guck dahin, was du machst. Ah, Mist. Gehen wir erstmal hier hoch. Wo hatten wir uns geschnappt. Hier ist so krass, was du hier immer anders bekommst. Leben ist sowas von unwichtig. So. Ist wie Weihnachten. Ich muss nochmal googeln, ob es hier irgendwie einen Trick gibt. So, okay. Okay, was ist das hier. Hm, da waren wir schon mal. Vielleicht kann ich mir nicht vorstellen. Das ist mit dem Einsame so bescheuert. Das ist geil, dass ich komme jetzt überall wieder hoch. Das kommt. Also, wir kommen jedes Mal mit so einer Verbesserung und so weiter im Dungeon. Finde ich cool. Dann können wir erstmal die Waffe hier maxen. Auch genial. So, Hammer ey. Ja, hier unten waren wir schon. Ups. Dann gehen wir erstmal hier lang. Was ist das hier nochmal? War nur Dekker, ne? Anscheinend schon. Energy müssten wir nochmal verbessern. So, okay. Hier war der Raum. Ich weiß, was hat mich angesehen. Ah, okay. Glaubt ihr hier, das war jetzt 1500 auf einmal. Ja. Ja, jetzt musst du halt gucken, wo kamst du, wo warst du schon mal. Guck mal hier noch. Na, speichern, weil ich glaube, hier kommt es wieder zum Haupteingang. Oder raus sogar. Okay. So, da sind wir. Da sind wir. Wir können jetzt halt mal gucken, wie lange man weiter kann, oder? Aber wir können auch erstmal gucken, dass wir weiter machen. So, die City Hall ist da hinten. Das heißt, unser Auto muss hier und wo stehen. Im besten Fall würde jetzt... Ist ja die Stadt in der Nähe, richtig. Okay. In die Richtung. Dann kann ich schnell mal abkühlen. Wie viel zentralen wir haben haben? 20.000. Ich hätte weitermachen müssen. Äh, laufen oder was? Ob hier laufe ich jetzt in die falsche Richtung, ne? Ob ich jetzt gerade weg davon... Lauf gern weg von der Stadt. Super. Ja, so, dann doch da geradeaus. Dann machen wir das. Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Aliens da sind oder so. Aber wir können jetzt wesentlicher springen. Wir haben endlich mal ne Waffe, die sind da. Schön. Schön, schön, schön. Ah. Okay. Das sind ja alle schönen Upgradeen. Alle schönen Maxen. Willst du irgendwas verziehen? Ich kann nicht reingehen und irgendwas ausgraben. Da ist ein großer Zaun, der den Eingang versperrt. Hast du das auch gesehen? Sag mal, ist das weg? Was? Wirklich? Dann kann ich endlich meine Klasse B-Lizenz nutzen. Und etwas graben. Die haben wir auch, ne? Ja, richtig. Ja, war nur ein Witz. Ich weiß, äh... Überhaupt sei, äh, Klasse A reinzugehen, okay? Okay. Na gut. Ich bin doch in die falsche Richtung. Hör mal. Eine Orientierung wie ein Fisch. Ich habe aber lustig, dass wir mit den Wagen eigentlich schon schnelle Reisesysteme gemacht haben. Ich benutze es bloß lieber. So, einer. Gut, dann laufe ich jetzt mal in die Richtung, in die Stadt werde ich jetzt upgraden und dann wahrscheinlich in die Guide gucken, ne? Damit das so ein bisschen schneller geht. Ah ja, okay. Schon cool gemacht, Alter. Was hier für eine Liebe in dem Spiel drin ist, direkt Wahnsinn. Ah ja, okay. Mein Odo. Könnt ihr nochmal rein? Und ich glaube, ich kann hier direkt hinfahren. Wart mal, ist hier nicht auch der Hund? Ah, hier. Habe ich nicht noch neue Teile gefunden? Okay. Okay. Schade. Okay. So, warte mal. Ah ja, okay. Waffen verbessern. So. Dann verbessern wir hier halt erstmal die Range. Ja, komm, ne? Hup. Immer erstmal her, maxed out, maxed out. 6500, hup. So, das auch maxed out. Und dann bleibt noch das hier. Hup. Jetzt müsste alles maxed out sein. Schön. Range ist ein bisschen niedriger. Finde ich kann sie nicht so, aber für Postkämpfe Hammer. So, jetzt brauche ich gar nicht wegen Verbessern gucken. Weil wir da, ich gehe mal hier drauf, weil wir da nicht genügend Kohle für haben. So. So. Jetzt schaue ich mal, wo lang es weiter geht. Falsch, falsch, falsch. Da drüben. Genau. Sehr gut. So. Äh. Das haben wir alles. Okay. Ich denke mal, wir müssen wieder einen Kohlen da. Und da unten in der Tat. Ja. Und da unten in der Tat. Ja. Und da unten in der Tat. Gehe abtauen. Okay. Jetzt müssen wir abtauen hin. Ja. Dann quatsche ich doch mal mit ihr, dass wir, oder wann wir eine Karte öffnen. Äh. Da ist abtauen. Ja. Ne. Dann gucke ich, dass ich mit dem Auto hin. Wird wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Mit holen. Achso. Könnte mich auch auffüllen lassen, ne. Von ihm nochmal. Frau Otka. Vielleicht geht es aber dann auch automatisch. Äh. Was? Downtown, ne? Äh. Uptown. 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 Okay. Jetzt bin ich mir unsicher. Downtown, Uptown wird in der Nähe sein, ne. Lass uns mal Downtown hinfahren. Ich stehe es wahrscheinlich besser als hier beim Schiff. Okay. Okay. Danke schön. So. Ja. Dann können wir ja schnell nochmal aufladen. Mhm. Danke schön. Ah. Okay. Okay. Hier sind wir direkt. So. Uptown ist da. Perfekt. Frage ist jetzt, ob es da ist. Aufpassen wegen der Autos. Keine Ahnung, ob wir uns überhaupt bewegt haben. Wir stehen da immer noch in der Mitte. Wir stehen da immer noch in der Mitte. Wir stehen links davon hin, ne. Richtig. Lass mal Traffic. Sorry. Sorry. Habt ihr jetzt eigentlich was Schönes zu erzählen? Los. Piraten. Sind das legendäre Desaster? Hoppycock. Ich kenne die Geschichten über das Desaster. Wie da auf der Insel besterben, ne. Wenn das große Desaster, was ja hier immer angekündigt ist, passiert. Ist aber nur ne Legende, ne. Alle irgendwie so und so für Jahre ist ja alles weg. Wahnsinn, ey. Mit dem Springen. Ändert das ganze Spiel. Äh. Oh, das ist neu. Das ist neu. Da müssen wir hier mal quatschen mit den Leute. Was bitte? Okay. So. Erzähl mal. Lass ich mich gar nicht spoilern. Uptown. Oh, da ist sogar ein Fluss. Dann kannst du dir ein Boot mieten. Und, äh, ne. Stadt verlassen, wenn du Bock hast. Oder mal rausfahren. Erzähl? Ja. Junge, ich bin froh, dass, äh, die Aufnahme endlich vorbei ist. Ich, äh, werde mir was zu essen schnappen und nach Hause gehen. Das ist doch ein Plan. Jo, oder was? Das war doch irgendwie so fast. Naja, vielleicht doch nicht. Sieht so, 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 so japanisch auch aus alles, ne. Aber so, ja klar, aber, mein okay, cool. Ich wünsche, ich könnte auch im Fernseher sein. Na, wenn ich für so'n Agent überreden könnte, ob er mir ne Chance geben würde. Hm, ja, schon. Katalogs, Maskottchen. Okay. Sieht aus wie ne Ente. Willst du die Heizkurs, äh, für jedes Spiel sehen? Ja? Hä? Wie ist Tanta? Hm. Hier gibt's anscheinend Minispiele, oder was? Ah, okay, da oben hast du den Fernseher laufen. Sehr cool. Oh, sorry. Wir haben auf dich gewartet. Bist einer der Teilnehmer? Für die Hit-Show. Gefährliche Spiele. Bist du nicht der? Ja. Äh, für welches Event? Ist er eingetragen? Für Beast-Santa bin ich eingetragen. Okay. Dann musst du zum Studio 1 gehen. Hab Spaß. Okay, manchmal schneller als man denkt. Du brauchst kein echter Mensch. Ich werd mit Zwischenspeichern arbeiten. Ein Ansager sagt, äh, der nächste Herausforderer ist ein Mega-Man. Hol'n Nat. Hol'n Nuss, oder was? Äh, willst du die Regeln, ne? Ja, na, sag mal. Okay, du musst den Ball... Ah, auf den Hund feuern. Okay, wer finanzt? Den Hund oder den Mann? Ja, besser als... Ja, der, der andere, ne? Dann gewinnst du. Rang D startest du. Okay, jedes Mal wenn du gewinnst, geht der Rang nach oben. Achso, ja, und dann wird's schwieriger natürlich. Wenn du Rang A gewinnst, dann kriegst du einen Preis. Viel Glück. Okay, das war er jetzt hier. Äh, Right Kick, Left Kick. Okay, okay. Ich hab den Mann getroffen. Ich hab noch nicht geschossen. Na hör mal, das ist aber so schwierig zu steuern, ey. Schade. Oh, Alter, ist das schwierig. Null Hits, hmmm. Jupp. Wie konnte ich denn letztlich treffen? Richtig, ich muss noch mal 100 treffen. Ich bin leider abgezogen, will ich den Mann treffen? Ich brauche nur 9. Ach so, sind 30 Sekunden auch schon. 7, hm. Das ist nicht gut. Ja, okay, okay, okay. So. Ja. Ich glaube, wenn du so jetzt erstmal hin triffst. Ich weiß nicht, ob der andere extra zählt. Und ich weiß nicht, ob ich das nicht machen würde. Hier ist die sind. Du hast angeschafft. Und ich weiß nicht, dass die ist. Achso, Rang C. Wäre ich um 2 aufgestiegen? Okay, aber wir probieren es. Okay. Ich muss mal lernen, wie ich das schaffe, rüber zu drehen. Also wie verändere ich denn den Winkel? Achso, mit Kreis. Ah, mit Kreis, so, okay. Okay. Wie war das, wie ging das jetzt? Okay. Ja, ist okay. Also ich kann gerade nicht speichern, weil ich bin nicht im Fenster. Ja, cool. Ja, da sind wir dabei. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay. Okay, na gut, reicht der noch. Oh, schade. Komm, da hätte ich aber beide treffen können. Okay. Ja, gut, reicht der noch. Bis weiter geht der Fahrt am nächsten Part. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben und Kommentar wäre ganz, ganz lieb. Bis dann. Herzlich willkommen zurück zu Mega Man Legends. So, einmal, einmal darf ich noch einmal. Okay, 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 okay. So, okay. Also, rechter Fuß, linker Fuß, okay. Ready? Go. Haben wir. Ah, Mist. Ja, nee, das wird nichts, das wird nichts. Du müsstest halt irgendwie den hier machen, ne? Ja, okay. Okay. Das wird einfach nichts bei mir. Ich will es bloß von der Theorie einfach mal schenken. Okay, damit tut es halt gar nichts. Hey, du müsstest dir schon halt wirklich mit Kreis bewegen und das ist halt hart. So. Okay, 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 okay. Nee, dann wollen wir nicht weitermachen. Wir müssen hier sehr viel üben, um hier wirklich besser zu werden. Vielen Dank. Wir haben uns zumindest um Rang verbessert und obwohl ich schon gerne ein Geschenk haben wollen würde. Verstehst du? Schön, dass ihr auf mich gewartet habt. Na, klar. Mhm. So. Ich bin für Balloon Fantasy. Bin ich, äh, eingedingsdat? Studio Nummer 7. Natürlich, danke schön. Vielen Dank. Mega Man, Vollnuss. Ja. Sag mal, ähm, viele Ballons. Ähm, achso, nur die Roten zerstören, okay. Äh, das Blaue nicht zerstören. Wenn du es machst, dann geht die Zeit runter, okay. Wenn du alle Roten in der Zeit kaputt kriegst, das ist alles super. Ähm, ne, vier verschiedene, äh, vier verschiedene Ränge. Hm, okay, ja, und, ne, je höher der Rang, desto weniger Zeit. Okay, ne, höchste Rang, gewinnt den Preis. Ne, so. Okay. Here we go. Was war's da? Oh. Sorry. Na komm jetzt, der letzte. Ist da aus, ja. Okay. Ist ja schon. Mhm. Achso, jetzt ist der nächste Rang, ne, ja. Lang C, okay, 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 okay. Zwei Dinge, ist okay. 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 Das ist ein, die blauen Rang, ich glaube ich nicht erwischt. Das ist so ein Fass. Sehr schön. 2000. Sehr geil. Ja. Dann machen wir noch den nächsten Rang voll. Okay, okay. 18 Sekunden. Ab geht's. Oh, okay. Das mit dem nach unten ziehen, weil es eher unvorteil ist. Das war drinne. Alter. Wir können uns so was von abholen. Ja. Vor allem wenn es dann noch ein, okay, 13 Sekunden, das wird richtig hart. was? was? Okay. Das war nochmal probieren, ey, das werde ich irgendwie hinbekommen. Ja. Ich will auch wissen, was es da gibt, ey. Achso, wir sind aber jedes Mal irgendwie anders. Ach komm, das ist ja jetzt mega hart, ey. Achso, ich könnte mich auch bewegen, ne? Sollte ich mal machen. Ich werde das jetzt machen. So, here we go, okay. Das ist ja wirklich jedes Mal einfach komplett anders. Ach komm, sowas ist halt mega nervig, ey. So, warte. Ach komm, man hätte es schaffen können. Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Hm. Ich muss bloß richtig stehen. Okay. Ah. Okay. Ah komm. Ah, ist doch schon wieder vollkommen blöd. Okay. Da hast du dich aber auch mal einen neuen Versuch machen. Da hinten ist einer und die Treppe ist auch nicht. Yeah, okay. Nein, nein, ich glaube, das war ja letztendlich. wie viele habe ich? Ja. Versuch mal einen neuen Dings. Okay, okay. Okay. hätte ich es mir schneller wieder wegkriegen können. Ach, nein, nein, vor allem Peine getroffen auch, ne? Okay. Ich werde es jetzt schaffen. Lass ich mich gar nicht unterkriegen. was ich auch mal probieren könnte. Ach, Mist. Okay. Das war der Letzte. Das war der Letzte. Ja, mach ich. Ach komm, ich muss das ja mal irgendwie hinbekommen. Komm, komm, komm. So kann ich meine Waffen feiern dann dafür. Warte langsam. Bitte. Ah, Mann, der Letzte Schuss, der Letzte Schuss. Okay, da waren aber noch mehr. So wird das aber nix. ist okay. Ein bisschen rumprobieren, wir müssen das ja wohl mal irgendwie hinbekommen. Vielleicht ist es einfach nur rumstehen, auch nicht der richtige Schachtzug. Es war doch wieder der Letzte. Es war doch wieder der Letzte. Es war wieder der Letzte. Das ist doch zum Nösemelden. Na, kann man wohl so sagen. Ach, komm, bloß eine Sekunde. Und ich treffe ihn halt auch nicht. Das ist doch... Ich glaube, ich brauche noch mal eine Perspektive. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich gegengekommen bin, ey. Ach, wie dämlich. Ey, wie dämlich. Schau mal, schau mal. Ey, wie der auch manchmal schießt, dann manchmal nicht. Das ist anstrengend. Fehlt wieder einer, da fehlt immer einer. Es fehlt immer einer, ey. Okay, der Wanderung glaube ich jetzt mehrere, die gefehlt haben. Ich rande, ey. Ich will es da einfach nur schaffen, ey. Ich hätte den treffen müssen und dann wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen. Ah, er schießt schon wieder. Er schießt wieder nicht. Es ist immer so ein Glücksspiel, ob er schießt oder nicht, ey. wird das sowas von packen. Ja, genau. Er schießt halt manchmal und manchmal nicht. Ach so, ich könnte auch einfach reinlaufen, ne? Bitte dreh dich verdammt nochmal. Ey, das ist jetzt so wieder schon so viel Kotz, ne? Er dreht sich einfach nicht. Er läuft einfach nicht. Ja. So, jetzt sind sie anders aufgestellt, ne? Ja. Kann ich auch ein paar gegenlaufen? Ne. Interessant, gell? Ah, na gut, laufen kannst du halt voll vergessen. Laufen tut er ja eh nicht. Okay. Okay. Ne, aber jedes Mal neu aufgestellt. Ich schaff das jetzt. Sorry, aber. plus eine Sekunde. Frage wäre, wenn ich jetzt alle blauen auch mitnehme, ob das von der Zeit ausreicht. Mhm. Die anderen habe ich so problemlos mitgenommen. Ja, genau. Und ich treffe den einen blauen, der ganz hinten ist. zerfallen die kleinere oder was? Ich glaube das alles. Ah, okay. Ah, okay. Genau, genau. Genau. Ah, okay. Ja, mit dem springen habe ich gar nicht dran gedacht. So. Wie ging das mit dem springen nochmal? Wann kann ich eigentlich Bomben werfen? Ne, ne? Ja. Achso, aber ich kann noch nicht, kann ich den machen? Ne. Leider nicht. Okay. Okay, ready, go. Ich habe mich an einem so gut zu lange auf. Das war nana. Ja, okay. Das, das mit nur rüber gehen ist gut. Schade. Ah, das kriege ich nicht mehr hin. Ah, so ein Mist, ey. So ein Mist, ey. So ein Mist, ey. Ich hätte das so gerne. Ich hätte das so gerne. Ach, ich pack das nicht. Ich pack das nicht, ey. Und du triffst wieder an den einen Blöden, ey. Ich muss mich bewegen, aber wenn ich mich bewege, kann ich halt nicht mehr schießen. Das ist irgendwie, wie du das machst, du machst das verkehrt, ne? Ah, das war gut. Okay, aber es wird. Die zerfallen ja wirklich zu klein da hin. Da war nur zwei. Da war nur zwei. Okay, jetzt habe ich das mal offiziell, okay. Ich will den Anfang gut machen, Bruder. Nein, der hätte sitzen müssen. Okay, okay, ja, okay. Wir nähern uns an. Es macht mich sowas von verrückt, ey. Das war schon wieder zu langsam. Ach, komm, hätte ich den nicht getroffen, hätte ich wirklich nur Chance gehabt, ey. Das muss halt jeder Schuss treffen. Alter, hart. Ich darf es auch nicht berühren, oder was? Ich hasse das, ey. Dass der sich auch dreht wie ein LKW, ey. Das gefällt mir. Mystic Orb. Niemals wieder. Okay. Nie wieder. Sorry. Das war ein bisschen zu emotional. Hm. So, was haben wir denn, ja? Gut. Natural. Okay. Okay. Das soll wohl gehen. Und das hier auch? Ja. Okay. So, dann zeig mir gleich nochmal das letzte. Oh, sorry. Also, als erstes hätte ich niemals weitergespielt, als erstes Spiel. Das Spiel war ja ganz cool. Aber, ey. Achso, sinnlos. Okay. Okay. Ich bin da mal froh, ein bisschen heraus zu sein. Das andere werde ich auf jeden Fall nicht durchmachen. Wenn man soll. Also, dieses hohe Springen jetzt. Das ist so. Tereo different shows. Hm. Ah, nögt alles gleichzeitig. Hier? Eine Pflanze. Du? Wer bist du? Direktor sagt. Äh. Dicke. Darüber nach neues Programm zu machen. Über Racing. Ich muss bloß jemanden finden, der schnell rennen kann. Ach. Keine Ahnung, wer schnell rennen kann. Weiß nicht. Du? Nö, 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 nö. Aber gar nicht. Kannst nicht drei Spieler? Okay. Warten wir schon. Hier? Können wir nichts machen. Bitte hier als erstes rein. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt so das, wo du hinfliegen könntest. Mhm. So, mit dir hat man geredet. War sehr, sehr cool. Auch wenn mich das jetzt fast um den Verstand gebracht hat. Ich hasse das sowas. Okay, du hörst die Stimmen von deiner? Frau 1. Oder Frau A sagt. Ähm. Hast du die News den einen Tag gesehen? Dieser blaue Junge. Der ist ziemlich süß. Ist er? Ne? Frau 2. Frau B. Nö, ist nur schlecht. Ich hab besser gesehen. Na? Hast du deine Reaktion gesehen? Da ist er aber. Röchern. Flöchen. Das ist eine Computerspiele-Schule. Am Gung-Tung-Gun. Okay. Ja, sie geht ein und lernt richtig coole Spiele zu machen. Wie Resident Evil. Ey, Glück für ein Schammer-Game. Liebes. Schön, dich kennengelernt zu haben. Und du? Hm, die Tür ist abgeschlossen. Vom Krankenhaus. Hm. Ah ne. Ist nicht das Krankenhaus. Oh. Hier hinten ist das Krankenhaus. Haben wir hier noch irgendwas? Das war die Tür. Da waren wir drin, ne? Nö, gehen wir rüber, ne? Ich zeig die Karte. Da ist noch ein Lake. Oh. Oh, da müssen wir auch noch hinschauen. Hört sich cool an. Energie ist eigentlich voll. Aber wir trinken trotzdem mal. Oh, Bending Machine. Ah, 100 Cent. Auf gar keinen Fall. Mal gerade erst gewonnen. Ganze Kohle. So, da waren wir. Ja, nö, können wir hier hingehen. Das Spring ist so unnatürlich, ey. Also jetzt, ne? Mit dem Hochspringen. Stimmt die Wohnung hier vom Bürgermeister. Cool, da parkt sogar ein Auto. Können wir irgendwann Auto fahren? Das wäre ja mal mega. Ah, wer seid ihr? Meine Freundin guckt sich gerne eine Malereien an. Deswegen gehen wir heute als Date in ein Museum. Danke. Du? Na, mein Freund geht gerne an den See. Oder an den Fluss. Und dann, na, ein Boot mit unserem Asteroiden. Wieso sollten wir für ein Date an so einen gefährlichen Platz gehen? Naja, wird Spaß machen. Ne, da kam kurz ein Erdbeer. Ja, da steht was dran. Verschlossen. Wir werden bald zurück sein. Zu das Schnippel, ja. So. Das Krankenhaus geschlossen. Das haben wir ja ganz große Probleme in der Stadt. Oder war erst mal ein Auto, was geparkt hat. Zudem will ich hingucken. Er ist auf dem Baum stehen. Sehr cool. Du hast nur das Auto, ja. Und dem bin ich. Schade. Schauen wir mal. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Pokémon in 3D. So alles, ne? So hätten sie ein 3D-Spiel zu der Zeit rausgebracht, hätte es so ausgesehen. Ähm. Das Catalogs, äh. Oh, Krankenhaus. Okay. Und du da hinten? Okay. Schön. Könnte Zwillinge sein. Wir kriegen nicht viele Besucher, normalerweise. Hier, da ist sie ja ziemlich gesund. Hm. Ja. Na. Nein. Fühlt sich so an, als wäre ich mit einer Erkältung hergekommen. Doktor, ja. Der, ähm. Doktor kann ja mal einen Blick auf mich werfen. Ja, klar. Ist hier kostenlos? Ach, der Schwein, ey. Ja. Nö, 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 nö. Ja? Sicher. Viele Magazine, ne? Mhm. Na, können wir halt nicht lesen. Ist blöd. Ein Fernseher. Was bin ich? Du hast dich niemals selber im Fernsehen gesehen. Schön. Da, da, ja. Wie cool, dass er alles gemacht ist. Ist aber schon liebevoll, ne? Finde ich cool. Okay. Tut mir leid, aber du kannst nicht reingehen, ähm. Wenn du mich einschickst. In der Rezeption. Als erstes. Okay. Gleich dann nochmal hier. Okay. Hab ich jetzt eingescheckt? Ich glaube nicht. Hab aber Problem was. Okay. Vielleicht. Kommen wir hier später nochmal hin. Oder zumindest hier jetzt. Noch nicht. Mhm. So. Hinten wir das hier. Kann man durchgehen. Das ist ja alles heller geworden. Warum ist das alles so hell? Ist ja man weiß hier was drin, ne? Broken Propeller. Okay. Kann man bestimmt unser Schiff irgendwie mitreperieren. Refractor Schad. 800 Cent. Ey, das ist so geil gemacht. Find's aber noch geil, dass du beide mit beiden einzeln treten kannst. Ähm. So. So. Ja. Ja. Crack Propeller. Kannst du nicht benutzen. Aber Role kann vielleicht was draus machen. Geil. Mal sehen, was wir noch so alles schönes finden. So. Das muss man auch wieder aufladen. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Haben wir eigentlich auch alles abgefrühstückt. Ja. Ja. Sprecher mit ihm mal. Okay. Ich verstehe. Wann ist da ein Fluss oder alles? Oder wie? Ähm. Wir bauen hier ein Haus. Mein Haus. Ich werde mein Traumhaus bauen. Meine Trauben will ja schon fast. Meine Menschen. Okay. Die malt hier. Cool, cool. Das hat ja nicht so genau wie viele Gefühle für mich. Ah, Mama. Das hat's cool gemacht alles. Äh. Na ja. Das Bild von der... Von dem Mädel da. Strap. Strap. Was ist Strap? Achso. Ein bisschen dunkel. Wahrscheinlich düster. Schaurig. Und sie keine Farbe mehr hatte. Sollte sie zum Marktplatz gehen und sich welche holen. Ja, richtig. Richtig. Warum ist das alles so überbeleuchtet hier gerade? Hm. Was ist missing? Was denkst du, ich sollte sagen? Na das, das erste wär böse... bisschen rot Wirklich? Du denkst so? Ich bin frisch aus Rot, das ist weshalb ich es nicht benutze, aber... Ich glaube es ist ein bisschen drüber... Aber es ist nichts falsch mit diesem kühlenden Eiland. Nö, das stimmt... etwas... Deine Hand sieht... kräftig aus. Hm... Sieht aus, als mal jemand aus einem Krankenhaus. Und natürlich das, was es umgibt. Ja, das Haus ist nicht mehr drauf. Okay... Na, verstehe ich... Kann man machen... Hier drüben... da jemand irgendwie zuhause? Nö... Kannst du nur mal toben... Ich muss unbedingt zum Marktplatz... Guck mal, hier ist das Wasser... Sehr cool... Hier kannst du anscheinend runter... Ich mag es hier zu sitzen und... Überall zu dem Fluss zu gucken... Warst du jemals am Fluss? Nö... Nö... Dann solltest du hingehen und dir ein Boot mieten... Da ist das Boothaus hier... Lass dich nicht einschüchtern vom Besitzer... Der ist ein bisschen komisch, aber... Er ist ein netter Typ... Mhm... Ist das nämlich komisch berührt oder so? Hi... Hast du gehört, was passiert ist? Ja... Jemand hat andere Boote hingestuhlen... Das Einzige, was noch übelig ist, ist ein altes... Kaputtes... Boat... Das oder was? Vielleicht kann Rollen ja helfen... Könnte ich hier... Okay... Ups... Eine... Eine Box... Ah... Hör mal... Hm... Zwanzig zahl jemand... 20 zahl jemand... Ah... 20 zahl jemand... Ah... 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 Cool gemacht hier mit dem Wasser... Geil... Gehen wir mal rein... Bis weiter geht der Vater in der nächsten Folge... Wenn es euch gefallen, dann super super gerne... Daumen nach oben... Euch einen wunderschönen Abend... Und... Bis in drei Tagen... Bis dahin... Herzlich Willkommen zurück zu Megaman Legends... Genau... Wir sind jetzt hier im Bootsverleih und haben gerade erfahren... Alle Boote wurden geklaut... So ein Miniaturmodell von einem Boot... Kann ich nicht benutzen... So... Der Typ ist ja überall hier... der im grünen... So haben wir hier eine Umkleide... Bootsumkleide quasi... Ich wollte ja auch ein Boot mir mieten... Was? Was zu den Ruinen? Ne, ne, nicht ich... Ne, ne... Ich würde fischen gehen... Trout... Was ist Trout? Wahrscheinlich ist ne Menge Fische... Aber... Was ist das? Was ist das von Bord? Und du so? Brauchst ein Boot? Normalerweise hast du Auswahl... Aber wir haben gerade keine Boote... Es tut mir leid... Okay... Cool... So erzählen wir es nochmal... Alter Mann... Kein Witz... Hochtechnologisiert hier... Das ganze Anwesen... Einer dieser Smart Home Kästen... So... Äh... Keine... Da sind auch keine Boote... Billy heißt er... Jemand hat alle meine Boote gestohlen... Ich hab bloß eins, äh... Übrig... Das ist, äh... Kaputt... Ah... Kann den nicht für einen Nutzen... Naja doch... Mit Roll... Aber... Wird sich vielleicht später alles ergeben... Genau... Hier würde ich nochmal hingucken... Hm... Ist tatsächlich ne Aussparung... Lustig... Ja... Okay... Kann ich denn hier raus? Achso... Achso... Keine Boote... Jemand hat sie gestohlen... Wer würde sowas machen? Mhm... Achso... Ich kenne da wirklich noch... Okay... Cool... Ach... Ist das schön, ey... Aha... Ich hab da irgendwelche Täter schon gefunden... Ja... Du sagst, die Boote sind gestohlen? Wieso würde jemand sowas machen? Das ist auch von dem Bösen... Ja... Ja, okay... Ist okay... Ist okay... So... Jetzt gucken wir mal... Schade... Freiheit... Hm... Na gut... Haben wir hier... Schweinei... Ah, okay... Okay... Ist aber super böse, ey... Kannst du schon so springen... Und dann bist du ja vollkommen limitiert... Mensch... Schade... Kann ich mit dir reden, Kollege? Hat noch so einen... Hat man gesehen... Achso, ja... Der wird sein Haus bauen... Hm... Ja... Aber es war keine Boote... Ist ein Problem... Was wir eventuell aufklären... Können... Oder müssen... Äh... Ich probier nochmal hier raus zu gehen... Um mit den Leuten zu reden... Fahre ich an... Bevor jetzt lang... Guck mal... Bevor ein langer Dialog kommt... Aha... Billy hat mich gefragt... Die Boote zu reparieren... Äh... Für ihn... Aber... Das ist... Äh... Ach... Wie soll ich etwas reparieren? Was? Wenn man es nicht reparieren kann... Okay... Okay... Es will einfach nicht funktionieren... Es sieht aus, als wäre es kaputt... Hm... So eine Handwerkerseite also... Okay... Wir brauchen wohl... Ist mir bewusst... Ja... Refector Shard... Sehr gut... Und 10 Cent... Wir müssen doch mal gucken... Wofür die Geno da sind... Hm... Ne... Special Items... Weiß auch nicht... Ob du gewisse Sachen dann... Irgendwie mal wegschmeißen kannst... Hm... Da war es ja Buster Parts... So kann sein, dass ich die... Im Laden abgeben kann... So kann hier nicht... Ah... Okay... Okay... Kann ich nur im Baden halt machen... Wie gesagt... Ja... Na schade... So... Da hatten wir uns was rausgeholt... Wir müssen wahrscheinlich mit Roald jetzt wieder sprechen... Sollen wir hier noch Schönes... Hm... Dass du hier dann auch nicht zurück kannst... Schon wieder einen regulären Weg gehen... Vielleicht kommt jetzt aber auch Story nochmal... So... Kann ich was machen, Billy... Sag mal an... Vielleicht helfen... Okay... Mhm... Ja... Okay... 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 Das ist ja wirklich schade... Schade... Okay... Vielleicht gehe ich aber auch jetzt zurück in die Stadt... Und dann kommt der okay... Cutziehen... Und dann gucke ich einfach hin... Wie es weitergeht... Okay... Willst du was Neues zu erzählen? Naja... Hab ich's gehört... Okay... Naja... Ach nee... Alle Boote gestohlen... Ach nee... Okay... Verstehen... Ersetzt, Blut... So... Okay... Was machen wir dann... Sie ist hier... Hier wird's nicht sein... Puh... So... Dann werde ich mal gucken... Ob ich hier irgendwas vergessen habe... Vielleicht musste ich auch zum Bürgermeister gehen... Soll ich mal reingucken in die Guide... So ein bisschen bin ich mich überraschen lassen... Aber... So... Bei denen war ich, ne... Naja... Bei den beiden war ich... Ja... Schade... So... Beim einen... Meint ihr... Er ist bald zurück... Könnte das Ganze sein... Hier... Wir gucken mal... Okay... Und jetzt kann ich ja doch mal nebenbei nachgucken... Da... Nicht das... Ich kann nicht hier verschiedene aufrufen... Hm... Keine Ahnung... Mach mal kurz so... Es tut mir verdammt leid... Es tut mir wirklich leid... Es ist ehrlich... Achso... Okay... Jetzt haben wir's geschafft... So... Okay... 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 Uptown... Safety Helm... Mit... City Hall... Okay... Und ich geh mal da erstmal hin und upgrade... Ja... Okay... Irgendwie kann ich mir den Helm besorgen... Was war das hier... Raybox... Ah... Ich hab keine Freunde... Das ist blöd... Mit dir schon gesprochen... Endlich haben wir mit allen gesprochen... Naja... Okay... So... Und das müsste das sein... Na... Schauen wir mal... Ich will auf jeden Fall zur... Achso... Zur City Hall... Na... Okay... Mal machen... Ich will nochmal zur City Hall... Das müsste sogar City Hall sein, ne? Ja... Guck mal... So... Und dann realisiere ich, dass die... Turrets weg sind... Was ist das hier? Mach mich bloß wieder traurig... Ne Mailbox... Und ich keine Freunde habe... Das Spiel ist heller geworden... Könnte mir nix erzählen... Oder mein Monitor... So... Erzähl mal... Diese Piraten... Mus... Die nerven einfach so friedlich alles hier... Und dass die dann einfach... Vorbeikamen... Schweine ey... Das... 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 Okay... Okay... Da kannst du in die Oin reingehen... Im südlichen... Wald... So, ne? In der Nähe vom... Vom See... Ah, okay... Da... Muss ich... Okay... Achso... Okay... Okay... Dann gehen sie in den Wald... Aber da waren wir doch... Eigentlich haben die abgehalten... Erzähl mal... Meine Gute... Hi Hannah... Okay... Was kann ich für dich tun? Pfff... Okay... Erzähl mir darüber... Über die Investigation... Äh... Riverboots... Äh... Achso... Ja... Dass die aktiv geworden sind... Die Todes und uns angegriffen haben... Ah... Sie überlegt... Ob es auch bei den Ruinen am Fluss ist... Und... Beim... Closer Boots... Da könnte man gucken... Okay... Na... Wenn nicht was war... In den Closer Boots hingehen... Dann brauche ich vielleicht doch nicht reingucken... So... Okay... Okay... Go to Yasplanes... Through the Endor... Okay... Könnte man ausprobieren... Okay... Das können wir tatsächlich mal ausprobieren... Warum nicht? Hier sollst du lang... Aha... Aha... Hat dich mit dir nicht gequatscht? Was denkst du? Ja... Das, was ich dachte... Was hast du dir gedacht? Ein großes Loch in der Nähe der Ruinen zu graben... Ich wundere mich, ob... Jemand da ehemals wieder reinkommt... Nein... Was? Du sagst du kommst da rein? Ich glaub dir nicht... Aber wenn du ne Flugmaschine hattest... Ah... Könnt das reinkommen, ne? Mhm... Wir brauchen auf jeden Fall Roll... Geht ganz woanders... So... Was? Und hier sollst du wohl auf dem schmalen Hügel... Wo ein Haus steht... Ah... Verstehe... Was ist das hier? Ah... Schade... Haben die hier überhaupt schon mal ein... Ist das hier? Ist das friedlich hier... Und wie schön der Himmel gemacht ist... Find ich sehr, sehr schick... Na gut... Schau mal nicht in die Lösung... Lass mich einfach mal leiten... Vorerst können wir jederzeit reingucken... Okay... Nicht einfach hoch... Ja... Easy... Cool... Dann schauen wir mal... Erstmal schön plündern... Und äh... Brandschatzen... Na das ist ja jetzt... Das ist das... Und Worteil... Ah... Von denen haben sie geredet... Safety-Helmet... Okay... Den muss ich wohl Roll geben... Irgendwo kann ich... Oh... Auch was zum kochen... Ah... 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 Okay... Okay... Du solltest alles kochen... Immer wenn du es brauchst... Sozusagen... Als wären die weg... Wie viel Kantinen... Warten wir erstmal... Game of Buy... Äh... Item... Ja sowas ist halt geil... Ne... Vielleicht... Ah... Ein Punkt... Hm... Schaden um die Hälfte reduziert... Ist auch nicht schlecht... 36.000... Aha... Special weapons... Okay... Mich interessiert ja sowas... Und natürlich... Die noch ein bisschen... Verbessern... Das ist natürlich ganz geil... Guck mal bei Parts... Laser... Attacke plus 4... Will ich haben... Mensch... Plus 4... Attacke plus 3... Ne... Wann dann gehen wir aufs Teure... Weißt du was ich mal mache? Gucken... Dass ich... Äh... Was verkaufen kann... Wart... 9.000... Brauche ich... Ah... Mist reicht nicht... Attacke plus 2... Ah... Nicht gut... Gar nicht gut... Kann ich items verkaufen? Ich glaube die Dinger sollte ich nicht verkaufen... Auch wenn es vernurken ist... Ah... Okay... Warte... Range plus 4... Hm... Items... 4.000... Ah... Komm... Hat man nochmal... Ja... 5.000 haben wir nicht mehr... Schade... Okay... Dann werden wir hier nochmal... Ah... Ist schon voll... Gänze... Ja... Schön... Ich hoffe die bleiben aber wirklich hier... Und schöne Sachen... Aber für der andere hat dann auch so schöne Sachen... Ah... wir brauchen mehr Kohle ey... So... Was haben wir hier Schönes? Das ist ja vorher nie hier raus... Hier ist auch noch ein Haus... Was sind wir denn? Okay... Ja... Hier waren wir nur nie... Ja... 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 Sehr schön... Zwei netzen... Ja... 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 Aber das hier ist unsere geheime base, aber wir arbeiten immer noch alle. Willst du ein Member unserer Gänge sein? Na, du könntest uns helfen. Na, du musst das nicht machen, wenn du nicht möchtest. Wir waren Bürger. Ah, das tut mir leid. Ich will eigentlich schon mitmachen. Ich kann es nicht glauben, dass unser... Ah, mhm. Ja. Ja. Wirklich? Super. Ich muss schon mitmachen. Ah. Ah. Okay, ich bin ja kein Zwischenaufmesser. Ich darf alle... Achso, ich darf alle Sachen besorgen, die zum Ausbau an der Base benötigt werden. Wir brauchen eine Gax, also eine Axt oder was? Okay, also ich muss einen Pick. Also ist da eine Axt oder irgendwas? Die waren ja erst richtig gemein, aber dann ging's glaube ich, ne? Hat er sich nicht entschuldigt und wie was? Habe ich das vergessen? Vielleicht habe ich nur gehofft, dass er sich entschuldigt. Schade. Wo kann ich denn sowas finden? Kann ich jetzt sogar voll so springen. Tja. Ne, oder? Ne, oder? Zu weit. Speichern. Ne, oder? Schade. Ne. Schade. Wie unsichtbarer Wand. Geht's nicht lang? Sind ich auch Ruinen? Ist der Ausschneider mit dem Springen oder nicht? So, was für ein Loch meinte er denn eigentlich? Yes, Planes. Warte mal, ich kann ja mal kurz reingucken. Hm, 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 hm. Achso, hier. So. Helm. Den Helm haben wir. Äh, erstmal Hils. Das war Box. Okay, jetzt sollst du zu City Hall. Okay, zurück zu City Hall. Äh, ich soll eigentlich mit ihr da hinfahren. Haben wir, glaube ich, eher nicht gemacht. Schade. Ja. Prüba an der Ausgabe nochmal hier, ne? Aber eigentlich gut mit der Weitsicht und alles. Das passt schon. Da ist so schlecht. So, jetzt. Ja, ich muss mal gucken, dass du zu City Hall fährst. Wollen wir mal sehen, wo ich sie finde. Ne? Ey, mich hat sie eigentlich auch in der Mitte irgendwo ausgesetzt. Äh, Dauntorn, ne? Hat sie mich abgesetzt, ja. Ja. Soll auf jeden Fall erstmal zu ihr hin. Zu unserem Auto. Machen wir das. Sieht ein bisschen aus wie Transformers rum, vom Zeichen, ne? Waren wir auch drin da, den, den Dings da in den Universal Studios, ne? Transformers, ja, Transformers waren wir auch drin. Saßt halt in so einem Wagen. Ah, hier steht er sehr geil. Saßt halt in so einem Wagen, ne? Waren so ein paar Sitzreihen. Dann saßen vielleicht so acht Leute oder so nebeneinander. Äh, hier lasse ich mich erstmal auffüllen. Dankeschön. Äh, nothing. Und, äh, ja, dann bist du halt, wurden verschiedene Bildschirme aufgefahren. Dann waren wir ganz cool gemacht. Ist halt, äh, auf der Autobahn sozusagen lang gerast. Aber es haben so super, super geil umgesetzt. Ne, das machen wir nicht. Gucken wir hier mal. Ähm, alles gemaxed. Okay, sehr gut. Was anderes kann man, glaube ich, nicht maxen. Äh, gemaxed. Wir haben wir nicht. Ja, wir brauchen mehr Kohle, ey. Achso. Ne, wir wollen als erstes hier das hier mal machen. Das ist wichtig. Okay. Guck dir mal an. So ein belohntes Gefühl. Safety Helmet ist jetzt ein Helm. Äh, okay. Jetzt, äh, passt er mir. Hat so ein bisschen von der Größe angepasst. Wenn ich den trage, kann ich nicht umgeworfen. Achso. Äh, werde ich nicht so schnell umgeworfen von Gegnern. Und. Ist es dir möglich? Lange zu übernehmen. Auch wenn dich jemand eine Klippe runterschmeißt. Äh, bist nicht. Hast kein unendliches Leben. Aber, ne. Sollte es immer noch vorsichtig sein. Aber. Ich glaub das wird sehr nützlich sein. Wenn du in hohen Plätzen kämpfst. Okay. Kannst du als die Zukunft voraussehen oder was? So, okay. Und jetzt erstmal hier mit, äh, Data nochmal reden. Ähm, Termin. About Daging. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir wieder was. Subgates. Subgates. Genau. Sind nicht die einzelnen Ruinen. Ja. Ja. Ist irgendwas schönes drin gefunden? Okay. Ich, ich, ich drück mal auf Nein. Ähm, wie? Was für Witze? Was machst du denn die ganze Zeit? Äh, die Parts und Betten ist, äh, sind da dünne. Was? Okay. Da ist eins im Cardon Forest und eins in den Closer Boots. Okay, okay. Eine fehlt uns noch. Ja, zieh mir über die Stadt. Denkst du nicht? Hast du... Wart mal. Geh mal auf, ja. Ich will Abton sehen. Okay. Abton. Achso, Emilia. Er sieht super aus, Emilia. Okay, wir sind zur City Hall. Abton. Wart mal, ist das vielleicht hier auch, gell? Ich hab dir da irgendwas erhalten. Das hat sich fast so angehört. Äh, so. Na, dann gehen wir mal. Sportcar. City Hall. Abton. Er hat Abton gesagt. Gehen wir erstmal hin. Was ist nur los, ne? Lass mich schon mal holen, bitte. Dun tonnen. Jaja. 对ăăăăăăăudhole. Downton. Und also donnen? Som. Minigames, Hack fi당 spieg. So, Biest çünkü... Jaja... Minigames hatte mal gespielt. Achso. Biesthunter. Middle fantasy. Ähh, also Yeah. Achso, die anderen haben wir noch gar nicht. Vorher schon? Achso, Dash brauchen wir für die anderen. Haben wir nicht. So, hier. Okay, okay. Wenn ich zurück zum Auto gehe in Downtown, ist das jetzt, warte mal, wo sind wir? Sind wir Uptown oder Downtown? Downtown. Sind wir Uptown? Da ist Downtown. Mal sehen, ob ich auch... Hm, ist jetzt schwierig. Ich probiere mal, ob wir nach Downtown fahren können. Wir sollten doch... Ich versuche mal, ob wir hier... Wenn wir nach Downtown... Ja, okay. Okay, okay. Uptown. Aha. Und von hierher sollen wir nach Downtown. Weischauen. Jetzt wird es wieder schwierig. War, glaube ich, die andere Seite, ne? Das war, glaube ich, das hier irgendwie. Oder das hier? Das hier, glaube ich. War nicht die Seite. Muss das so sein. Es gibt dann wohl einen Arm, womit du Zenny einsammeln kannst. Das wäre so gut. Achso, und deswegen ist das so bescheuert. Okay. So, wirst du... So, das waren Minigames. Okay. Und wenn ich hier zurückgehe... Wenn ich hier zurückgehe, kann ich wohl den Vakuum armen. Ich glaube irgendwie nicht. Wir haben zwar den gebrochenen Propeller... Wahrscheinlich fehlt uns auch... Und ein anderes Teil. Das ist ja mega mies. Stade, ey. Ich muss den doch finden, irgendwie... Im anderen Wald wahrscheinlich. Probier es mal, aber ich denke nicht, dass ich das, äh... Ne? Andere Seite? Warum parkst du nicht? Naja, ist okay. Ja, ist okay. Ist okay. Ah, das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Okay, okay. Aber jetzt müssen wir nochmal zur City Hall gucken. Es sollte jetzt auch schick aussehen. Ja, schade. Dann führt uns irgendwas. Mach ich natürlich. Ja, bis bald. So, warte mal... Wo waren die City Hall nochmal? warte mal das war downtown hier das war downtown dann ist das hier city hall ok wir schauen mal hin bitte gleich mal googeln wie das funktioniert mit dem wakuum arm das ist ein schicker aussehen von wie ich hier war sagt eigentlich nicht schick aus mal sehen ob sie jetzt irgendwas anders zu sagen hat ansonsten würde ich einfach weiter progressieren zimmer nicht hier kann dann ist sie weg ok kloserwurz muss werden das ist das ist wahrscheinlich hätte ich das schon nach der guide machen müssen ok machen wir das es sollte gehen nehmen am besten das auto na upsala polizei ist neben mir aufpassen kloserwurz ok ok da sind gar nicht durchgekommen glaube ich vielleicht finden wir dann auch so die spitzhacke die die haben wollen das sieht aus wie das transformers zeichen da oben finde ich oder waren wir neben ihr kloserwurz wenn man nicht gewesen sein aber wakuum arm wäre so cool ein bisschen mehr respekt vor mir jetzt endlich schnelle reise system ist schon cool und mein speicher ja geh mal raus guck mal was das nächste in der nähe ist ich hoffe ich habe das offene ok so old city und apple market ich weiß halt nicht mehr kommst nur von den und city wirst wahrscheinlich nicht raus kommen nur von den jazplanes kommst du eigentlich ran ok super merkwürdig ich muss mal gucken was ich am besten mache aber wie es weiter geht erfahrt am nächsten part wünsche euch ein wunderwunderschön abends gefallen dann super gerne daumen nach oben ich bin drei tagen der nächste part bis dahin herzlich willkommen zurück zu megaman legends also wir sind wieder cardon vorwärts das ist richtig beim schiff können wir euch dann nichts machen wir können jetzt aber zumindest höher springen ich habe gerade geguckt für den vakuum arm wo du dann sandys einsammeln kannst du musst du das möchte ausdrehen schade äh musst du in den apple market was finden das wundert mich dass wir da nicht nachgeguckt haben haben wir mit dir schon geredet weil wir müssen zur stadt wieder ein apple market ist für euch der leichteste weg ja genau in die andere richtung da ist sogar ein schild ja total also ist halt wirklich schwer zu missachten dann muss sagen wir euch noch mal in die ruine dann werden wir auch in die ruine ich habe gelesen wenn du den äh ich hab gegoogelt ok wie kriegst du den vakuum arm ja ich hab gegoogelt wie mein vakuum bekommt ne lauter geld solltest du und dafür brauchst du halt ein paar den broken motor wo ich mich ja immer gefragt hab wo will ich den brauchen und ja was jetzt hier nochmal ich glaube in den tonnen soll er sein ich habe eigentlich nachgeguckt dachte ich das lernen eine fresse ok 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 ist dann noch was ja das habe ich angesprochen außer dass naja super so wieviel kohle haben wir ah ne heben wir jetzt auf weil ahja ok dann müssen wir eh nen dungeon so jetzt fahr zu roll zurück müssen wir eh nen dungeon wir können dann zwar springen das heißt wir können nochmal irgendwie woanders hin wenn ich das richtig gehört hab wenn der auf der maximalen stufe kann da wohl so ich alles was entsteht einsammeln und das ist halt absoluter jackpot das wichtigste spiel alles andere ist ein witz ich dachte mir schon das kann doch nicht richtig sein dass du so den ganzen dingern hinterher rennen musst wie lange wir hier schon sind und da wächst Gras raus ja oder vom Aufprall wer weiß ne deswegen gehen wir zu Roll oder Roll 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 so Rolle so mhm geil wackeum arm mhm 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 So, geil. Jetzt fahren wir den, das ist komplett umsonst. Ja, guck hier, da ist er. So, dann müssen wir gleich upgraden, sehen wie weit wir können. Genau den, ne? Ja, ja, ja. Okay, das kann nicht. Das er kann für 1000, die Energie, bringt mir die Energie, was? Range, Range ist ja das Wichtigste. Special, okay. Wir machen nach der Kohle. Okay, geht immer noch. Tausend, tausend. Infinity, okay. Ach so, ist das Wichtigste, ja? Max out, okay. Und das, ja. Ah, meine Sekunde, ey, schade. Ah, das will ich unbedingt. Ja, immer noch nicht. Welch Wunder. So, jetzt muss man rein in den Dungeon. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ist ja irgendwie alles verschachtet, verbunden. Speichern. Oh, guck dir den Arm an. Das ist der Arm, den ich sehen will. Ich hoffe, er macht alles automatisch. So, warten wir hier vorne mal der Eingang. Gut, kaum. Mhm. 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 Das ist cool. Also, wie du dich einfach noch spielst, immer stärker fühlst. Das ist ja Hammer. Ja, gehen wir hier mal rein. Schön, dass wir einen Vakuumarm haben. Ach, wie toll. Ich bin so gespannt, wie das jetzt funktioniert. So, und dann gehen wir als erstes. Dann gehen wir mal hier rein. Wir können ja jetzt hier hoch springen, das ging vorher nicht. Hoppala. So, sammelt er das jetzt ein? Okay, ich glaube, der hat einfach nichts gedroppt. So, muss ich da Dreieck drücken, oder was? Ah, okay. So steht, dass wir saugen, oder wie? Na, hör mal. Okay. So, hier waren wir noch nicht. Wow. Cool. Wir sehen, vielleicht haben wir jetzt noch Bosskampf, irgendwie was. Okay. Ja. Ist das bei Mario, oder was? Warte, ich dachte, es wird nach oben gesaugt, aber naja, gut. Kreis. Okay. Äh. Nee, du kannst von der Stadt einfach hier rein. Ist das cool. Da ist er mal. Das hat was. Das ist also direkt unter der Stadt. Schön, wie du siehst, wie das Wasser sich bewegt hier in die Richtung. Sehr, sehr cool. Nein. So, du bist zu weit weg, oder was? Nein. Hä? Was ist los, guck ich mal. Ist das cool? schon mal wesentlich geiler dann gehen wir hier noch mal durch die fernbahn jetzt das 1790 ich muss uns werden der hat dabei eingesammelt das ist also was von von abgrenzen das ist das ist ja dann auch ein sondern vielleicht ist das geil das spiel es gibt einen zweiten teil habe ich gesehen habe da auch glaube ich reingeschrieben schon ein paar parts her ich hoffe auch in europa schien das hatte ja glaube ich nicht so ein anklang hier leider ist natürlich auch richtet sich an jüngere hat keine deutsche sprachausgabe also wirklich nicht mal deutschen text dann ist schwierig in der noch geupgradet ist so was sagt er noch nicht viel noch nicht viel das nächste abgehört ja die sind schon besser siehst du wie viel kohle wir jetzt mit dem einen anderen gemacht haben der entfernen muss man gleich mal gucken super geil das ist so befriedigend jetzt seitdem wir einen arm haben so warten wir hier ging es nicht direkt weiter nicht mal mit springen einfach nicht mal dir sein lustig ja die sprüge durch ne ok sollte ich mit leben können ich weiß nicht ob die alle alle miteinander verbunden sind aber ich glaub halt schon ist es war dann nichts verbunden ich hab mich am anfang ja immer gefreut sei aber kommst du gar nicht da hoch warum ist das so designt warte mal von welcher richtung ok so springen bewegst du schnell ist schon anders ok ok 2016 krankes zeug so hier waren wir unten hier können wir in die stadt sondern können wir auch wohl anrufen das war ja auch noch das ding so warte mal warte mal warte mal speichern wir mal weil das ja das war der ausgang jetzt wollen wir mal sehen wie weit wir kommen jetzt mit dem springen müsste eigentlich zum neuen boss oder so führen ok erstmal da dann ja komm ja ist mir jetzt egal wenn wir da müssen schauen genau ich so geil so und hier oben ist jetzt nämlich einer und hier sind wir auf euren licht hingekommen ne stellen wir uns auch nicht gut an schade dass du nicht laufen kannst vielleicht kommt das aber auch noch an da lächst du da sprich nicht mehr ist das schön ey ist das schön es geht so schnell jetzt sind wir nicht umquant von der oma runtergekommen ne hier waren wir noch nicht geil ok aber das wird jetzt hier richtig haben wir so was neu wir haben ja 10.590 ok na ok hup ja steffen hatten wir ja schon mal 10 ja ja ich mein dafür muss ich schnell und alles ist ok ich hab mich zu viele gerade abgehauen Mist die ist noch zu ja ja dropbox und los war ich dir anscheinend noch nicht drin ne noch ein bisschen zucker nehmt sie dann glaube ich nämlich auch an ganz schön sehr gut richtig wie stehst sehr gut so ja ok, hier waren wir gleich schon drin konnten aber nicht hoch so 26 haben oder nicht haben so, dann hat er mich anvisiert, was haben wir hier? hier waren wir echt noch nie ne dann, dann mal rein speichern mal zwischendrin ok, und dann ok, das ist neu jetzt muss ich drausspringen oder was? das ist dann auch Kohle sehr gut und dann hat mich anvisiert ok na gut muss ich erst mal hier an aha shiny object, ok ist bestimmt wieder so ein rolly Ding äh, roll wo muss der denn überhaupt aufmerken? glücker bist du glücker? ah, ich liebe es liebe es schwierig macht der rechte Schaden jetzt den oh, da muss ich aufpassen fallbitte dankeschön oh Gott, kassai macht doch Schaden ok, den gab es auch ein bisschen vorsichtiger angehen sehr gut kann man zwar ein bisschen vorsichtiger angehen aber hier waren wir noch nicht das ist super kann nicht passen ey oh, kassai bitte, bitte in das Leben fallen in das Leben fallen 14.000 ist ja schön jetzt gucken dass ich den Feuer hier umwerfe sonst haben wir ein Problem bald das wäre natürlich der Granatennahm ganz geil, ne? ok, erst haben wir mit der Fall oben ja ist ja gut ich muss wirklich auf Distanz bleiben aber gleich noch mal gucken dass wir den richtigen Parts drin haben der kommt jetzt rüber was, ja gleicher Mann ja, ok treffen ihn wieder er hat aber ne Menge aus das ist, kann man noch das Leben nachfüllen ah, so weit weg ist ja gut das können wir aber wieder auffüllen 15.000 ok gehen da aus ne Tür merken merken, merken, merken merken, merken sehen halt immer aus wie Türen, ne? was ist das hier? nix mhm, ne Wand im Weg ok ok wenn ich da etwas hätte zum durchbrechen habe ich aber jetzt erstmal noch nicht, ne? oder nicht mit der Waffe anscheinend aaaah so kann ich den nennen kann ich aber nicht etwa einsetzen, ne? nix special weapons der Mann ist äh selber anscheinend angezogen gut für uns vielleicht haben wir aber hier auch noch irgendwie wir waren das auch noch ja könnte ich mal benutzen ach so ja wie wir es haben ähm was macht der Wort? ok, cool mit der Taste haben wir hier irgendwas? warte, warte, warte warte aaaah looks changing ok ok ok, das wird es nicht sein interessant interessant special items haben wir hier noch irgendwas? wir haben hier eine Lizenzen aber wir haben keine Bombe oder irgendwas vielleicht auch irgendeine Zwischensequenz dass das da alles funktionieren jetzt haben wir einen Helfer auf das sieht schon mal besser aus in unserem Lebensmanagement vielleicht können wir es von der anderen Seite öffnen aber wir mal ja sieht auch so aus als könnten wir es kaputt machen ok ja ich habe er noch nicht drüber springen wird auch erstmal nix schade so 10 Minuten hochschießen wäre ganz cool also wenn das funktionieren würde ok aufpassen ok penlight ok was heißt das? was ist das? was ist das? penlight ja laser pointer ok vielleicht kann roll mir irgendwas machen ich weiß auch nicht ob ich die special waffe hier benutzen muss ich höre halt auch Gegner ne ich höre halt auch Gegner ne man kann nix machen äh äh interessant äh äh ja was ist denn das für ein Vieh? ok da sein kann band ab so schade schade noch ein bisschen dann könnte ich ja mal die geld kommen gerade noch keinen bock hier war ein bisschen farm im dungeon kann ich mir dann gedacht so der ist weg das war das genau aber hier können wir auch noch gucken reiner hat mich anvisiert erzähl mal was alter schild ok sehr cool ich habe nie auf die dinge geachtet am anfang jetzt wollen wir schauen da will ich jetzt natürlich mehr drauf achten vom alten schild habe ich schon was gelesen wir als hätten wir schon haben sollen hatten wir aber nicht so haben wir hier noch irgendwie schwarze ecke hier war da einer drauf der ist weg ok ist die karte aufgedeckt das ist einfach so schön doch hier waren wir ja interessant ja einfach durchgegangen stimmt ja oben beim uns ist so viel neben mir ich könnte gerade laufen beim schützen ich könnte bitte alle einsamen machen aber noch mal oder ach muss ich sagen ich kann sagen ich kann so geil lieber es aber ich kann es ist so geil lieber es was haben wir hier, da waren wir noch nicht. 2.840 Zenni, hallo? so wir müssen dann vielleicht doch mal Parts kaufen. Waren wir hier unten schon? da waren wir schon mal, ja noch nicht. okay, kommst du glaube ich dann eh nur mit springen lang? so, die Kanten mal ein bisschen achten, sieht aber gut aus. ja, oder? ja. sieht hier easy peasy aus. hier ist mir das gerade hier zu einfach im Raum. ja, hier waren wir noch nicht. ich dachte, hier wären wir schon gewesen. muss ich hochkommen, erzählen. ah ok, sehr geil. 4520. sind wir schon bei 24.000, geil. ah, ich liebe es, ey. 780, ja, kann man mit arbeiten. oh, wie geil, ey. so krank, ey. ist das eigentlich das Maximum? ja, wer weiß, wer weiß. wer weiß, wer weiß. gar nicht gut. also ich guck, muss ich das wieder reinholen. ausweichen da ja auch mein Ding. ja, ausweichen da ja auch mein Ding. das hat mir wie viel gemacht. oh. haben wir ordentlich Leben gezogen. hm, schwierig. schwierig, ja, können so viel kaufen. ey, wir müssen auf jeden Fall unsere Lebenspunkte auch verbessern mit der Kohle. vielleicht erstmal Waffe verbessern, wird wahrscheinlich mehr bringen. aber wie es weitergeht, der fahrt am nächsten Part. wenn es gefallen, dann super, super, gerne. da oben nach oben und, im Moment aber ganz, ganz lieb, in drei Tagen der nächste Part. bis dahin. herzlich willkommen zurück zu Megaman Legends. so, wir müssen jetzt zur Tür rein. hm, ja. ich werde jetzt hier mal die Parts länger machen. leider kommt das Spiel nicht so gut an. äh, ja. muss ich mit leben. ich werde das aber gleich mit der Grafik auch wieder ausmachen. weil, wenn hier so eine Kantenglättung drin ist, sieht zwar wesentlich schicker aus, aber der Charme ist weg. von der PS1. und das wollen wir nicht. so, wir müssen kurz noch mal gucken. so, und das Visieren müsste auf R2 gewesen sein. ja, ok. perfekt. ich weiß nur, dass wir jetzt gerade eine Menge Menge Kohle haben. ja, ok. was ist das hier? vielleicht mit dir was machen. ok, hier hoch können wir halt. ah, ok, ok. ich weiß aber nicht, wie wir das jetzt durchbrechen können. hat mir dafür schon irgendwas? ne, ne. vielleicht braucht man da eine gewisse Angriffstärke. du sagst, wie so Granaten-Lounger? hm. wer weiß, wer weiß. erst mal hier hoch. ok, das mal. ich bin gerade ein bisschen zu einfach rapid fire okay da muss man schauen ist das okay dreifach und was wird automatisch wenn es gebraucht wird jetzt muss man gucken dass bescheid das war das wie sie zwei normalen aus rock mit feier bürger das muss man wahrscheinlich wohl geben vielleicht kann sondern um fast daraus machen was wir benutzen können um die wand hier ein zu schlagen das war so zu sagen ich möchte mich nicht sogar aus und lassen aus den ganzen und zeigte mit zwei türen auf der karte so ich glaube soweit haben jetzt ein dungeon erst mal selber gemacht bereinigt und bösen kreaturen es würde richtig hart das heißt doch so hier waren wir nämlich überall dran doch schon einmal 4580 und einmal 720 war noch mal den letzten part reingeguckt zu wissen wo ich genau war ich will meinen arm nicht aufgehen da habe ich gar keinen bock drauf was ist hier los war mir welche jemand das ist ja ein paar zeit wo ich mir gesagt habe hier warten wir schon das ist ja ein paar zeit wo ich mir gesagt hab hier warten wir schon Lass mich raus. Oh, aufpassen. Aber wir kriegen keinen Schaden mehr durch, oder was? Haben wir einen? Kann das? Wir müssen so aufpassen mit dem Leben, ey. Das ist also neu hier. Cool. Hatten wir den hier schon besiegt? Wir haben auf jeden Fall keinen Leben mehr. Könnte ich mich nicht hier rausfinden lassen? Äh, nochmal Items? Ja, ne. Doch, da muss ich gleich mal gucken. Aber erstmal benutzt man das hier, ja. Dankeschön. Ah, ne, ne, ne. Okay, okay. Aber kommt man nicht irgendwie aus dem Dungeon raus? Ich würde es jetzt super gerne mal probieren, ja. Vielleicht kann ich hier noch nicht so einfach besiegen. Das war noch nicht geladen hier, der Teufel Dungeon. Schon ein bisschen lang genug, ne? Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Alter! Wahoo! Wahnsinn, ey. Nein! Ich bin quasi tot, hier ist ein Zünder im Herd, ein Zünder im Herd, ein Zünder im Herd. Ich bin gar nicht so... Jetzt hat die Frage, ob er mich draußen hinstellt. Und ob ich jetzt... Okay, gerne. Okay, ist ja gut. Ja, so warte mal, ich würde dann... Ich muss eigentlich gucken, dass ich hier rauskomme. Ich habe hier keine Chance. Das ist auch krass gemacht. Ja, nachher. Alter. Ja, ich glaube, von mir kam ich. Das müssen wir uns mal anschauen, weil... Schauen wir mal. Äh, sorry. Das ist jetzt echt schon, was ich mache. War alles schon erkundet. Aber wo war denn der Ausgang nochmal? Das war wirklich nah dran am Ausgang. Ich würde erstmal raus. Ich will erstmal die Waffen verbessern und alles. Und dann sollte es gehen. Äh, okay. Wie war das? Neu, oder was? Ja, ich steh'n da hinten dann aus, was ich mir sehe. Ich glaube, ich bin ein, das war's. Ich würde mich auch nicht machen. Ich bin ein, den Ratsch. Sollten wir mal ne Karte angucken hier, vielleicht für den Dungeon. Sollte auch irgendwas Bestimmtes machen, aber... Doch haben wir ja dann eigentlich schon. So, warte mal. Was machst du hier? Was ist die Dreadbox? Ja, ist okay. Was dachte ich mir denn jetzt auch schon? Ja, ja, wir waren bloß in dem Moment noch nicht für den Park des Dungeons. Was? Okay, aber wir haben jetzt erstmal gemühen können. Das endet einfach nicht mehr. Nie mehr. Ich will hier raus. Warte mal, kann ich nicht katern? Vielleicht darf ich... Nein, es ist gerade bei mir rausgehen. Als ob ich jetzt mal einen Plan hätte, wo Role steht. So, hier waren wir. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, hier waren wir. Das heißt, bei dem Ausgang, wo wir jetzt gerade hingehen, müsste auch der Baum stehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich da die Waffe benutzen muss. So, dann gehen wir nämlich mal hier langer. So. Die habe ich gar nicht gesehen, ne? Hätte mein Endo sein können. Hätte auch mein Endo sein können. Superschön. Sorry. So undurchsichtig, ey. Schon mies gemacht, ne? Dein Game Over. So, das könnte mich wieder an die Luft führen. Oh, nee. Ey, aber schon gemacht hier die Dungeons. Ich muss jetzt mal gucken. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier können wir ja noch nichts machen. Ich will hier raus. Okay, und hier haben wir nämlich das gut. Kann ich hier irgendwie rein oder irgendwas? Nee, ne? Nee, 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 okay. Warten wir mal, wenn wir hier lang gehen. Interessant, interessant. Wenn nicht, muss ich mir eine Karte einfach gleich aufrufen. Aber irgendwo wird es lang gehen. Das ist jetzt halt hier wieder nervig. Ich habe das Gefühl, die werden immer schneller. Kann es vergessen. Kann es vergessen. Es ist halt so schwer zu sehen, wo das ist. Was ist das? Oh Gott, ey. Das ist dann zu sehen. Das ist hart. Mein Gott! Genau, von hier kamen wir. Wo war denn der Post rum? da war das hier und dann meinen anderen oben nehmen oder wie wäre auch eine idee hatte ich ja schon gegrillt zum glück jetzt kommt der bus wir mussten wahrscheinlich besiegen können was jetzt ohne leben halt wir sind sie wieder langsamer so dass wir hier mal weiter ich meine ich kann doch einfach bekämpfen ich teile was mit mehr range und so und wir haben einen rennen Ich schaue mir an das mal. so dass das geht das hatte ich überlebt zeitig kommt dritte ich bin das drin wäre jetzt wirklich mega da habe ich mich vorher immer so dumm angestellt da muss ich mir nämlich auch keine sorgen mehr machen da ist mal so verkehrt der hat mir sogar leben gemacht eigentlich super easy so und das ist jetzt neu ich würde sagen ja es war dort karte noch nicht erforscht jetzt teilweise echt hart so warte mal aber hier sieht es aus als wären wir schon gewesen ich habe keine ahnung habe ich von denen irgendwas eingesammelt ich guck noch mal hier ansonsten geht es einfach zurück weil der eine bereich war nicht erforscht was auf jeden fall war schon so warte mal in der meinung das eine hier noch nicht ich hatte irgendwas gerade geladen jetzt waren die beiden gängel die hier vorne auch lass mich einfach raus bitte keine gegner sind zeichen dass wir da schon waren super verwirrte mit mehrerer ausgänge ich sollte mich nicht so anständig einfach nur upgrades kaufen danach bin ich auch sofort wieder da in der meinung hier oben ist das da hinten das grüne und das blaue genau auch ein fahrstuhl könnte vielleicht ist das guck mal das hier freigelassen wir das mal ausgaben waren wir auch schon ja waren wir auch schon es war nicht erkundet ich würde sagen die richtung nicht sicher hier waren wir aber schon das ist muss das sein ausgaben genau machen hier ist so das war uns merken schön wie der kater kundest und das da bleibt okay hier waren wir auch schon hier müsste der ausgang sein hey das ist so nervig einfach ein glücksspiel es ist einfach ein glücksspiel ich sehe von der kamera nicht wo das ding ist wahnsinn wahnsinn das ist doch ein ausgang jetzt ja das ist es ok 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 ja war noch nicht viel erkundet zumindest ja ok guck mal da sind noch zeichen drauf all in the way vielleicht brauch ich das granatending oder was anderes das werden wir bei rule draußen erfahren aber schon schön zu wissen sieht es hier mit aus ja hier sind auch nirgendwo gegner hier waren wir hier in one definitiv ja relativ am anfang ja das ding muss nämlich weg ich so momentan noch kein schaden ich höre was ja ja hier waren wir da ist trotzdem die frage wie wir hier reingekommen sind mal so nebenbei ok also hier nicht von wo kann ich denn wohl aus mal nur draußen draußen kann ich halt den wagen gerufen ja warte mal es gab hier doch naja kommt man nicht irgendwie raus wer denn das hinbekommen was ist das hinbekommen unglaublich irgendwo ein ausgang ich leere euch an wir waren auf jeden fall im letzten part deswegen das kann alles geil so weit entfernt sein gut aber das hier war ja zumindest ein lichtblick jetzt wir jetzt bloß gucken da wohin da will ich jetzt mal hin ja von hier sind wir hinbekommen und das war ja die falle das ding ok das ist neu das ist neu aber es gibt nochmal richtig gute punkte hier irgendwo sind wir rein das ist neu da waren wir sehen das geist wo das ziel hier waren wir nicht hier so ein run hier irgendwo sind wir rein ok 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 ja hier irgendwo sind wir rein bin ich der meinung hier also guck mal deswegen das grün und das blau ist ein ausgang der legende wäre gut gewesen ok 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 so und jetzt will ich das support kam perfekt hier sind wir jetzt muss ich mal gucken jetzt werde ich hier gleich mal suchen wir haben dazu bekommen special items ne normal items haben wir rapid fire barrel das gebe ich hier gleich mal ein ach ja ok ach so deswegen rapid fire na gut so und dann rufe er erstmal roll an ja das ist eigentlich der plan auch super super so ein quatsch hat es mal mit data energy charge danke schön ehm pay me ok yellow reflector ok sehr gut ich war gespannt was wohl jetzt macht er zeigt mir mal special weapons an hier auf item development sehr schön sehr schön es gibt hier mal ein yellow reflektor so rapid maschinen kann also entfernung verbessert ich würde noch mal gucken bei dem aber in den hat sie durch mehr so feiner gemacht schade eigentlich so drehen wir mal mit ihr dann gucken wir noch mal gegen special weapons verbessern ich glaube unseren saugarm konnte man noch verbessern ja hier spc 2500 er ist nix gerade sehr schön muss auf jeden fall eine stadt ach so noch mal max out ok max out max out perfekt können wir noch einen anderen verbessern ich bin mir gerade nicht ähm scheinschmeppen ich guck nochmal splashmine der normale ist auch nicht auf jeden fall besser sind nur die ne und der genannten arm bei uns ist auf ok ja sagen wir euch nix zum band zerstören direkt der war meins ich glaube ich lasse mich gleich hier zur habe ich gerade nicht sicher war irgendwo hatte ich hier eine karte das war hier unten obwohl kennt man selbst über links city hall nehme ich glaube wir stehen schon richtig kennst du und da war mein na ja sehr gut okay das war das ja genau hier sind wir richtig da und dann gucke ich dass ich mir ein ganzer upgrade zu holen ja finde ich gut was nennen wir richtig genau to town dann können wir jetzt mal einen job mit der ganzen kohle und uns die nötigen verbesserung holen dann ist nochmal alles super entspannt entspannt so und ich lese mal nebenbei ich glaube wir sollen jetzt nach wie vor zum hafen aber braucht man dafür nicht irgendwas ich finde es so geil wenn ich die upgrades gleich habe ach freust mich so auf das war hinten ne ja der junk shop vielleicht auch noch irgendwie parts kaufen so buy erstmal auch buy ähm parts laser ok schon mal gut dann erstmal items guck mal einen punkt dazu ähm 36 oh ist das ja ärgerlich ey was ist hyper cartridge was ist hyper cartridge hier hier nehmen wir das hier ne um die erstmal zu verbessern da da würde ich aber halt auch jetzt super gerne durch sparen ja ärgerlich hast da einen punkt insgesamt mehr aber hier schaden um die hälfte ist natürlich noch geiler wenn wir erstmal die beiden kommen machen wir die beiden ne na ja gerne item achso geht jetzt auch gar nicht mehr ok mal sehen ok geht noch ja gerne bitte noch weiter gehen ok limited time soll ich hier nochmal ja aber auch nicht so cool es ist ja wahnsinnig was ist das alles hier hier refill ok hat er ja drinnen gemacht sehr schön so cancel halt das sieht doch schon mal besser aus hast du mir zu erzählen ja ich guck mal nachher um ich hab gehört du guckst dir die Sub-Gates an ich glaub das wüsste es sein ne das ist der Klasse A genau da waren wir ja mhm ok ja aber die Connection hat man uns ja nicht angeguckt sorry ja ach ich häng jetzt hier fest für immer ah 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 ich wüsste mich warum die Lichter so niedrig sind oder so schwach ich ja ok wahrscheinlich so schwach ne so schwache Beleuchtung aber es passt zu der Atmosphäre hier in dem Land aber du siehst halt kaum was ok stimmt ich kann jetzt hier hinter springen ne ja ok hinter kann ich aber jetzt nicht ok wir haben wieder schön geupgradet muss ich mal sehen ob wir jetzt da alles Sub-Gates Sub-Gates hm wo haben wir die Sub-Gates ja hm 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 ich würd jetzt ok 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 ich würd jetzt einfach nochmal gucken dass wir zum Hafen gehen ne ok 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 sapp nuestro Dressmarker-Hippo, nää, ich erinnere mich. So, cool, alles gemacht. So. Geh mal rein. Hoffen, das ist es. Kaffee-Sahne, richtig. Hm, hm, hm. Achso, sie kauft das. Ja, wird Zeit, dass er sich, ne, ja, also, absolut mein Sinn hasst er. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich kaufen will. Vielleicht sollte ich das aufgeben und nach Hause gehen. Äh, ne. So, und du? Muss ich mit dir reden? Hi, Megaman. Suchst du für etwas? Suchst du nachher etwas? Ah, okay, okay. Für die, für die Frau, äh, auf den Hügel, die gemalt hat. Ich wusste gar nicht, dass du ein Künstler bist. Äh, ich werde oft unterschätzt. Wir haben nichts davon, aber... Wir haben roten Lippenstift. Würde das auch funktionieren? Würde mal sagen, ja. Ja. Dann, äh, hier. Ich gebe dir meinen. Es tut mir leid, äh, ich hab's ein bisschen schon benutzt. Ah. Äh, kümmere dich nicht darum, mich zu bezahlen. Also, ne. Ähm, ich bin einfach froh, dir helfen zu können, Megaman. So, wir sehen uns später. Guck mal, das wird das, ne. Äh. Äh, okay. Okay, jetzt, äh, einfach zum... Aber das ist auch sowas, da musst du erst mal drauf kommen. Dass du jetzt zu der Verkleidungsfrau gehst und sie nach roter Farbe fragst. Ich mein, ja, so ein bisschen abstrakt gedacht kann es funktionieren. Ähm. Ähm, dann nehmen wir uns am besten das Auto, ne. Ja, komm. Oder? Ja, doch. Das ist Gehirn und Ruf das Auto. Hm. Das kann er machen. Das ist der beste Weg. Äh. Special Items. Und Anrufen. Ja, schön, 12 von 12 da bei dem Lebensding. Dann können wir da auch ein bisschen was machen. Support Car und dann sollten wir nach, das war, Downton, ne. Abtauen, abtauen. Ja, gut, so, nur sagen, da bin ich dann froh, dass ich eine Guide benutze. Also, es wäre sonst super viel herumöhnend. Ist dann auch schwarz. Sehr gut. Na, das Spiel hat mich auf jeden Fall in den Bannen gezogen. Ach so, wir stehen sogar fast richtig schon. Warte, ich bin ein bisschen weit weg vom Mikrofon. So. Da ist er doch. Ja, jetzt hier mit der Grafikeinstellung siehst du auch mal mehr. Oh, ihr habt. Hm? Was ist das? Hey, kann ich das für einen Moment kaufen? Das ist es. Das ist perfekt. Das ist genau das, was es braucht. Vielen Dank. Das ist schon eine geile Synchronstimme, ja. Ähm. To Willi Boats. Okay. Ja, aber du musst ja jetzt hier wirklich, also geil, ne. Wenn du damals so angefangen hast, äh, äh. Und, äh, einfach in die Welt entdeckst und dann findest du raus, was weitergeht. Aber ansonsten ist es halt schon sinnvoller, geil zu benutzen. Dafür ist die Welt zu groß, um ja einfach zu gucken. So, ich werde jetzt nicht lesen, was ich hier machen soll. So, dann spreche ich die Menschen an. Hast du gehört, was passiert ist? Jemand hat alle, genau, das hat man gesehen. Das muss man halt mal sehen. Ich würde jetzt nochmal mit Willi direkt sprechen, weil die sind broken Piler oder irgendwas hatten wir ja schon. Ähm. Ihr sprecht mal mit Willi. Das war er hier. Aus dem Boot. Ähm. Normalerweise kannst du was aussuchen. Aber wir haben gerade keine Boote. Ja. Geht mit dir mal. Äh. Ich wollte auch ein Boot, äh, mir ausleihen. Nein, ich sehe nur ihn. Ich wollte fischen gehen. Ja. Und da sind viele Fische, ne. Alles ja. Zimmel. Ja. Na. Was? Die Boote wurden gestohlen? Ich frage mich, warum das jemand machen würde. Hütkopf. Wie sie ein Lego verarscht haben, ey. Ja, okay. Ist das uns irgendwas fehlt? Finde ich. So. Dann gehen wir mal hier raus, ne. Vielleicht erklärt sich hier gleich alles. Weil hier waren wir ja eigentlich schon. Was ist hier los? Na schon. Naja, hier hatten wir Refractor-Dings da irgendwie, ne. Ja. Ist leer. Jetzt ist leer. C. Einzige, äh, was nicht stimmt mit dem Boot. Ist der Refractor. Äh. Ja, wir haben ja einen. Wenn ich einen großen Refractor hätte. Wie deinen, dann könnte ich das wahrscheinlich reparieren. Ja. So, nämlich. Deswegen, wir waren hier. Aber dann, danach hatten wir einen gelben. Und dann haben wir ihn. Und dann haben wir ihn. Ist das schön, ey. All fixed. Oops, I'm sorry. I don't know what came over me. I just started fixing the ship and... You really love machines, don't you? I can tell just by looking at your face. Whoa, your face. It's covered with grease. I'm glad I could get someone as pretty as you to fix my boat for me. Tell you what. You can use it anytime you want. We'll be able to get to the island now. That's great. Let me know when you want to go out to the island. I'll pilot the boat for you. See you later. Okay. Der Mann ist verdammt creepy. Ist er okay? Ja, okay. Soll ich rein gehen? Ich muss die Tür hinnehmen. Das sollten wir haben. Das sollten wir haben. Tammy. Ähm. Nö. Nix mehr. Vielleicht hat er einen so oft, der Item schon geschenkt. Vielen Dank. Dankeschön. So, Lehm und alles ist voll. Ähm. Perfekt. Geil. Schön, schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das Boot? Ja, dann rufen wir sie an, ne? Super tolles Spiel. Mega Man, bist du bereit? Ja, gehen wir. Hier geht's. Hier geht's. Ich Tick zu etwas auf dem Sonnen. Warte ein Blick auf dem Megaman. Achtung. Im Dank. Hirsch. Ich geh jetzt mit einem Sonnen. Sie sind hier. Ihre Robots sind hier. Wasserschlacht, okay. Okay, NL, er sollst das Boot beschützen, ähm, schieße und zerstöre die roten U-Boote. Tapedos und die gelben Schiffe. Soll sie mein Schiff treffen, okay. Danke. So, der ist untergegangen. Auf das passt der alles? Zu weit weg? Aber gar nicht gut. Äh, ich muss jetzt was mit dem Range nehmen, Buster Parts. Ah, was machen wir, warte mal. Range. Wir brauchen Range. Tacke plus zwei, was machen wir? Kip. Ach so, okay. Ener... Energie brauchen wir grad nicht, wir brauchen Range. Tacke und Range. 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 Und Range. So. Gibt mir was. Fällt mir gar nicht an. Was heißt er, hä? Äh, oh. Ich verstehe, was er meint. Ich verstehe es schon, ja. Komm. Was ist noch was erhält? Was ist denn hier los? Da oben auch? Warte mal. Wie war ihn das? Okay, hau ihn weg. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ja, ist okay. Die kann ich auch wegmachen oder was? Wie spiel der ist weg? Warum schießt der? Okay. Mal holen bitte. Ja gut, vom Leben alles entspannt. Okay. Okay. Hier sind ein paar kleine Brügel kommen aus hierher. Wie ist es nur noch? Wie ist es nur noch? Ist also nur noch? Das ist nur noch. Wie ist es! Wie ist es? Oder? Ich muss noch eine Brügeladen auf meinen Brügeladen nachnehmen. Da are wir. ach komm ich glaube ich bin doch nicht so wie es sollte ich stelle das einfach mega schlecht an denn hier los ist das liebevoll gemacht alles schön 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 wer ist weg muss man den noch bekommen das wäre wichtig erst weg aber noch ich will ja keinen gerade hier war da irgendwas geldes gerade in der kammer was heißt der hat kommen wir den erstmal weg sehr gut so jetzt haben wir sehr gut er hat aber nicht mehr viel gemacht so ein mega cool gemacht seh ich hier noch jemand gar nicht ist das genau sehr gut ja vielleicht hätte ich nicht nur range sondern auch attack und wie mit rein nehmen müssen also ich war noch so warten wir jetzt haben wir gerade wenig attacke sehr viel range muss ein zu wünscht das war ja hier das gegen energy und na gut ich werde die jetzt benutzen einfach sollte schon passen weil dann werden die zumindest auch mal zerstört ist ja ansonsten echt schrecklich hat energy sollte ich ein bisschen ja ja okay das ist ja schon mal wesentlich besser jetzt vor allem wenn ich die feuer zum explodieren bringe auch zu den oben natürlich und ich bin ich bin sehr gut auch weg okay der ist auch noch weg ich habe nicht gedacht dass ich den erwische ah hier perfekt ist den auch erledigt oder was aber für mich auch so lange rum bist du alle hassen oder neben becket sehr sehr geil also braucht er nicht so viele schüsse hier sehe ich besser als die range ich weiß ja nicht dass ich die schüsse auch noch abfangen kann ich sehe kein einer war noch gleich im wasser super super geil umgesetzt das ist es sieht aus wie wir alle ihre kleine schüsse warte ich kann es sehen auf der sonar auf auf Megaman etwas großartig ist dieser Weg okay ich wusste dass unser kleine blüter blüter wäre ich dachte wir würden ihn später oder später wenn wir hier warten hier slow ahead slow ahead eh 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 es kommt nochmal ein großer Kampf oder was es ist es 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 also es 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 Okay. dann war kann man ja mal aufgehen eine andere strategie Ah, er qualmt doch schon. Was ist er anspringen mit dem Kopf? Muss ich die Dinger erwischen, wie sie rauskommen? Fight. Achso, ich soll wieder... Noch mal so eine andere Strategie. Was ist denn das für eine Weibsicht? Was ist denn los? Ach, wir kommen echt ein bisschen. Ist das cool, ey? Was ist denn das für eine Weibsicht? Wenn du nicht möchtest, dann enden wir mit einem großen Hohle in deinem Backseid! Juhuhuhuhuhuhu! Ich kann sie nicht nehmen. Megaman? Megaman, bist du okay? Du hast nicht fallen oder was? Soll ich es runterspringen oder was? Jetzt, jetzt, jetzt! Was ist das? Nein, du hast es! Du hast uns nicht. Okay. Ja, komm. wir treffen gerade geil. das nervte jetzt das einzelnen genommen sind wir direkt wieder hier sehr gut sehr gut bitte bitte komm komm geh auf den arm geht euch darauf ich treffe super selten ist das nervig komm 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 ich brauche es wahrscheinlich bessere parts ich habe halt alles einfach nur in lebenspunkte gesteckt das bringt mir halt gerade zu absolut wir schauen mal sehr gut wir haben nicht mehr viel es war scheiß treffen wenn wir rauskommen genau damit der schaden bekommt ich schick es nicht ich schick es ist so weit war hier wenn er nicht gleich weg ist es vorbei bitte 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 so viel leben wie schön was für ein geiler boss Telefonklingel Das ist ein absolut geniales Spiel. Das haben wir gemacht. Bosskämpfer allein sind super innovativ. Das ist das Geheimnis. Dankeschön, ihr beide. Ich hätte nicht gefragt, ob einen besseren Bruder und Schreiber, als du. Wir bekommen diesen blauen Zeigern, sicherlich. Ich verstehe nicht. Selbst wenn wir uns besser von uns wiederholen sind, ich fühle nicht das wenig angeregt. Warum ist das? Lieber. Lieber. Okay. War aber ein richtig geiler Buskampf. Schön. Sehr sehr schön. So. Okay. Das ist voll in der Nähe. Ah, warte, warte, warte. Okay. Legt schon voran. Erzähl mal. Oh. Jetzt sind wir bei den, äh, ne? Insel Ruinen. Willst du Speicherung? Hier, warte mal. Tell me. Äh. Ja. Was sollte ich jetzt machen? Legt schon. Das sind die Sub-Gates hier. Da ist wahrscheinlich ein Refractor drin. Okay. Äh. Wenn du zurück zur Stadt willst, musst du das Boot nehmen. Okay. Perfekt. Ich hab voll Bock drauf. Was geil ist. Ich kann raus zu ihm. Und kann mich einfach wieder heilen lassen. Okay. Rein geht's. Ja. 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 Ich kann mich für Attacke eher gehen. Attacke. Oder Energie. Ne. Gehen wir hier auf für Attacke. Und Range ist erstmal nicht wirklich entscheidend. Perfekt. Das wird doch mal was hier. Das sieht eisig aus. Ja. Ja. Aber ich kann sie auch von hier verletzen. Okay. Ich hab das besser. Ich hab das besser. Ich hab das besser, dass du auch ein Geist bist. Sehr geil. Sie kann ein Verbot also. Die selbe Sache machen wie im Auto. Das ist perfekt. Sehr geil. So wie viel Colamba? Wir brauchen jetzt ganz ganz viel weil ich will Upgrade. Wir haben so dieses Hälfte Schaden Ding und alles. Das ist Top. Das heißt, wenn wir nicht weiter gehen, einfach nach oben und dann einfach neu rein. Kann ja eh das Boot zur Stadt nehmen. Ich war jetzt erst mal auf die 36.000, dann ist schon mal um die Hälfte da. Dann gibt es erst mal auch überall den. Wie viel geben die immer? Ja, okay, super. Wir haben jetzt schon mal Hammer, dass der andere jetzt anfängt. Super. Ja, das Upgrade war gut. 11.000 direkt. Super, super. Ja. Oba. So, wir schauen, wo komme ich gerade. Top. So, da hinten geht es lang. Okay. Ja. Die Musik auch hier. Old Torwartschatz. Guck mal nach. Für Wasserfahrträume benutzt. Wer weiß, was sonst da für ein Upgrade zaubern kann. Ich guck mir hier nochmal die Seiten an, damit das hier ein bisschen vollendeter aussieht. Sehr gut. Finde ich cool, wenn du das so entdecken kannst alles. Okay. Hier geht es hoch. Okay. Die Range sollte auch passen. Ja, okay. Also, wir können auf Range setzen mit dem. was wir haben. Äh, mit dem, mit dem Saug haben meine ich. Okay, super. Geben nicht ganz so viel. Ah, gut. Einfach ein bisschen zu Wagemut. Sind wir ehrlich. Wie viel der braucht, ey. Wir brauchen ein paar Zähne. Wir brauchen Kohle. Ich glaube, cleverer wäre es gewesen, wenn ich am Eingang immer die einzelnen weggenommen hätte. Wahrscheinlich die 10.000 wieder raus. Ganze vier Malen habt ihr schon Schaden um die Elfte reduziert. Aber wichtiger ist, dass ich dann die Parts kaufe. Ja, ich brauche so viel Schaden wie möglich, ja. Hier gibt es auch ein Leben. Perfekt. Auf, müssen wir aufpassen, weil wir explodiert, glaube ich, es ist ja gerne. Dann die Viecher. Kann schnell sein immer. Ja. Da hinten musst du mal kommen. Ah ne. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Die Musik. Schön. Passt das? Ist das hier oben? Ah ja, der Pütscher. Geil wäre noch, wenn du einfach schnell aus den Tanschen rauskommst. So sollte er aus sein, ja. Jesu. Der Saugarm ist jetzt so gut überpowered. Oh, was ist das hier? Oh, falsch. Ja. Ist da etwas drin? Gateling Part, okay. Ist das hier sowas, oder wie? Naja. Okay. Gehör zu Gateling Gun. Wir haben uns dann mal an schon. Und ein Starter Key. Ah, wofür war denn das so? Was haben wir gefunden? Von diesen Liedern sieht es wie ein Starter Key. Das bedeutet, dass hier wahrscheinlich ein großer Refractor ist irgendwo. Good luck! Dankeschön. Das ist sehr gut. Geh hier natürlich rum. Voll bedrohlich die Stimmung hier. Ei, ei, ei. So, wenn wir das alles haben. Wir auch? Okay. Ich glaub drei so ne Starter Keyes brauchten wir. Mal weiter schauen. Kein schon aus, die Fücher, ey. Oh Gott. Ist ja gut. Sehr gut. Guck. Einmal hier. Ah, guck mal. Aha. Ich hab einen Ring gefunden. Ach der? Ja. Ne, ist der Schlüssel. Was wollt ihr mit einem Ring? Ja. Ach so. Okay. Kann ich Roll geben. Okay. Interessant. Schauen wir mal, was das zur Folge hat. Wo sind denn die Monster? Ja. Ich verlofen. Mega Man, was kannst du da sehen? Ich bin nicht auf meinem Monitor. Ich weiß nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl darüber. Okay. 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 Vielleicht ein bisschen wasserempfindlich ihrer Geräte. Schwein gehabt. Okay. Vielleicht einfach schwimmen. Ist aber gut umgesetzt. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde erstmal noch oben bleiben. Und den hier. Was ist hier? Warte einer. Star Trek II. Gar keine Ansage von mir. Okay. Ich dächte, da kommt was. Die Musik ist so bedrohlich. Was wäre? Und deine Vision möchte ich daran. Ja. Was wäre denn? Ich fang mal mit. Ein Jaun Plug. Ich fände da so viele Sachen gerade aus. Ja. Connecture Plug, okay. Vielleicht braucht man das gleich. Aber wo höre ich denn hier die ganze Zeit Gegner? Ist es zu weit weg? Irgendwo hier unten ist ein Gegner. Da. Und was passiert hier gerade? Und dann. Na. Er muss mehr. Okay. Und was ist das auch passiert? So und dann gehen wir nochmal auf Special Items und werden uns befüllen. Okay. Ah, gotten es gut. Voller Blödsinn. Sehr geil. Kommen wir nur welche? So, wie kamen wir jetzt? 18.000. Da fehlt was, da fehlt was. Ja, der Mensch um die Hälfte reduziert werden. Guter Anfang. So, wir gucken nochmal in die Mülle. Ja, der ist offen. Ich sage, jetzt muss man wirklich mal zu sowas hin. Was ist denn jetzt der nächste hier? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Da ist er. Brühe. Schwein ey. Das ist für die Beleidigung der Teacom, aber es wird schon ändern. Aha. Ah, muss klöchtern. Ah, das ist schon, das sieht an. Wenn du jetzt nachdenkst, die ersten Gegner waren halt so easy. Glück gehabt, dass er da wirklich war. Was war das? Weiß halt nicht, wo das hinführt, dann lassen wir vielleicht noch. Oder? Ne, ne, gehen wir da lang, oder was? Ja, okay. Warte mal, warte mal, von hier kommen wir doch. Ja, von hier kommen wir. So. War das denn jetzt neu? So, ne zweite Tür vielleicht? Weil du mal ein bisschen hochkommst? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Okay. 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 Okay, da sind wir jetzt eigentlich überall mit durch. Ich komme jetzt so. Ne, warte mal, von da oben kam ich eigentlich. Mal sehen, was es hier so schönes gibt. Okay. Okay. Was ist denn das? So, das ist neu. Was? Irgendwo ist einer gekommen. Wie hört mich? Ah, da war. Genau, ich hab grad oft getroffen. Das war jetzt, das rief echt gut. Das rief richtig gut. So, warte mal, hier waren wir durch, ja. Oh, genau. Schon mal rein. Wow. Was? Nein, nein, da war mir das viel wichtiger als alles andere. Das wird jetzt hart. Wenn du jetzt nicht umfällst, habe ich Probleme. Warten der für eine Reichweite. Jo, ich treffe halt immer noch nicht. Ach so, und da kann ich nicht treffen oder was? Oder die Entfernung? Okay, das lohnt sich, das lohnt sich. Zumindest, super geil gemacht. Muss zumindest jetzt das Geld drin haben für Hälfte-Damage-Reduzierung. Damit wir mit einem Rest können. Wir haben uns jetzt anvisiert. Okay. Ah, gar nicht gut. Gar nicht gut. Komm, schaff mal jetzt. Komm, komm, komm. Das war ein knappes Ding. Ach, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Nein! Das hilft gut, das hilft so gut. Einer muss raus. Einer, einer, nur einer. Dann geht's genau so, ist okay. Sehr gut. Es ist richtig cool gemacht. Mir fehlen die Worte. Sehr gut. Wir haben jetzt 32.000. Ich glaube, ich gehe noch mal weiter. Ich könnte natürlich auch rausgehen. Ich mag eigentlich besser apart sein. Ich werde so niemanden einen Bosskampf schaffen, oder? Mal sehen, wie es jetzt hier aussieht. Ja, ich werde jetzt hier keinen Bosskampf machen. Was ist das hier? Ich will das wissen. Er weiß was, ich mache jetzt erstmal einen Bosskampf. Also, mach keinen. Was? Okay. Nehmen wir, ich nehme mich zurück. Auch die Upgrades. Das zeigt mir sonst keinen Sinn. Ah, okay. Interessant. Ich gehe jetzt hier raus. Okay. Ach, seit ich bin jetzt wieder auf dem Mainland. Lustig. So, dann kann ich verbinden hier, oder was? Ja, guck mal. Cool gemacht, wie es alles so verbunden ist. Schön, dass man gesehen zu haben. Ist schon die andere Seite? Wahrscheinlich auch sowas. Man kann es durch die Mauer dir leichten Zugang irgendwie verschaffen. Ist auch neu. Okay. Ist genau die andere Seite. Aber hier wird ja bestimmt auch eine Mauer kommen. Ah, okay, okay, okay. Ich glaube, weiß Bescheid. Ich weiß bloß noch nicht, wie man zerstört. Guck mal. Rapid Striker. Was haben wir hier? Äh. Könnte. Fast apart sein, ne? Ja, ist das. Okay. Rpd plus 2. Ah, okay. Deswegen Rapids. Okay. Rpd plus 2. Energie plus 3. Rapid 1. Okay. Erstmal ganz ausgewogen. Wie viel haben wir? 32.000 oder? Geht noch was. Können natürlich auch Parts verkaufen, ne? Ich glaube, andere brauche ich nicht. Ja. Okay, okay, okay. Quatsch. Mhm. Schon interessant. Ich weiß auch, was dann in der Mitte von beiden ist. So, hier lang raus, ne? Ja. Okay, da hinten geht's weiter. Mhm. Ja, so ein bisschen Kohle wäre halt schon noch cool. Komm, wir gucken mal weiter, ne? Äh. Warum? Warum? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist ja alles neu. Das nicht, ne. Nein, ne. Noch jetzt einen Gegner, ich bin futsch. na ist weit weg, ehrlich. Unglaublich. Unten von den Schaub ich keinmal. Was hat mich anvisiert. Was ist denn das Teil? Was war es mir? quasi tot. So, hier geht es auf jeden Fall wieder zurück. Lassen wir das. Das Ding ist, da sind dann auch alle wieder da, nehmt. Muss ich tun nicht. Hilft da, ist nix. Das hat nichts der anderen nicht anvisiert jetzt. Machen wir jetzt auf jeden Fall die Kurios ganz gut, ne, wenn wir raus sind, kann ich mir so safe der reduzierte Schaden holen. Das wird schon vieles verbessern. Ja, ist schon da ran. So, ist hier noch mehr ran. So, dann hier auch schön da ran. Okay, komm, 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 komm. Okay. Alter, ist hier im Leben, ey. Und zeigt er mir so an, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Zum Leben steigt. Doch, hier war ich. Okay. So, ich kann da auch gleich aufgehen. Vielleicht gehe ich dann sogar noch mal rein. Ein bisschen gründen. Das wäre sinnig. Super. Genau, hier muss man eigentlich los hin. Genial. Ja, die Wiener sind da. Ein bisschen nach halber Wiener aus. So ein bisschen kürbischmäßig. Und das Orange tut sein Tag. Und die finde ich auch gut auch von mir. Zwei Beckele. Schön. Gute Farbe. Ja, komm her. Ich stelle euch bei dir jetzt nicht so an. Einfach her. Alter. Ja. Ja. Witzig draußen. Okay. Die hier vorne sind's, ne. Die muss ein bisschen farben. Ich denke, das war auch die Grundidee. Äh. Da kommt man sich nicht so irgendwie umschweig. Kann man verlieren. Entschuldigung. Da geht man. Da geht's. Da geht's. Und? Oh. Da geht's? Oh Gott. Oh Gott. Hey. Oh Gott. So, ihr habt es. ja sehr gut siehst du 42.000 ja die hier vorne machen es hier ist der ausgang dann musst du einfach wirklich bloß das hier abfahren ja und dann kann ich hoch weil die passt ob ich das noch mal mitnehme dann richtig fett shoppen hier jetzt können wir uns schon mal die beste kaufen er ist ein träumchen kann sein dass jetzt so ein bisschen grinden mit drin hast so da steht er perfekt dankeschön so speichern gehen wir rein hier zu dann gucke ich noch mal dass ich die fächer weg nehme und wieder zurück wenn die lassen wir schnell weg nehmen ich bleibe hier einfach so stehen fast schon ja perfekt so ich glaube 42.000 hatten wir angefangen super machen auch nicht viel scharf so alle schon eingesammelt perfekt ja das war nicht vorsichtig vorgehen sondern einfach rauf wegballern und weiter ich könnte halt auch ausweichen ja keine ahne ich glaube der hat ja sogar wenn ich jetzt gucke ach quatsch ähm ja ne das ist nicht aufgefüllt ok dann muss ich doch so ein bisschen und dazu also fahrrad ja 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 perfekt ja ja naja so ja ja laufen gehört ich glaube das reicht sogar zum schnellen fahren wir haben jetzt knapp 7.000 8.000 master pro links da die frage waren wir schon ach guck mal 1240 noch mal habe ich das nicht gesehen ein bisschen tiefer vielleicht ist das so von der zeit her am sinnvollsten es hat immer wieder zurücksetzen zu ihm direkt wieder ansprechen sehr schön und was anderes hat er doch auch aufgefüllt wer weiß es wird so geil wenn dann wenn man schon mehr ich meine ist dann für die weniger als jetzt glaube ich deswegen müssen wir gucken dass wir irgendwie kantinendings da noch aufgefüllt also größer haben also ein bisschen ausweichen ist kein problem ist ein bisschen geschwindigkeit bekommen ja guck mal dass da besser das war das ist halt nur wenn wir hier fahren geht es hat mich aber schon welche verfasst haben ich finde ich sollte eigentlich wird jetzt kommt man muss mir jetzt jetzt kommt man muss mir schauen ich muss auch besser fahren Alter. Schön geil. Ah, immer noch nicht. Jetzt. Okay. So, und hier muss so einer sein. Ne. Das war der. Ich guck nochmal hier lang, ob das von der Zeit her dauert. Ne. Okay, also wirklich so diesen Anfangsbereich. Wir sind bei 57.000. Na. Es wird, es wird. Jetzt hat ihr die Frage. Ja. Hälfte Damage. Damage ist eine geile Sache. Um zu gucken, was wir dann noch im Shop für upgrades haben. Ähm, aber halt wirklich die Parts dann auch kaufen. Geil wäre, wenn wir wirklich ein Großteil der upgrades direkt drin haben. Also, allein mit den Lebensbalken, wenn der größer ist, ist alles viel entspannter. Mhm. Jawohl, ist voll. So, gehen wir direkt nochmal runter. Ja. 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 Und dann schauen, ne. Alles so. Na einfach mal ein bisschen herumlaufen. das konzern und schieße aber das haben aber ohne wird das neu 220 oder haben oder nicht jetzt oder nicht auf jeden fall muss ich wirklich darauf achten nicht 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 Oh mein Gott. So und wieder raus. Wir sind bei 63.000. Ja, das ist ein schöner Ort zu fahren. Vor allem, wenn ich überlege, wie lange wir am Anfang gebraucht haben. Für ein paar tausend oder so. Schön. Ach, das Gute ist ja auch, ja, weil wenn wir jetzt eine neue Waffe haben, ja. Das war ja die auch wieder abgeräumt. Deswegen vielleicht dann erstmal mit Roll gehen. Vielleicht Waffe upgraden. Okay, knappes Ding. Fast ersoffen. Kannst du dich gerne nochmal auffüllen. Dankeschön. So, einmal mache ich noch. Jetzt haben wir schon ein Spick drin. Dann sollten wir Haie auch können. Ja, ich glaube, ich kaufe mir erstmal den besten Part. Ey, das wäre das, was mir am meisten Vorteil bringt. und dann bist du direkt offen. Und dann bist du dir halt wie gesagt. aber nicht auch ein thema dass diese selbst treffen konnten ist das schön jetzt mit dem arme zu richtig schön fahren also er kann auch immer stehen wenn er so und im mix noch einer ja um geräucher muss dann noch einer sein ist jetzt eigentlich einer mehr 69.000 erst mal mit den parts kommen wenn du attacke einfach jetzt ich brauche ein paar attacke dinge weil damit könnte ich jetzt einfach ganz schnell durchwaschen und hätte alle anderen upgrade sofort das wäre jetzt super das wäre richtig cool das mache ich auch direkt dankeschön so und jetzt gehen wir mal zurück zu das rein da ich hole mir jetzt erstmal einen größten schadensdinger was erzählst du also die piraten haben meine boote gestohlen und haben sie benutzt um diesen großen roboter zu machen ich frag mich was sie bei den ruinen wollen ich mich auch also erstmal nicht hin ist jetzt geil so ein bisschen geld zu haben das war auf jeden fall jetzt zum shop das ist ein modell von einem boot kannst du es nicht benutzen ach echt ja ok gut zu wissen ein glück hat das erklärt kann sich glauben das kleine mädchen hat das boot repariert während ich es nicht konnte ja scheint so als müsste ich härter arbeiten und mehr lernen ja scheint so aber gut dass du es anerkennst bedankt dass du dass ihr das boot repariert habt gerne super gerne man hilft wo man kann dir würdet auch helfen klar super ok ich finde statt ich will mein geld ausgepfen ja das hab ich zu wohl und du warst hier aber noch nicht wundern mich äh was hier passiert sieht aus als würde etwas draußen passieren äh auf der oberfläche draußen oder was im water Wasser so hier ist erstmal unser auto sehr gut und dann müssen wir roll quatschen wir haben ja viele items ja 10 mal item development ok ok keines geräusch sehr schön das voller boot und das alt oberfläche ok zwei fortbewegungsmittel war was jet skates ach so aus beiden ok äh ich bin mit etwas neuen fertig geworden habe etwas neues am schaffen jet skates dann kannst du dich viel sehr schneller bewegen als beim rennen ok du musst bloß aufpassen dass du nicht getroffen wirst wenn das in der stadt benutzt wenn du es äh benutzt kannst du es aktivieren wenn du ähm kreis gedrückt hältst wenn du es äh weiter also nochmal gedrückt hältst dann hast du es nicht mehr an oder wenn du schaden von einem gefeind bekommst du kannst dabei es leiden direkt schnell button ok ne danke und wir haben adapter plug da können wir an den megaman passt daran machen ok ja ich kann drei sachen jetzt benutzen wie geil jetzt muss man auf jeden fall schocken super das ist einfach so mit drin oder was mega ähm ja zur abgehören ist nix mehr danke euch könnt ihr mich achso ja doch halt mich mal bitte vorne zur stadt hier lang ja perfekt so und probieren wir doch gleich unser board aus special items genau hier ja 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 das ist auch geil sehr schön wir können jetzt drei warte hier master parts quip das ist natürlich geil das ist natürlich der absoluter mal so weit mal rund das ist ein bisschen oder so ja 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 Ach wie geil! Was ist denn da los? Wie geil ey! Es wird schon ziemlich geil. Das heißt wir können jetzt so schnell einfach alles erfahren. So. Wie schön ist das? Wir können jetzt alles kaufen. Alles. Ne erstmal hin. Äh, ist okay. Attacke plus 4, Range plus 4. Sozusagen kaufen wir beide. Die anderen haben einen plus 4 gibt's. Nein, den gibt mir mal die beiden teuersten. Laser, hip. Dankeschön. Sniper-Range auch. Das hatte ich verkauft, was dumm war früher mal. Früher. Damals. Ähm. Gibt mir das hier? Ja. So 10.000, 120.000. Jetzt muss ich mal gucken, was das macht. Okay. Ist weg. Okay. Cool. Bei den Parts gibt's grad nix geiles noch. Hier könnte ich halt überlegen. Ja. Hörst euch Bescheid. Geil. Das ist schon aufgeholt. Sehr schön. Sorry. War ein bisschen übermütig. Und du? Was ist das für ne Art von Geschäft? Ich empfehle kleine, süße Sachen. Äh, die im Sale sind. Wofür werden die benutzt? So geil, ey. Gehen jetzt erstmal wieder raus hier. Ich probiere jetzt erstmal mein neues Spielzeug aus. Cool. Ach, falsche Richtung. So und dann nach Uptown, ne? Ja, Uptown und dann wieder runter. Sehr geil. So, ey. Ich kann einfach das benutzen. Geil. Ich werde jetzt nochmal schauen mit den Parts. Äh. Pasta Parts. So. 3, 1. Ist okay, ne? Attacke plus 2. Da haben wir ein besseres. Attacke plus 4. Wirst du Rattle? Da nehmen wir. Eigentlich das hier. Engine. Energie plus 3. Rapid plus 1. Ja, ne. Beste, was wir gerade machen können. Passt. Ich glaube, da werden wir schon ne Menge Spaß mit haben. Dann auch noch das hier, ey. Okay. Muss ich nochmal ein bisschen warm mit werden. Hört sich ein bisschen an wie du dein Zahnarzt. So, 130.000 wäre jetzt geil. So. Talk to roll. Ähm. Ja. Nach Uptown müsste es sein. Wie hat man die Ruinen? Sind das die Ruinen? Zeit mal. Mal. Es kommt nicht. Glaube ich nicht. Kann man mal schauen. Es war doch das wo wir herkommen. Oder? Oder? Ja. So, auf jeden Fall die Upgrades, die werden sich richtig bemerkbar machen. Ich bin nicht so gespannt drauf. Okay, hier. Probierlein. So, Brot benutzen. Hm? Ich muss ja beides auch noch hier bewirtschaften. Die A-Mail. Sehr geil, okay. Dann gucken wir mal, was war so ein Taum. Ich hätte noch mal auf die Karte kurz gucken können. Aber ist klar, dass du mit dem Auto hier nicht hinkommst. So, okay, 3800. Das würde richtig geil. Oh, ist das ein Traum, ey. So ein absoluter Traum. Ist das ein Träumchen, ey. So. 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 Warte mal. Das waren schon wieder 10.000. Super easy. Super effizient. Geil. Malte Richtung? Ja. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier früher gelevelt haben. So. Das ist ja super easy. Also. Das ist ja super easy. Was ich geupgradet habe. In Upgrades haben wir auch so hammer. Ja. Sobald es irgendwo Upgrades gibt, bin ich voll dabei. Und wir verdienen ja hier nicht mal mehr Leben. Prost und direkt wieder rein. Das ist super easy. Gutes. Wir können dann direkt weiter zu den Haien. Und da dann halt durch. Sobald ich auch zum Leben aufhören. Es ist schön zu sehen, wie halt so diese Upgrades einfach helfen. Ich bin noch schneller geworden, oder? Was ist das? Also ich meine so von der Bewegung. Was ist das? Die Hände ist gerade an der Fall. Kommen wir? Was ist das? Und da hinten ist der Fall. schön ist einfach so geil 16.000 was dann schon so 5000 oder so eine minute so im durchschnitt ist eigentlich super super schnell 25 cent das was wir kaufen können jetzt erst mal die besten parts mit bis zu kaufen gab weiß ich das eine kann durch bis zum später aber allein dadurch dass wir jetzt drei haben ich hab dann noch so viel das mit dazu kommt sogar noch ein fünftes das wäre schon geil das wäre schon richtig aber ja aber wie es weitergeht erfahrt ihr im nächsten part wünsche euch einen wunder wunderschönen abend wenn es gefallen hat super super gerne daumen nach um und in drei tagen kommt der nächste part bis dahin herzlich willkommen zurück zu megaman legends so wir gehen noch mal in dungeon rein und werden wir noch mal ein bisschen aufräumen das können wir mitnehmen und wir können uns danach wieder heilen danach wäre ich glaube ich mache noch zwei der ones von den roten bots aber die ließen sich eigentlich ziemlich gut weg sammeln in ziemlich kurzer zeit mit der kohle kann ich dann definitiv abwärts kaufen ich guck jetzt gar nicht dass ich so sehr ausweichen aber nicht nötig sowas kann man bloß vermeiden wir nehmen sie auch dabei schon echt ein traum jetzt warte mal hier könnte noch einer sitzen und das ist weg wir sind jetzt bei 22.000 22.000 ich habe ja abwärts gekauft ich habe ja abwärts gekauft ne netze folge und jetzt noch mal mein also noch mal so ein neueres jacket dings kaufen was dann noch mal einen schaden reduziert aber es kostet ich glaube waren das nicht sogar 63.000 ganz ne ganze menge auf jeden fall weil wir müssen eigentlich stark genug sein um den dungeon mittlerweile machen zu können eventuell müsste ich mal einen arm tauschen komm einfach direkt wieder rein damit ich halt ein bisschen mehr schaden mache ich meine es war jetzt gut zum zum geld einsammeln obwohl ich glaube ich lass das so bruchte er keinen granaten an müsste so alles gehen kann echt schaden dass das spiel so unbekannt ist weil es macht einfach spaß schaden 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 gehen. Ach Quatsch, ja. 28.000. Könnte mich halt schon verbessern, sag mal was machen denn hier die Parts. So Special Items, das ist aufgefüllt, das ist alles ausgerüstet. Wir können auch einfach mal weitergucken. Gucken was das hier alles so bringt. Händen wir auf jeden Fall noch hoch. Ich meine selbst wenn wir jetzt egal was Kompost oder sonst was nicht schaffen, können wir wieder hoch und weitere Rüstung kaufen. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock hier. Also das fahre ich hier auch langweilig, weil ich hier Spinnen lang Parma. Passt eh ob ich das brauche, weil ich das schon schön finde, wenn alles gemaxed ist. Weil wir gehen halt hier gerade einen super kleinen Abschnitt nur lang. Ah ah ah. Ja komm mal rein da. Hm. Neue Parts haben wir auch nicht zu kaufen. So wir haben jetzt ja 28.000. Ach komm mal reicht's raus. So wir gehen jetzt noch mal eher auf der anderen Seite. Ja komm mal rein. Ja. Ja? Ja. 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 Wir stellen wir uns noch mal her. Ey ey, das ist so glückste Gefühl, sich die Dinge einzusammeln zu glaube ich. Okay. Nehm ist wieder voll. Eigentlich schon ganz geil, wenn sie den fallen lassen. das ist jetzt weniger fallen es geht als 3 auf mich schauen wir mal hast du jetzt alle auf mich damit bin ich zweiter ich glaube ich werde noch mal hoch gehen und das ein bisschen cleverer angehen lassen ja gut deswegen krieg ich jetzt einmal mit gesammelt kommt hier noch einer nee es müssten jetzt tatsächlich alle gewesen sein da kommen ja die haie und die setzt einen schon ein bisschen zu ich meine klar ich kann ausweichen und alles aber nehmen wir das nochmals war mir nur 35.000 die ihre jetzt die ich mir stelle gut noch an die basta partzern so attacke plus vier mensch plus vier das auch ein plus vier im endeffekt energy plus drei und röppel plus eins da haben wir halt wenig ne muss halt gezielte schüsse machen energy sieht gut aus ja nee das war so warte mal warte mal equip ja passt alles ja nee passt alles ok gehen wir hier hoch stellen uns gleich ein bisschen cleverer an hatten aber auch pech jetzt und wann ist trennet oder hundert zwanzig tausend wir haben eine ganze menge bevor wir sinnvoll wieder zum market zurück können soll hier mit roll mal sprechen so vielen dank dankeschön jetzt schön eins in die dinger wegnehmen und wenn das auch mal ein bisschen weglaufen kann man das auch gar nicht so sehr schaden was ist denn hier los dass die auf einmal viel intensiver gedanken sind die auf stress aussehen die sind aber jetzt super aktive ja läuft ja ich meine die lassen ja meistens auch nebenfallen die waren ja sonst die so weit vorne die sind ja voll auf konfrontationen aus auf einmal also ich kann jetzt auch noch mal abschießen ... Aua einen zöner zwei hüpfen warte ... ... so und da hin Super wichtig, dass wir laufen können dabei. So. Guck mal, kann sein, dass wir hier als erstes lang mussten. Weiß ich nicht mehr. So, und hier sollten jetzt auch viel viel einfacher sein als vorher. Ich muss da grad unheimlich viel. So, wie viel bringen die mir? 42.000. Ja, geht schon alles in die richtige Richtung. Wahnsinn. So, wir haben eine gute Range, glaube ich, jetzt. Ist die da sinnvoll? Äh, kriege ich. Okay. Er rückt mit der Anfassung und kannst natürlich viel anfangen. Das ist natürlich nett. Kann ich da auch von hier alles? Ja, super. Bis zum Ende des Raumes kann ich einsommen. Ja. So. Haben wir alles. Hier waren wir noch nicht. Dann lassen wir das erstmal nochmal. Und gehen. Und gehen. Ich weiß das gerade aus, oder wie? Ich guck nochmal. Da muss man alles haben. Dann war, glaube ich, sobald ich mich erinnere, nur eine Truhe. Okay. 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 Das ist der Weg. Ja. Perfekt. Gehen wir ja lang. Gute Range haben wir. Aber nicht so gut. So. Genau hier unten waren die Fächer. So, irgendwas. Weißt du, unten kam welche? Ja. Und hier unten ist jetzt irgendwo. Wo dann? Warte, was dann? Ich glaube es einfach nicht. Sondern hier ist er. Haben wir. Eben sieht auch gut aus. Ist eigentlich eh sinnvoll. Oder welcher einfach nach oben gehen, oder? Müsste. Kommen wir von hier? Oder? Warte mal. Wollen mussten wir da oben, glaube ich, lang? Wie ging denn das? Was ist denn der? Ah ja. Oh. Sind ja auch unfaire Gegner. Ja, ist ja okay. Wo ist er? Was für blöde Gegner. Was für blöde Gegner. Alter. Jo. Da. Bisschen Leben. Okay, das passt. Warte, irgendwo ist hier noch einer. Ja. Ich höre ihn doch. Er hat mich an, wie sehr. Da ist er. Genau das. Was zwei auf einmal. Ach. Könnt ihr sowas von vergessen. So. Na ja. Na ja. Dann fangen wir um. Wichtig ist halt nicht wichtig. Ei. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Sind das Drecksviecher? Okay. So, hier müssen wir auch gar nicht hin. Muss ich da oben hin, oder? Was wird mich jetzt angesehen? Sehr gut. Lass mal anfangen. Glaub ich hier. Ich glaub das könnte es sein. Ja, genau. Ich kotze, ey. Vor allem so viele auch, ey. So, das gefällt mir besser. So, okay, okay, okay. Alter, ich treffe ihn gar nicht. Ja, machen wir es bald. Jetzt. Komm, komm, komm. Die haben auch, glaub ich, ja, okay, 52.000. Ja, schon nett. Ja, schon wirklich nett. Kommt raus. Muss ich wieder aufpassen, weil die respawnen sonst. So, wer kommt? Perfekt. Alter. Perfekt. Ganz knappes Ding. Mann, noch sehr zufällig bei dem T-D. Jetzt haben wir mal ein bisschen Deme aufgefüllt. Alter. Alter. Ja. Machen wir es so schaffen. So, was ist es jetzt? Na, hab ich gerade geklappt. Ach so. Ich war keine Orden. Ich werde nichts auf dem Radar abnehmen. Ja. Es ist wieder so nütlich. Wenn ich dich nicht so schaffst. ja hier ist sie zwei schlüsse ich brauche einen mehr okay das heißt hier sind wir noch nicht richtig noch nix oder wie ein löscher an der wand na gut dann würde ich sagen erst mal in den anderen raum hier will ich noch entdecken warte mal was das hier stehe ich wohl drin da ok dann zurück ich hoffe die haie sind nicht wieder da das wäre mies, das wäre richtig mies wir sind dann schon weg so und jetzt muss ich hier mal schauen den einen bin ich gegangen den anderen nicht der eine hat zum alten geführt das ist die alte welt ne 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 ich gehe nochmal nach links super super zurück. Dann schon mal weiter. Wie sich das Wasser trennt da oben. So unten die Fischer werde ich nicht gesehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da. Irgendwie da rauf am besten. Muss ich mal gucken, welcher Weg zurück war. Ja, ja, ja. Speichern und dann erstmal hinkommen. Von hier komme ich, ne? Okay. Ne, dann schon mal definitiv mal hier. Ah, okay. Oh, wo kommst du her? Wo denn? Schweine. Nehmen wir das mal mit. Starter Key. Okay, hier ist der zweite. Sehr gut. So, aber wenn wir den haben, würde ich mal schauen, dass ich das andere hier auch mal mitnehme. Und da komme ich doch da rüber, ne? Oder nicht? Ja. Ist der irgendwas? Ne. Noch nicht. So, jetzt kann es sein. Da gehe ich direkt hin. Passt schon. Es passt. Es ist ja wirklich miese Viecher. Da ziehst du nicht und da brauchst du mehr Rapid, glaube ich. Ist das jetzt der Bosskampf startet? Dann, glaube ich, müsste ich doch nochmal hoch. So, okay. So, okay. Okay, das sind alle Schlüssel. Was sollte ich machen? Ah. Und da mit dem Schild? Oh, das ist lustig. Keine Alarm mit Sicherheitsdävischen? Oh, das ist lustig. Oh, das ist lustig, Megaman. Ich bin nicht ordentlich, wenn ich ehrlich bin. Oh, das ist so entspannt, ne? Oh, das ist so entspannt, ne? Die. 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 Mega Man. Ich bin ein Reiberbot-Signal. Es kam aus dem Weg. Es ist ein BIG. Diectory sind vor der Edelung. Die füllen. Das ist auch nicht möglich. Die Klingel. Aber das ist so gut. ich muss das besser abfassen Wie kann denn der um die Ecke sliden? Das sieht nicht gut aus, sieht gar nicht gut aus Das sieht nicht gut aus, sieht gar nicht aus Ich muss mehr Distanz gewinnen Jo, genau reingesprungen Ey, das ist so glücklich Glückhaft Genau in dem Moment Was denn jetzt im Kinderspiel sein, ey? Zieh doch einfach, oder? Kinder Kinderspüle So, das Zeug auf die Birne So, das ist ganz schön Ja, das ist so glücklich So, das ist so glücklich Ich habe das glücklich So, das ist so glücklich Das ist das letzte Mal. klar ja wir haben es schon so na klar na klar das ist mit der kamera nicht vorhin es ist so unfair du siehst es einfach nicht du siehst das einfach nicht einfach nur glücksspiel ok sollte klappen das ist ja nicht richtig gespür ne das ist und du landest du landest du landest einfach warte eine chance sofort spring ich lande immer drin immer muss immer ja 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 ich lande im wann soll ich denn nochmal springen nicht geht das nicht du landest immer ja egal wann du springst du springst immer zu seinem zeitpunkt ja verstehe komm ey wir was machst du jetzt ich kann ihn nicht treffen komm setz an kollega ne ich mach jetzt das das ist so das ist so was von ja gut geschafft es war so deprimierend mit dem egal wie du springst vielleicht bin ich aber auch exakt mal genau zum falschen zeitpunkt das mit auf den kopf schießen das war wo sie ein bisschen distanz dann triffst ihn wenn er auf dich zu stürmt dann kannst du ihn treffen musst du aber weg springen kannst du wahrscheinlich erst mal treffen und dann weg springen aber das andere war halt einfach so random ok du springst halt weg und wirst entweder am sprung von ihm getroffen oder wirst von der welle getroffen ja ich weiß noch nicht jetzt noch was sinnvoll ist von dem ich weiß nicht jetzt muss man erstmal nur rauskommen gut jetzt ja ich guck dass ich einfach nur rauskomme das ist gut so nämlich so ich weiß nicht ob es hier noch so anders sinnvolles gibt aber wichtig ist bloß erstmal dass wir ja 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 auch gut was für den reflektor schad haben ja ok ein ein träumchen war noch hier war noch schon was ja jetzt ist das einfach das ist was von der wort also ja jedenfalls echt angenäher von dem bus ich glaube gibt's hier gute Sachen sehr gut hab mich auch ein bisschen aufgefüllt sonst haben wir hier erstmal nichts oder was hab ich hier schon nachgeguckt hab ich hier schon nachgeguckt ok dann waren wir hier schon schade schade das heißt wir können aber langsam upgrade nochmal was gutes gar keine beschwerde so hinten wollen wir da hinten nochmal lang wo ich glaub jetzt einfach erstmal raus ne also steht auch irgendwas mit Bombschematik aber haben wir glaub ich noch nicht oh ne ich würde aber erstmal gucken dass wir uns hier auffüllen das wäre mir schon lieb ja sicher sehr lieb Afrikosenkuchen mhm 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 zahlen wir nicht mehr man muss ja auf Prioritätensatz und hungrig die Welt retten das ist auch wieder blöd bitte ok achso ne erstmal hier hin ist ja auch keine Musik oder? naja gerne danke schön alles gut oder kannst du mir was erzählen? äh tell me okay 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 never mind So, dann gehen wir zur Roll, ja ich glaube es ist die richtige Reihenfolge. Megaman, also zurück zur Stadt, ja, da können wir gleich mal gucken wegen Upgrade, vielleicht hat es auch was neues im Shop, sagen wir nicht nein. Okay, I'm fresh out of ideas, you know, what bothers me most is that, while we're sitting here, he's out there digging up all sorts of stuff. Oh, come down, Tiesel, you're going to burst. He won't feed us to the treasure, no one will, as long as that big door is still locked. All we have to do is make sure we get rid of him before then, right? So what if he digs up a few scraps here and there? He can keep that garbage. All we're after is whatever's behind the main gate. Right, right, Tiesel? You know, you're absolutely right, then that will be our new plan. We'll wait for him to open the main gate, we'll let him keep whatever he vides until then. He'll see, it'll be the Bonds who have the last laugh in this game. Die große Gelbe ist nicht so fasziniert. Ah, sind keine Cutscenes. Okay, so. Okay. Was mich nicht so kritisch ansehen, Opa mit deinem Auge. Du bist zurück, oder? Du bist zurück, oder? Ah, da hast du einen ganz schönen Preis zurückgebracht. Ich muss sagen. Hm. Was heißt, mach mal Exile? Du hast meine Erwartungen übertroffen. Ja, du bist willkommen zurückzukommen und das Boot zu benutzen, wenn du möchtest. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Was ist das? Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Dankeschön. So, und du? Äh. Ein bisschen große Roboter aus den Booten gemacht haben, die Sögesturne. Gute Sache, dass ich nicht fischen gegangen bin. Der hat mich eventuell angegriffen. Ja. Wahrscheinlichkeit ist da. Das ist ein bisschen. Das sind wir ehrlich. Schon. Kann ich das nicht glauben. Äh. Ja. Okay. Das hatten wir schon. Ja. Du musst härter arbeiten. Definitiv. Und du? Vielen Dank. Äh. Gerne. Gerne. Hast du den Refractor? Ja. Du hast halt das. Äh. Äh. Als der den Refractor, ja. den du Feuer hattest. So, damit müssen wir eigentlich. Zu unserem. Also ich lese noch nicht, wie es weitergeht. Eigentlich müssen wir damit zu unserem Auto, ne? Äh. Zu unserem Raumschiff. Wie darum geht's ja, dass wir das eigentlich reparieren. Äh. Was möchtest du? Äh. 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 Erzähl mir was über Roar. Das Mädchen mit dem roten Cap. Ah. Die ist hier von einer Minute lang gekommen. Ah. Okay. Das heißt, wir müssen hier, ne? Deswegen immer Leute anreden. Ist gut. Hilft. Sehr gut. So. Das ist wahrscheinlich hier, ne? Ah. Schauen wir mal. So. Ich könnte sie hier mal fragen. Hallöchen. Ah. So wie ich dachte. Du bist so in den Ruinen gegangen. Oder? Warum, äh. Müssen Männer immer. Produkte und Sachen machen. Wie das. Weiß nicht. So. Komm. Gehen wir erstmal hier rein. Ähm. Vielleicht ist es wohl hier. Hm. Okay. Äh. Ja. Von Delta wollen wir grad nix. Ich glaube es nicht mehr. Mega Man. Ist ein roter Refractor. Mit dem. Sollten wir das Raumschiff reparieren. Also ne. Das Schiff reparieren können. Hooray. Lass uns gehen Mega Man. Lass uns das Flatter reparieren. Lager. Mega Man. Could you take care of the Refractor. Okay. Abelbinder. Und. Los. Rats. Okay, ich bin all ready hier, auch. Ich gehe hier am Ölbein. Ich gehe das Lager. Mega Man. Du geh türiern das Blüte. Da. Das ist klar. Genau. Soll das. Ready. Cell switch on. Refractor rotation speed increasing. Engine field generation at 80%. Safety lock check. Initiating countdown. Three, two, one. Mega Man now. Here goes. Metastatic field operational. Pair production active. Come on, fly. We're flying. This is good horse. It worked. You didn't roll. We're flying. We're flying. Well, I still have a lot of work left. But we should be able to get around the island at least. And you'll be able to reach that cave now too. Let me know when you want to start to dig at the cave. And I'll take you there anytime. Nope, eh, wir müssen weinen. Okay. Schon sind wir im Bett gelandet. Beim Bett. Äh, was ist das hier? Achso, ihr Tagebuch. Ich wollte gerade nicht hin. Nur mal kurz reingucken. Was ist das hier? Was ist das hier? Ähm. Nichts roll. Äh, nichts. Ah man. Okay. Und du? Hm. Ja, kannst du? Dankeschön. Wir können noch einmal speichern. Äh, wir können noch einmal speichern. Das kann jetzt auch nicht schaden. Bevor irgendwie mal Spielstand oder irgendwas kaputt geht. Ähm, packen wir mal hin. Mhm. Ist das jetzt fünfte Mal erst, dass wir speichern oder was? Verrückt. Zehn Stunden, ne? Zehn Stunden. Soll das nicht fünf Stunden lang sein? Ich weiß auch nicht. Okay, okay. Kannst du nicht umziehen, ja? Hm. Was wohl der wohl drin hat? Ja, 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 ja. Geht denn hier ab? Wieso, das ist ja Raum im Raumschiff oder was? Mega cool. So, natürlich, ne? Persönlicher Geschmack. Seht aus wie ein großer Computer. Und ne Art Maschine. Aber ich weiß nicht, wofür es ist. Was ist das hier? Bestimmter Mülleimer. Sehe ich jetzt das Raumschiff? Das wär so geil. Geil. Sehr schön. So, das ist ihr Raum. Das ist der Aufenthaltsraum. AOP. Hi Megaman. Amelia hat mich gefragt. Was mit dem Schätzensziel hier vergraben sein sollen? Die, ne? Die Insel ja hatte eine Menge Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll. Als erstes zu Schornbegaman. Hast du jeweils von dem Haupt-Gate gehört? Also Haupteingang. Ich sag mal nein. Die größte Ruine der Insel wird das Main-Gate genannt. Und das ist ja in der Nähe der Altstadt, ne? OECD. Was, äh, unnormal ist. Da ist kein Weg rein, soweit ihr die Leute, also keiner weiß, den Weg rein. Ich hab die Theorie, dass das Unko verbunden ist mit den Sub-Gates. Okay. Hast du Passage in den Sub-Gates gefunden? So, warte mal. Ich sag mal nein. Wenn ich richtig bin. Äh, Sub-Gates in den Closer Woods. Da ist ein Schlüssel. Ein Closer Woods. Okay. Ja. Okay, okay, ne? Piraten sind da nach und, äh, ich soll dranbleiben. Äh, sind nach dem Schatz. Also, wollen an den Schatz, ne? Klar. Softwink, okay. Sehr cool. Look, look. Ah, ja. Jetzt fühl ich mich aufwischt. Schön, dann kann ich mich hier hin. Ähm, Magazin-Rack, okay. Ah, keine Waffen-Magazin. Ah, Schafe. Was ist das hier? Fische? Meine Fischis? Ah, sie sehen ganz schön in 2D aus. Bewegen die sich? Bisschen, ja. Hier? Oh, ein paar Schafe. Toll. Schön. Und hier? Ups. Tut mir leid, Opa. Was ist mit der Vase? Nix. Nix ist mit der Vase und Fernsehen. Die nördlichen Gebiete der Insel, äh, sollten Sonne, also erwarten Sonne am Morgen. Dann wird's bewölkt, ne? Am Nachmittag. Die Leute, die Richtung Kloserwurz gehen, sollten vielleicht eine Regenschirm mit sich nehmen. Nur im Fall des Falles. Sehr gut. Newspaper? Okay. Kampf in Uptown. Ah, Piratenbahn involviert. Ah, wird vermutet. Ist noch ne, noch ne Schlagzeile? Flatterflies again, ne? Unser Raumschiff fliegt. Ist ein flatter Raumschiff, oder? So, das muss so Rolls Raum sein. Ah, ich würd dann hier mal hinschauen. Ah, okay. Was ist das hier? Was ist das hier? The Angel. Was ist die Eldbox? Okay, wenn Data da ist, brauche ich das nicht. Wie, ist Data irgendwann weg? Ich finde nicht, dass Data weg ist. Ist ne Uhr. Eine antike Uhr. Ah, Roll hat's mir gegeben. Das ist mein Raum. Soll ich dir auch etwas schenken. Das ist richtig, ja. Was ist das hier? Mein Bett? Ich könnte das nur in so ein kleines Stiefchen machen, aber nicht jetzt. Ist das geil gemacht. Schön. Achso, hier darf ich nichts hin, wenn's mein eigener ist. Wieso? Tears 10. Off limits to everybody rule. Okay, hier darf keiner hin. Hat wohl gesagt. Äh, gehen wir mal in den Opas Raum. Ich hätte immer so schöne Magazine unterm Bett. Eine alte Bombe. Ja, was man nicht so alles hat in seinem Raum, im Raumschiff. Okay, ne komisch geformte... Wie sagt man Coffin? Eigentlich sagt man das ja zu nem Sarg, oder? Professor Burrell hat das als Souvenir gekauft. Als er im berühmten Desert Country gearbeitet hat. Ja. Ein Modell. Nach etwas, was aussehen soll wie die Welt. Okay, Antiken. Äh, damals die Leute konnten so hochfliegen. Achso, ne. Konnten die damals so hochfliegen, dass sie die Welt so sehen konnten, oder? Also es wurde kritisch hinterfragt, ob die Erde nicht doch flach ist. Quasi. Eine Maschine, die sich Mikroskop nennt. Da kannst du ja kleine Dinge angucken. Wo nämlich was drin ist. Da sind ja viele... ähm... ...ameiseähnliche Dinge. Ich kann gar keine Ake sagen. Aber Bug ist ja eigentlich die Ameise, ne. Da spielen ja grad große Krabbeln. Das Bugslife. Äh, Bugslife. Äh, Bugslife. Nichts gemacht, aber. Das sieht komisch aus. Ja. Ja. Was ist das hier? Ah, okay. Natur. Ist da etwas drin, ne? Oh, die braucht man, glaube ich, sogar. Cool. Viele komplizierte Bücher. Schöne Spiele. Okay. Introduction to Digging. An dem... ...als... ...einen Ausgrimmer. Return of the Digger. Wir sehen alle ziemlich kompliziert aus, glaube ich dir. So, gucken wir von der Seite nochmal. Okay, das hatten wir alle schon. Das hatten wir alle schon. Hatten wir auch schon? Okay. Okay. Verstehe. Und du? Keine Ahnung. Gehen wir mal raus. Das kann ich dir direkt darauf ansprechen. Äh, ansprechen. Äh, ansprechen. Äh, ansprechen. Äh, ansprechen. Äh, ansprechen. So mitten in der Nacht. So mitten in der Nacht. Keine Ahnung. So. Ich will jetzt erstmal gerne mit dir talken. Okay. 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 Die Piraten werden auch danach da sein. Ähm. Okay. Das war das. Äh, okay. Ich dachte, du kannst bei mir reparieren und sonst wie. Aber gerade irgendwie nicht. Und dann gehen wir erstmal raus. Und dann schauen wir nochmal was hier ist. Okay. Dann gehen sie einfach raus raus. Was kann ich mal? Ui. Wenn ich mal so dumm ist. Interessant. Weil. Ich will nochmal in den Shop. Was blende denn aus? Ich liebe es hier zu sitzen. Und in den Himmel zu gucken. Die Wolken an zu gucken. Denkst du nicht, dass es entspannt ist? Definitiv. Aber die hat was geraucht. Ähm. Wie kennt das hier? Dann ruf mal Roland. Guck gleich nochmal. Mal. Ob sie was kombinieren kann oder so. Mhm. Auf 18 mal läuft es. Tada. Grand Grenade Special Ram. Okay. Dann kann ich stärkere Granaten rausschießen. Sind sehr starke, aber. Okay. Dann kann ich stärkere Granaten rausschießen. Uh. Der kann nicht Wände mit zerstören. Muss ich aber. Mann. Grand Grenade. Fresh mine. Achso. Wie geht das her? Weil ich jetzt schaue bei. Und jetzt die Sachen verbessern. 50.000. 100.000. Okay. Range für 14.000. Das ist halt die krasse. 100.000. Guck mal. Um. Wie viel. Okay. Haben wir jetzt gewechselt zu dem. Das heißt. So ein Zeug was? Ne. Ich geh jetzt mal zum Shop nochmal. Ich hab nicht gelesen was da stammt. Ähm. Genau. Zum Shop geh ich. Ein lustig. Boxen die hinführen. Ich muss gucken nicht dass ich nur einmal schießen kann. Ich hab's auch noch extra. Ich hab extra noch so Kohle gesammelt. Ich werd's nicht erzählen das da 100.000 Upgrade kostet. Ich sage. Wir gehen erstmal in den Shop. Gucken ob wir was geiles verbessern können. Wenn nicht einfach in die Ruinen und äh. Lassen die Bände explodieren. So. Bye. So. Parts. Ne. Lassen wir das mal alles ne. Lassen wir das mal an der Seite. So. Ein paar an der Kantine. Äh. Kantine Dings da noch eins. Mit ganzen Special Weapons. Rechargen. Halt 120.000 ne. Kantine dann noch. Äh. Äh. Das Kantine Ding. Ja. Wenn das noch mehr hat ist besser. Ja. Wenn das noch mehr hat ist besser. Ja. Schon krank ey. 20.000. sind. Aber nutzt es halt ne. Äh. Ich gehe jetzt auf cancel. Gehe auf refill. Ist schon voll. Dann würde ich sagen. Sparen wir weiter. Und lassen jetzt mal. Ne. Wand explodieren. Zum Plan. Ich muss sogar mal schauen. Ob ich. Also nirgendwie mal. Ein bisschen fahren. Finden zu den Closer Woods. Ne. Sind die? Äh. Rechts. Weiß nicht was die ausgefüllten Punkte bedeuten. Aber dann würde ich jetzt einfach mal mit. Ja. Mit Ruhe reden. Achso. Wir färten jetzt unser. 17. Okay. Dann können wir schon mit arbeiten. Äh. Speichhelmer. Was ist das? So. Acht. Acht ne. Wenn ich mich nicht verzählt hab. So. Dann müssen wir hier hoch. Jetzt hat die Frage. Ob zu den Closer. Äh. Sie hat mir ja zwei Optionen gegeben. Die wieder zu den Closer Woods. Ja. Zum Subgate direkt. Weiß nicht was. Sind von euch. Äh. Hier rechts. Jetzt ist ihr Raum. Gut. Äh. Dann würde ich hier mit anfangen. Ja. Dankeschön. Warte mal. Ich könnte nochmal verbessern. Passt aber eigentlich. Cool. Dass du das Innere. des Raumschiffes aussiehst. Okay. Raus. Äh. Keine Ahnung. Ich gehe einfach zu den Subgates. Ich dachte. Da sind wir jetzt. Achso. Sind vielleicht die zwei Positionen. Wo das Raumschiff gerade stehen kann. Und sowas. Er und die. Rune. Keine Ahnung. Was das ist. Subgates. So reingehen. Ja. Achso. Sind genau dort. In den Closer Woods. Das ist ja perfekt. Ja. In Wollenbar. Sieht so ein bisschen Alien mäßig aus. Hm. Okay. Okay. Ich einfach mal losgehen. Ich meine. Auf jeden Fall weiß ich. Wir müssen Mauern zerstören. Guck mal nur nicht drauf. Wie es weiter geht. Weil. Das hört sich so an. Als wären wir richtig. Ah. Okay. Direkt unten. Direkt unten. Wir haben auch schon alles erkunden. Und ich loche irgendwo drin Lena. Ja. Hier beim coolen ist der Ausgang. So. Er sagt. Okay. Deswegen was uns jetzt hier entgegentritt. Ich hoffe irgendwas was richtig coolen wird. Ich glaube wir werden es rausfinden. Das ist ja so ein zweiter Tor. Vielleicht hier unten. Vielleicht hier unten. Ah. Dann Jodo. Mega Man. Are you okay? Can you see a door somewhere? So. Und damit kann ich wahrscheinlich dann auch wieder hoch. Ja. Da haben wir die Tor. Das Tor was wir oben schon gesehen haben. So. Und hier ist auch noch eins. Ich würde aber erstmal das hier nehmen. Weil der Geist so verkehrt sein. Na gut. Was ist das hier? Was ist das hier? Also sonst irgendwas hier? Naja. Eigentlich ist nur das hier. Es ist meine Meinung, die Power ist in dieser room. Kannst du einen Switch sehen? Ich sehe keinen Switch. Aber es gibt ein Buch hier. Mal sehen, es sagt... Operations Room 2. What's a prototype anthro unit? I've never heard of that before. Well, whatever that is, you need three ID cards right? If you're lucky, you'll be able to find them inside there. What's in the room or what? Oh man, there are three different boxes. That's interesting. I mean, just in general, in the dungeon, because here I think the chance is relatively low. Well, it's good that Megaman exactly such a language as I have. So, then let's go here. Let's go here now. I'm going to do a bit of a fight. Yeah, that's what I'm going to do. I'm going to do a bit of a fight. What is that for a start? Let's go here. Let's go here. Let's go here. Let's go here. The one is a little to kite. Nein, I idiot. I idiot. Falsche arm. Ich mach einfach ein Special auf dem Kaster, dumm, ich will meinen Arm zurück, bewirkt ich meinen Arm zurück, war so dumm den einfach, na gut, so, bewirkt ich meinen Arm zurück, wir sehen hier irgendwie, kann man nicht, zwei Arme, könnt ihr den anderen nicht, Mensch, ihr den, aha, aha, ich könnte das mal ausprobieren, ich glaub nicht, aber, hm, geht immer dann nur der, warum? Warum? Das ist mein Arm, ey, das ist so nervig, okay, warte, ja, mhm, Elenens, schauen wir mal, Teleskopische, ne, also ne Linse, Teleskopische Linse für Waffen, wir sehen, mal sehen, was wohl mir daraus zaubern kann, sehr cool, das ist also der Arm da, interessant, hier ist nix, so, von wo kommen wir, bestimmt von da, dann erst mal hier lang wahrscheinlich, hier ist nix, Ja. Verkommt. Wahrscheinlich ja, äh, Partner. Guidance Unit. Wir finden das aber jetzt nicht so KI-Megleiter oder irgendwas. Das wäre so geil. Äh, nochmal Items. Mini-Computer mit AI-Tracking, okay. Gleichchen benutzen und was? Ne, ne? Ja, zu froh, kann man mitnehmen. Äh, ich hasse es. Mit der Taste. Ist der unten? Da unten ist der und was. Weiß nicht, ob ich hier wieder hochkommen würde. Ausprobieren, ausprobieren. Jo, wie unnötig. Ich hasse es, die Dinger manuell einzusammeln. Wurde es jetzt besser geflackt. Ist der unten schon. 18.000, na, ist ein Anfang, ist ein Anfang. Muss man hier rein, oder wie? So viel zu entdecken. So viel zu entdecken. So. Okay. So. So. Okay. Wir müssen mal wieder Strom anmachen. Mal sehen. es hat ihn auf wer k� wird hee the Ja aber... Was weg kann ich noch so weit? Leider noch nicht. Den gibt's auch. Ja das ist so weg. Ah ja. Oh gut der hat mich ja durch. Oh doch. Ja. Ich wär mit dem Mens-Organ wieder auf. Was haben wir hier? Eine ID-Card. Einer schon, ne? Ja. Erstmal noch die anderen finden. Schöne Atmosphäre hier drin. Und mal hier rein gehen. Oder ich komm von da. Na hier weiß ich auch nicht. Oh. Oh. Das ist ein toller Spiel. Ich hasse es. Target Sensor. Sensor. Spanisch. Ähm so warte mal das ist. Die Scoping Lens vom... Ähm. Ah ja okay okay. Kannste beide... Kombinieren wahrscheinlich die Linse mit dem Sensor. Sensor. Und äh dann wird das mal funktionieren. Menge Menge zu finden hier gerade. Ja. So gut. Einen Schaden mangelt es nicht. Das einsammeln von den Dingen. Und dann das einsammeln. Perfekt. Mal weg. So. Und einsammeln. So. Ah ich wünsche ich hätte den Abend nicht mitgenommen. Äh. Lieber nochmal wiederkommen. Warte mal. Sehen wir was uns hier noch erwartet. Ist jetzt hoffen dass das hier nicht weiter geht. In der Wand habe ich erst mal nichts gesehen. Ja doch hier geht es auch weiter. Schwierig. Ah. Vielleicht hat es aber noch keine Funktion. Okay. Zwei Teile D-Card. Eine braucht man noch. Nichts zu finden. Suche nach Hinweise in der Wand. Und. Aktiviert. Okay okay. Da können wir also dann weitermachen. Mal sehen ob hier irgendwo Löcher an der Wand sind. Sieht nicht so aus. Okay. War hier noch irgendwas. Ne. Das war jetzt einfach nur der Generator. War ungenümm. Kann ich hier rauf? Hier komm ich vielleicht dann. Nochmal lang. Ich setze erstmal noch nicht rauf. Ne. Okay. Gehts hier lang. Und nochmal zum anderen rum. Eine ID Card fehlt uns noch. Könnte hier hinten sein. Wer weiß, wer weiß. Aber warte mal. Allein dafür. Allein dafür. Allein dafür. Komm so schnell mal auf die Taste. Kannst du. Das wollte ich drücken. Sehr gut. Select. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oder muss man dann ganz. Muss man dann ganz oft drauf holen. So warte mal. Ich probier's doch mal aus. Und das sollte es von der Theorie hier sein. Gibt's daran die nächste ID Card. Erstmal zurück wieder. So. Hier oben waren wir. Waren wir hier schon? Unsicher. So. So. Der Generator funktioniert. Jetzt müssten wir hier hoch kommen. So. Hier ist eine Tür. Genau. Ansonsten hier irgendwie eine Ecke. Die Sandys gibt. Ne. Hier müsste noch eine ID Card kommen. Okay. Nochmal ein eigener Floor. Alter. Waren wir hier schon, oder was? Warte. Von dir komme ich, oder wie? Scheint so. Ja, dann war's der Falker. war denn der falsche, falsche Aufzug oder was? Guck mal Bin äußerst verwirrt Weil die funktionieren jetzt durch den Gnarrer, ah ne ok und hier ist der Ausgang, ja ok ok Und hier komm ich Was hat's denn mit dem anderen Fahrstuhl aus? Soll ich jetzt erstmal runter? So ok, ich drück noch hoch oder runter? Soll ich jetzt nochmal drück, komm ich da hoch? Ok Die andere Richtung? Achso, ja ja, dann finden wir aber noch ne ID Card Aber hier sind wir schon mal Dass ich vielleicht erst äh Irgendwie Sachen zusammen basteln muss hier Kann das sein? So ok, von hier kommen wir Daraus würde ich mal versuchen So genau und das Ding mal Ist das die Lösung aller Probleme? Okay, so auf der einen Seite war ich, auf der anderen noch nicht Guck mal Da war ich Da ist noch die Tür So warte mal, komm ich von hier Was sagt denn die andere Seite? Soll ich war bei beiden Wir warten mal, von wo bin ich gestartet? Ja, ich geh nochmal hier durch Ja, ich geh nochmal hier durch Und da habe ich da gerade eine Karte gefunden Vielleicht muss ich wirklich erstmal zu holen Zweimal wieder tiefer Ich bin doch nicht der Sinn, dass ich beim selben Ort rauskomme Doch nicht wirklich Sinn Aber wird mir so extrem Soll ich hier in die Mitte nochmal gehen Soll ich hier in die Mitte nochmal gehen? Ja heim Was ist denn die letzte Karte? Warte mal hier war ich ja überall unten Hm Hier nochmal rein Warte, was war es mit den Mauern? Hier waren die Mauern Kann ich gerade nichts machen Ist denn da die ID-Karte ist? Ne ne Ist so merkwürdig ist hier So guck mal Jetzt hast du das gesehen Ach ne Okay, antikes Buch Das ist ja gut, dass ich hier nochmal hin bin Das ist ja gut, dass ich hier nochmal hin bin Das ist ja gut Es wird zu hoch So, man, man Antikes Buch Okay, dann muss ich wieder zu Role hin gehen Das muss ich Dann muss ich auch wirklich wieder hoch Oh Das ist cool, Bär Oh Für unnötige Alter Bitte Ne, jetzt steuer dich Bitte, bitte Machst du mir das? Ja Machst du mir das? So, fern Gott Da hast du dein Gebot schon wieder Oh, die Dinger unten in den Arm einzusorgen Ich weiß ja alles So, und jetzt wirst du halt wieder gar nichts wo wir waren Bei die Viehs jetzt wieder neu auftauchen Und hat sich hier was neues kaufen? Wer ist jetzt da reine Verarsche? Ich weiß ja nicht, was waren die Dinger Verarsche? Na komm Ja, guck, da habe ich eigentlich jetzt wenig Bock drauf So, wie komme ich am besten raus? Ich weiß ja nicht, was ist denn hier dritte Idee? Machst du mal umschuldig, Kollege? Ah, so, untergefallen Das wusste ich Was ist denn hier dritte Idee? Was ist denn hier dritte Idee? Wir waren da jetzt so ziemlich überall Oh man, ne ok ok Na cool Das wusste ich vorher auch nicht Ähm Das war an der Mitte, war nichts nah Und da wollen wir euch nicht zu empfehlen Wenn man da nicht gerade her Ich habe keine Orientierung Ist nicht gut Ich weiß, dass sie letzte Zeit zu mir kämpfen sind Was ist das? Wann ist meine Arme? Wann ist ihm so sehr? Dass er auf jeden Fall wieder rauskommt 1 2 3 3 4 5 4 Keine Ahnung. So hier ist eine Beschreibung. Geh zurück zu den Türen. Was heißt denn geh zurück zu den Türen? Komme ich hier hoch? Ach ne ne. So ne, nach dem. Genau ne, Generator. Die Shadowbots, wo ich sie zum ersten mal getroffen habe. Das heißt ihr sollst einfach erstmal zurück. Erstmal zurück, müsst ihr hier lang sein. Ich hab keine Ahnung. Nein. Weil ich jetzt zurück bin, kommen die wieder. Ja, ganz vergessen, ganz sowas von vergessen. Wo bin ich? So, also zurück. Ist nicht da lang. Zurück ist hier lang. Muss hier lang sein. Und von hier hin auch zurück. Vielleicht hier lang. Ich glaube ich bin ristet. Ich bin hier mal weg. Dann gräut mich eigentlich nicht an. Soll mir jetzt hier gar nichts sein. Dann nix. Oh mein Arm wieder, ey. Ja, hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. Megadam, ich sehe etwas lustiges auf meinem Monitor. Es sieht aus, dass es eine falsche Wall ist oder etwas. Es ist wahrscheinlich ein secretes Raum. So etwas das hier. Okay. Okay. Ah, okay. Hier. Schweinerei, ja alles. Das kann ich wegpusten, nicht das andere. So, rüber hier. Nicht mal irgendwas in der Wand. Wir müssen nicht, dass ich gesehen hätte, so. Ja. Hey, Megaman. Hast du schon gefragt, wo die Reaverbots kam? Ich meine, wer hat sie gemacht? Und warum? Du kennst, wir gehen alle Gäste, aber... ist das richtig? Es ist fast wie ein Gefühl. Ah. Megaman! Ich habe drei Reaverbots nahe. Schau mal! Schau mal! Es ist ungünstig. Es ist super ungünstig. Schau mal. Es ist ja auch hier, um für rumzuschießen. Es ist nicht so. Aber schau mal. Es ist super angenehm, finde ich. Es ist sogar mal ein anderer Arme. Aber gut, ich muss mir benutzen. Es ist nur... bei der einen Wand. Sehr gut. Wie ich da ausgewiesen bin, weiß ich auch. Wie kann ich denn? Schade, ich dachte, ich krieg die noch eingesammelt. Ich hab das wesentlich einfacher als gedacht. Ich kriege noch mehr Reaverbot-Signale. Ich denke, es ist sicher. Wie viel haben wir? 42.000. Kann ich wieder eine Wand zerstören? Nee, das ist der Fahrstuhl. War hier irgendwas in der Wand drin? Hm. Jetzt sagen wir gehen einfach hier mal rein. Okay. Dafür bleiben wir hier oben. Hier könnte ich hoch springen. Ah, okay. In dem Raum sind wir. Verstehe. Ah, okay. Nehmen wir uns erstmal. Guck mal. Letzte ID-Card. Perfekt. Lass uns mal los. Einen. Einen. Wann geht's einfach mal. Einen. Also. Einen. von der Glocke Ich sehe ja nicht, dass hier noch was zu holen wäre Gehe ich dann hier lang? Oder? Eine Hunde, okay Das ist ja okay, okay Ja Okay Und rauf hier Ich wisse gerne was anderes, na? Ja Also Hier diese Glocke Da haben wir mal einen Ball eingeben Aber was Tickball Die haben aber noch nicht, oder? Vielleicht haben wir die auch schon Tickball Aber nicht ein Tickball Ne, das hätte relativ am Anfang sein müssen Ich hätte wahrscheinlich wirklich einfach hinterspringen können Schneller gewesen Aber wir müssen jetzt hier relativ am Anfang wieder rauskommen Ich brauche eine Karte Ich brauche eine Karte So und das sitzt jetzt wieder tief drin, oder was? Ach Hier bist du nicht Ähm Kann ich von der anderen Seite hier Ist so unrealistisch Kann aber auch sein Ja, weiter Ja Ja, das ist jetzt so Dann kam ich zurück Ähm Was könnte es hier sein? In der Raum? Genau Na gut, ohne meinen Armen geht hier gar nichts mehr Es war Glück Es war wirklich Glück Schon eigentlich lustig, das Kampfsystem, ne? Ähm Hast du mich jetzt anvisiert, ehrlich? Oh ja, das bringt mir einfach gar nichts Oh ja Okay Geht hier, hier, hier Geht fast herum Ja, okay Im Sofa, blöd Ja, okay Ja, okay Im Sofa, blöd Ja, okay Ja Okay Okay Geht mir erstmal wieder hier lang Also im Einzelnen ist halt kein Problem, ne? Dann ist halt auch fertig Ich höre irgendwelche Welt hier Ja Schon eigentlich gut gemacht, so mit den Gegnern und allem So warten wir hier 150 Zenni Okay, dann hatten wir den Ah, warte, warte, warte Bitte, 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 bitte Nein Irgendeinen, irgendeinen habe ich vergessen Ah Jetzt halt die Frage, ob der so wichtig ist Möchte ich den schon vergessen haben? Dann noch vergessen Ja Da, wo ich die erste ID-Card hatte, glaube ich Also ich glaube, ich bin hier schon richtig gewesen Ah, ich glaube aber Um euch das ein bisschen einfacher zu machen Würde ich sagen In drei Tagen geht es weiter Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben Und Kommentar wäre ganz, ganz lieb Dann bin ich ein bisschen konzentrierter wieder Und Euch einen wunderschönen Abend Bis dann Einen wieder Einen